Guten Morgen, liebe Freunde und Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer Landesversammlung hier in Neukiric. Mit Blick auf die Uhr und ein sehr, sehr straffes Programm für den heutigen Tag würden wir jetzt gerne auch anfangen wollen. Andernfalls ist nicht garantiert, dass ihr heute Abend eure Zugverbindungen noch bekommt, das wollen wir natürlich vermeiden. Bevor wir in die heutige Versammlung intensiver einsteigen, habe ich mit euch noch ein paar Formalia zu klären. Zum einen weise ich jetzt schon mal darauf hin, dass wir möglicherweise, sofern wir das dann nochmal beschließen, mit elektronischen Abstimmhilfen arbeiten. Das ist diese Art Fernbedienung. Diese Fernbedienung erhaltet ihr draußen, wo auch die Stimmkarten ausgegeben werden. Wichtig, bitte nehmt ein Dokument, Personalausweis, Fahrerlaubnis und dergleichen mehr mit, das ihr als Pfand für diese nicht ganz preiswerten Geräte hinterlegen könnt. Ihr erhaltet das dann wieder, wenn ihr am Ende der Versammlung die Geräte zurückgegeben habt. Wichtig, ihr erhaltet ein Gerät und ihr erhaltet eine Chipkarte. Beides bitte bei euch behalten, beziehungsweise nicht bei euch behalten, wenn ihr den Saal verlasst. Die Chipkarte könnt ihr mitnehmen, bitte tut uns aber einen Gefallen. Nehmt das Televoting-System nicht mit aus der Halle, wenn ihr es einmal hier reingebracht habt. Sonst ist es technisch möglich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das ausgenockt wird aus dem System und dann könnt ihr die Stimme nicht mehr abgeben, wenn ihr wieder reinkommt. Wenn ihr die Halle verlasst, nehmt die Karte raus, nehmt die Karte an Frau oder Mann, aber lasst das Gerät bitte hier auf den Tischen liegen. Es kann auch niemand mit dem Gerät was ohne die Karte anfangen. Ihr könnt da also auch total entspannt mit umgehen. Zumindest hoffen wir, wie das System so ist. Das nur als Hinweis. Das, was ich jetzt erläutert habe, müssen wir allerdings nochmal formal unterfüttern. Gemäß der gestern beschlossenen Änderung der Wahlordnung ist vorgesehen, dass wir das elektronische Abstimmsystem nur dann einsetzen können, wenn die Versammlung dies zuvor nochmal beschließt. Entsprechend würden wir euch als Präsidium vorschlagen, für den heutigen Tag, für alle anstehenden Wahlen sowie für eventuell anstehende schriftliche Abstimmungen auf das elektronische Abstimmsystem zurückzugreifen. Ich frage, ob sich dagegen eine Gegenrede erhebt. Das vermögen wir hier oben nicht zu erkennen. Ich stimme das trotzdem nochmal aus verfahrensprozeduralen Gründen ab. Wer dem so folgen kann, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen und die Enthaltungen. Da habt ihr einstimmig beschlossen, dass wir so verfahren. Und wie gesagt, holt euch bitte, nein, zwei Enthaltungen auf der rechten Seite. Okay, dann mit übergroßer Mehrheit entschieden, dass wir so verfahren. Noch der Hinweis, bitte holt euch im Laufe des Vormittags diese technischen Gerätschaften, die ihr dafür braucht. Springt es aber bitte nicht alle auf einmal auf, sonst redet Britta gleich vom leeren Saal. Das wäre etwas unschön. Von daher, im Laufe des Vormittags, ihr habt bis zum Tagesordnungspunkt Landesvorstandswahlen Zeit, euch das Gerät und die Karte entsprechend zu holen. So viel zu weiteren Formalia für den heutigen Tag. Zu den Spezifika bei den Wahlen kommen wir dann später nochmal. In Anbetracht dessen sagen wir euch jetzt vor, relativ zügig in den Tagesordnungspunkt 7 überzutreten. Der Tagesordnungspunkt 7 sieht die politischen Reden vor und dazu beginnt in dieser Rederunde unsere Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, die uns mit einer politischen Rede beglücken wird und anschließend kommt dann die erste parlamentarische Geschäftsführerin unserer Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann. Monika, dann viel Spaß hier oben. Und noch ein Hinweis. Noch ein Hinweis von unserer Seite. Guckt nach Möglichkeit, dass ihr das mit dem Mikro möglichst so hinkriegt, dass es in dem Ständer bleibt und das eher ranzieht, weil sonst wird es immer ein bisschen schwierig im Anschluss, aber ihr kriegt das schon hin. Wir müssen es noch anschalten. Anschalten. Ja, sehr knapp. Ja. Warte mal eine Sekunde. Jetzt ist grün. Grün ist aber. Hallo? Ja. Guten Morgen. Ne, ist immer noch nicht, ne? Oder, hört ihr mich? Ja, wir müssen auch. Jetzt, ne? Geht's jetzt? Ja, ne? Gut. Also guten Morgen allerseits. Bevor ich anfange, möchte ich Petra Zeis ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Du hast doch heute, ne? Nicht? Vorgestern. Dann, dann habe ich es falsch eingetragen bei mir, bei mir hast du heute, also nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe echt gedacht, du hast heute, aber dann wissen eben alle, dass du vor kurzem hattest. Und ich mache gleich weiter mit, nicht mit Glückwünschen, sondern mit Dank, weil die Bundestagswahl ist ja zwar schon ein halbes Jahr vergangen, so ziemlich genau jetzt. Allerdings haben wir uns ja in so großer Runde seitdem nicht wiedergesehen und deshalb möchte ich jetzt hier auf dem Platz einfach nochmal allen ganz herzlich Dank sagen, die sich als Kandidatinnen und Kandidat zur Verfügung gestellt haben und die alle Wahlkampf gemacht haben, weil wir alle wissen, es war auch 2017 nicht so ganz einfach. Also nochmal ganz herzlichen Dank von meiner und von unserer Seite, dass wir wieder mit Stefan und wir zu zweit in der Grünen Bundestagsfraktion vertreten sind. Ihr habt ja mitbekommen, wie es dann weiterging, es wurde sondiert, Jamaika, allerdings hat es ja nicht ganz geklappt, das lag daran, dass irgendwie der Herr Lindner dann doch irgendwie Angst bekommen hat, jedenfalls sind die Sondierungen gescheitert. Was man allerdings feststellen konnte, dass die grüne Sondierungsgruppe ernsthaft und engagiert verhandelt hat. Britta wird da sicherlich ein Lied davon singen können und was wir sozusagen als Zwischenstand rausverhandelt hatten, konnte sich insbesondere im Bereich Klimaschutz durchaus sehen lassen. Es gab aber auch durchaus schmerzhafte Kompromisse beim Thema Flüchtlingspolitik. Wir konnten aber in der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien auf alle Fälle unser Profil schärfen. Nun sind wir in der Opposition, wie auch in den letzten Wahlperioden und haben dort die Chance, unser ökologisches, soziales und unser weltoffenes Profil zu schärfen und für eine eben solche Gesellschaft zu kämpfen, denn da gibt es immer noch sehr viel zu tun. Mittlerweile haben wir ja eine Koalition und auch eine Bundesregierung, allerdings ist die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin auf keinen positiven Beginn betroffen, denn bei der Wahl selber fehlten ihr über 30 Stimmen aus den eigenen Reihen. Auf die Kanzlerin und die Ministerinnen und Minister warten jetzt große Herausforderungen. Dazu gehören der gesellschaftliche und soziale Zusammenhalt in unserem Land, eine solidarische Zusammenarbeit in Europa, eine verantwortungsvolle Außen- und Flüchtlingspolitik und der Kampf gegen die Klimakrise. Wir erwarten, dass die Koalition über den Koalitionsvertrag hinauswächst, denn dieser weist große Lücken aus, zum Beispiel beim Klimaschutz, bei der Armutsbekämpfung und auch bei der Digitalisierung. Wir Grüne werden im Streit um die besten Ideen eine konstruktive Opposition sein. Wir werden aber auch überall eine harte Opposition sein, wo weiter Stillstand oder falsche Weichenstellung drohen. Das Parlament hat ja auch schon vor der Regierungsbildung die Arbeit aufgenommen, im Plenum und in den Ausschüssen. Und die grüne Bundestagsfraktion hat auch schon die ersten Anträge und Gesetzesentwürfe eingebracht. Wir haben ja gestern im Bereich Landwirtschaft auch hier einen Antrag diskutiert und beschlossen. Und in demselben Sinne haben wir auch zum Thema Glyphosat-Ausstieg auch im Bereich Landwirtschaft sehr frühzeitig den Antrag eingebracht. Weil wir sagen, wir müssen da schnellstmöglich raus, nicht nur aus dem Glyphosat, sondern auch die Neonicotinoide müssen so schnell wie möglich vom Acker verschwinden. Und wir brauchen bessere Alternativen und die haben wir in unserem Antrag vorgelegt. Die Situation in der Alten- und Krankenpflege fordert ebenso schnelles Handeln. Deshalb haben wir zwei Sofortprogramme mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro gefordert. Es sollen 50.000 neue tarifgerecht bezahlte Stellen geschaffen werden und der Pflegeberuf attraktiver ausgestaltet werden. Der Koalitionsvertrag verspricht ja jetzt 8.000 zusätzliche Stellen. Diese reichen aber in der Altenpflege bei weitem nicht aus, wenn wir schon allein wissen, wie viele stationäre und ambulante Pflegeanbieter es gibt. Und die Krankenpflege ist da eben gar nicht vorgesehen. Und wir wissen alle, dass es eben in der Krankenpflege auch zusätzliches Personal nötig ist. Auf dem Arbeitsmarkt brauchen wir auch grundlegende neue Ideen und Reformen. Was der aktuelle neue Arbeitsminister angekündigt hat, geht uns da auch nicht weit genug. Weil wir haben ja schon seit vielen Jahren festgestellt, dass für all diejenigen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen, dass wir da einen sozialen Arbeitsmarkt brauchen. Und da haben wir auch jetzt wieder einen neuen Antrag eingebracht zum Thema öffentliche geförderte Beschäftigung, dass die betroffenen Menschen die Chance haben, aus dem Hilfebezug rauszukommen und über diese öffentlich geförderte Beschäftigung ihr eigenes Geld zu verdienen und es sich vielleicht dann auch dem ersten Arbeitsmarkt anzunähern. Ein weiterer für mich auch elementarer und demokratischer Grundsatz ist das Recht auf Selbstbestimmung. Ihr habt das ja mitbekommen, § 219a im Strafgesetzbuch stellt die in Anführungsstrichen Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft unter Strafe. Die aktuelle Gerichtsentscheidung verurteilt aber schon die sachliche Information von Ärztinnen und Ärzten. Deshalb haben wir und auch andere Fraktionen Anträge und Gesetzesentwürfe eingebracht zum Thema Aufhebung des § 219. Frauen müssen Rechtssicherheit und Informationsfreiheit genießen und selbstbestimmt handeln können. Zuerst sah es so aus, als ob wir sogar eine Mehrheit im Bundestag bekommen können, aber die SPD ist dann gleich am Anfang der Koalition eingeknickt, weil klar war, mit der Union kriegen sie das nicht hin und um die erste Koalitionskrise abzuwenden, haben sie ihren Gesetzentwurf jetzt quasi nicht eingebracht und nicht zur Abstimmung gestellt. Somit haben Union und SPD ihren Streit über das Werbeverbot für die Schwangerschaftsabbrüche erst mal vertagt. Das ist ein Einknicken zum Nachteil von Frauen und ein Kniefall von der Union, der von uns keinesfalls mitgetragen wird. Auch bei der Entkriminalisierung von Cannabis versuchten wir vor Koalitionsbildung Mehrheiten im Bundestag zu finden. Unser Cannabiskontrollgesetz vor einem Jahr hat ja leider keine Mehrheit gefunden. Wir haben es aktualisiert erneut eingebracht. Mit diesem Gesetz sollen Erwachsene einen regulierten Zugang zu Cannabis bekommen. Das Gesetz soll Cannabis weder verharmlosen, noch soll es zu vermehrtem Konsum anregen. Wir wollen aber den Konsum und die Herstellung von Cannabis kontrollieren und entkriminalisieren. Mal sehen, ob wir das wenigstens hinbekommen, da eine Mehrheit zu schaffen. Vor mehr als einem Jahr erschütterte uns der islamistische Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Noch immer bleiben Fragen und Ungereinten bei der Überwachung des Terroristen Anis Amri unaufgeklärt. Deshalb hatten wir Grüne uns schon vor einem Jahr für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ausgesprochen. Damals fanden wir keine Mehrheit. Nun ist es anders. Wir haben eine Mehrheit gefunden und der Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit aufgenommen. Wir hoffen, dass die Fehler und Missstände der zuständigen Behörden systematisch aufgearbeitet werden. Weitere schreckliche Anschläge müssen in Zukunft verhindert werden und die Versäumnisse müssen Konsequenzen haben. Der Bundestag hat sich nach der Wahl stark verändert. Nicht nur, dass wir mit 709 Bundestagsabgeordneten so viel wie wir noch nie waren und im Saal ist es, denk mal, enger geworden. Die FDP ist in den Bundestag zurückgekehrt. Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag stehen uns nun neue, inhaltliche, aber auch rhetorische und strategische Herausforderungen bevor. Wir haben in unserer Fraktion um den richtigen Umgang mit der AfD gerungen und als Zwischenstand immerhin festgestellt, es gibt nicht die eine richtige Strategie, um der AfD entgegenzutreten. Dauerempführung bringt uns nicht weiter. Deshalb brauchen wir ein stetiges Ausloten des passenden Umgangs. Der AfD gelingt es bisher, fast jedes Thema mithilfe völkischer Sprache auf ihre beschränkte Programmatik zuzuschneiden. Fakten werden verdreht, Positionen abgeändert und aus einer mehrheitlich männlichen Fraktion werden auf einmal passionierte Frauenrechtler. Ein Beitrag der AfD zum Elterngeld Plus wird auf einmal zur Volkstodrede. Das Elterngeld sei eigentlich ein Manipulationsinstrument und es verursache das Aussterben der Deutschen. Gestern auch sehr schön zur Rede, zur Umweltpolitik. Carsten Hilse, vielen von euch hier bekannt, Wahlkreis Bautzen, AfD-Abgeordneter. Der ist ja eigentlich Polizist, ist jetzt aber umweltpolitischer Sprecher und macht jetzt in Umweltpolitik. Und man kann einfach sagen, die Klimaleugnung hat jetzt im Bundestag einen Namen und der heißt AfD. Und wer sich da mal so eine klassische Klimaleugner-Rede anhören oder anschauen will, dem sei empfohlen, schaut euch die Rede von Carsten Hilse von gestern nochmal an. Da bleiben keine Fragen mehr offen. In einem anderen Antrag forderte die AfD die Aufnahme der deutschen Sprache als Landessprache. Erhard Grundl aus unserer Fraktion brachte es humorvoll bei seiner fulminanten Rede mit Gerhard Polt auf dem Punkt, braucht's das. Und damit war eigentlich alles gesagt. Das Verhalten der AfD im Parlament, ihre Anträge und Debattenbeiträge offenbaren das wahre Gesicht und das tatsächliche Ansinnen einer Partei, die anfangs noch als rechtspopulistisch galt. Inzwischen, kriegt man auch im Bundestag mit, ist sie zweifelsohne demokratiefeindlich, völkisch und rassistisch. Unsere Herausforderung besteht allerdings darin, den Provokationen der AfD keine Bühne zu bieten. Dabei ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, ruhig und souverän zu agieren und zu differenzieren. Und vor allem sollten wir nicht vergessen, die AfD haben ca. 12% gewählt. Aber es sind immerhin ca. 88% der Wählerinnen und Wähler, die die AfD nicht gewählt haben. Und für diese wollen wir Politik machen. Wir wollen gute grüne Politik machen und die richtigen Entscheidungen. Und wir werden in Zukunft dafür streiten, sowohl im Bundestag als auch auf allen anderen Ebenen, in allen anderen Regionen und natürlich auch hier in Sachsen. Weil wir wissen ja alle, dieses und das nächste Jahr ist für uns von entscheidender Bedeutung mit den Kommunaleuropa und vor allem den Landtagswahlen. Und deshalb möchte auch ich und Stefan und ich da auch unseren Beitrag leisten. Und deshalb vielen Dank für euer Vertrauen und das war es jetzt erstmal von mir. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Monika, für deinen Redebeitrag. Die nächste politische Rede anzukündigen ist mir eine besondere Freude. Ich bitte Britta Hassemann auf die Bühne. Sie ist erste parlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion und auch eine Streiterin für eine starke Grüne in den Kommunen. Ja, vielen Dank euch für die Einladung nach Sachsen auf eure LDK. Ich habe letzte Woche im Bundestag mit Monika schon überlegt, wann ich das letzte Mal in Sachsen bei einer LDK war. Das heute ist nicht die Premiere. Ich war schon mal in O-Schatz. Genau. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich bei euch bin. Ich danke euch für die Einladung. Ihr habt euch ja heute eine Menge vorgenommen. Landesvorstandswahlen und eine inhaltliche Debatte, inhaltliche Auseinandersetzung und Positionierung, gerade zu der Frage Demokratie, Beteiligung, Einmischung, Teilhabe. Und das finde ich natürlich einen ganz, ganz tollen Akzent. Denn mein Eindruck ist, das ist gerade etwas, was in Zeiten von großen Koalitionen viel zu kurz kommt und immer wieder in den Fokus gerückt werden muss von uns, von Bündnis 90 die Grünen. Und Monika hat ja gerade berichtet, die große Koalition auf Bundesebene, damit sind wir jetzt wieder erneut konfrontiert. Und wir haben in den letzten vier Jahren die Erfahrung gemacht, dass so viele Debatten im Deutschen Bundestag, und ich weiß nicht, wie es euch da hier in Sachsen im Landtag geht, ausgesessen wurden oder einfach abgewürgt wurden, weil man sich einfach zwischen Bundesregierung und den beiden Partnern einer großen Koalition, die heute viel kleiner ist als noch vor vier Jahren und noch viel kleiner ist, als wir das bei der Auflage 2009 schon hatten, dass man sich einfach ganz schnell einig ist zwischen Bundesregierung, SPD und Union. Und dass es deshalb überhaupt keine Diskursfreude, kein lebendiges Diskutieren, kein Ringen Oppositionen gegeben hat in den letzten vier Jahren im Deutschen Bundestag. Und das tut natürlich unserem Anspruch, Bündnis 90 die Grünen und unserem lebendigen Parlament, in keiner Weise gut, wenn man das Gefühl hat, da liegt Lehm, Mehltau über dem Parlament und alle bestätigen sich eigentlich nur, dass das, was der Vorredner gesagt hat, doch ganz in Ordnung ist und dass man das genauso sieht. Bei uns führte das im Deutschen Bundestag dazu in der letzten Legislaturperiode, dass Journalistinnen und Journalisten nach dem ersten sozusagen Papst der Redebeiträge aller Parteien im Deutschen Bundestag dann meistens auch gegangen sind, weil danach folgten eigentlich nur noch Bezugnahmen der CDU, CSU und der SPD auf die Regierung und auf sich selbst und man klopfte sich auf die Schulter. Liebe Freundinnen und Freunde, warum erzähle ich das? Weil ich finde, Demokratie und lebendiges Parlament im 21. Jahrhundert haben andere Ansprüche. Und Bürgerinnen und Bürger haben zu Recht auch andere Ansprüche an Politik und an Politikgestaltung. Und wozu eine immer wieder Neuauflage einer sogenannten Großen Koalition führt, zeigt ein Beispiel in Österreich. Dort sind wir seit Jahrzehnten konfrontiert mit Auflagen von Großen Koalitionen und sie haben letztlich dazu geführt, dass man an den Rändern im Bereich des Rechtspopulismus Kräfte gestärkt hat und sie haben dazu geführt, dass in Österreich das Thema Korruption eine ganz große Bedeutung hat, Intransparenz eine ganz große Bedeutung hat und so weit wollen wir es hier nicht kommen lassen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb streiten wir natürlich für starke Grüne im Bundestag und in den Landesparlamenten, denn wir können hier einen Akzent setzen, auch wenn es um das Thema Demokratiebeteiligung geht, nicht nur inhaltlich im Bereich, da steht es und hier ist die Sonnenblume der Frage der Ökologie und der sozialen Frage. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist aus meiner Sicht absolut wichtig, auf diese Art von Politikstil einen Blick zu wenden und deutlich zu machen, dass wir ein Gegenpol dazu sind. Ein Politikstil, der nämlich sagt, geht doch mal alle vier oder fünf Jahre zur Wahl und wir richten es dann schon, zieht euch einfach in Ruhe zurück und lasst uns mal schalten und walten, der trifft doch nicht das Lebensgefühl der Menschen und er trifft doch auch nicht das Bedürfnis nach Einmischung. Denn jede und jeder von uns, und da komme ich zu den Kommunen, hat doch Lust und Interesse vor Ort in seinem eigenen Lebensumfeld, sein Gemeinwesen, vielleicht die Kulturangebote, den Naturschutz oder die Frage, wie gestalten wir denn die Jugendpolitik vor Ort mitzugestalten und deshalb ist es so wichtig, diesem Politikstil, lasst uns das mal machen, wir richten es schon, etwas entgegenzusetzen und deshalb finde ich eure Antragsinitiative und eure Debatte auch so gut, denn die macht deutlich, ihr wollt Wert legen darauf zu sagen, wir haben ein Interesse daran, dass Menschen zum einen das Gefühl haben, wir meinen das ernst mit der Einbeziehung, mit dem Wert darauf legen, andere Meinungen zu hören, zu diskutieren und zu erörtern und dann auch den Wunsch, sich beteiligen zu können und dafür Formate und Möglichkeiten zu schaffen. Und gerade diese Diskursfreude, glaube ich, ist bedeutend, wenn wir an die Parlamentsarbeit denken und wenn wir auch an das demokratische Miteinander im Gemeinwesen, in der Stadt und auch im Land denken. Und beim Thema Parlamentsreform, da muss man sich doch nicht wundern, dass gerade wir immer wieder den Finger in die Wunde legen. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Sächsischen Landtag praktiziert wird. Bei uns ist das so, im Bundestag, da wird bei der Regierungsbefragung, die wir haben, schlägt die Regierung dem Parlament das Thema für die Regierungsbefragung vor. Leute, was ist denn das für ein Selbstverständnis eines lebendigen Parlamentes? Also, ich bin doch nicht Parlamentarierin geworden dafür, dass mir die Regierung sagt, zu welchem Thema ich Ihnen eine Frage stellen darf. Ich habe eine Kontroll- und Aufsichtsfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Dafür haben die mich gewählt und euch auch in den Sächsischen Landtag. Und das kann ich doch wahrnehmen, ohne dass die Regierung mir sagt, wozu ich denn bitte schön eine Frage stellen soll. Das können wir ganz selbstbewusst selbst entscheiden. Und deshalb streiten wir im Bundestag für eine Reform der Regierungsbefragung, weil wir finden, dass das total anachronistisch ist, im 21. Jahrhundert zu sagen, so, das ist das Thema, zu dem dürft ihr uns mal eine Frage stellen. Bei uns treibt das dann solche Blüten wie in der vorletzten Woche, dass alle eigentlich in und außerhalb des Parlamentes über das Urteil zur Luftreinhaltung geredet haben. Es ging am Dienstag, kam das Urteil zur Luftreinhaltung und zu der Frage der Belastung durch die Abgase. Und am Mittwoch schlug uns die Regierung dann vor, wir könnten jetzt zu den Dezibel- und Lärmbelastungsfragen rund um die Weltmeisterschaft im Fußball bei Public Viewing Fragen an die Regierung stellen. Also das war uns ein bisschen unterkomplex, muss ich euch sagen, weil ich kann, und das sage ich als überzeugter Fußballfan, ja, habe schon das ein oder andere Spiel gesehen und mache mich vielleicht jetzt nicht beliebt, aber wir spielen in einer anderen Liga als eure Vereine. Ich bin Mitglied bei Arminia Bielefeld und habe eine Stehplatz-Dauerkarte. Trotzdem fand ich, warum sollen wir eigentlich an einem Tag nach dem Urteil, wo alle Orten über das Thema Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz, die Frage drohender Fahrverbote, die Frage sauberer Lufteinhaltungswerte, die Frage von Abgastricksereien geredet haben, warum sollen wir eigentlich im Bundestag die Regierung zu der Frage von Dezibelbelastung bei der WM 2018 fragen. Wir haben dann kurzerhand beschlossen, wir machen das einfach nicht und stellen zu sieben Abgeordneten nur Fragen zur Verkehrswende. Hat wunderbar funktioniert. Und ich finde, so selbstbewusst muss sich ein Parlament geben. Oder ich weiß nicht genau, wie das bei euch in Sachsen ist, stellt sich eigentlich hier der Regierungschef den Fragen des Parlaments. Ich fände das eine gute Idee. Warum soll das eigentlich nicht die Regel sein? Bei uns im Bundestag streiten wir gerade dafür, denn die Kanzlerin stellt sich mindestens zweimal im Jahr den Fragen der Bundespressekonferenz, was ich sehr gut finde. Aber warum eigentlich nur der Bundespressekonferenz und nicht den gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentariern? Ich finde, auch denen gegenüber können Fragen beantwortet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, und das hat was mit Demokratie zu tun. Das hat was mit einem Grundverständnis vom Parlament zu tun. Und deshalb finde ich, ist das keine Petitesse, sondern ein wichtiger Punkt, für den man streiten sollte. Und es macht das Parlament lebendiger. Ich glaube, dass es auch ein Beitrag dazu ist, und das gilt nicht nur für eine Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, sondern daran müssten originär alle im Parlament vertretenen Parteien, Fraktionen, Interesse haben. Denn es sorgt doch a. für mehr Lebendigkeit, b. für mehr Verständnis und mehr Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Und es belebt den Diskurs über unterschiedliche Auffassungen in bestimmten Themen. Und deshalb finde ich wichtig, dass es zu solchen Veränderungen kommt im Parlament, um nur ein oder zwei Beispiele zu nennen. Ich finde auch, dass es ein verbindliches Lobbyregister geben sollte. Und nicht nur eine Verbändeliste darüber, wer z.B. ein- und ausgeht in einem Parlament oder die Regierung berät. Es gibt immer Interessenwahrnehmung von Verbänden, Institutionen, von Vereinen gegenüber dem Parlament und auch der Regierung. Aber das sollte doch klar geregelt werden. Und ich frage mich, warum wir das nicht genauso machen können, wie es auf europäischer Ebene schon längst der Fall ist. Dass dort nicht Regierungsorganisationen und Verbände und Unternehmen angeben müssen, in welchem Bereich sie lobbyieren wollen und mit wem sie das tun wollen. Und deshalb sich natürlich auch in ein verbindliches gesetzliches Lobbyregister eintragen. Ich finde, so etwas könnte Selbstverständlichkeit sein. Das würde für mehr Transparenz sorgen in der Frage von Wahrnehmung von Interessen und auch die Frage möglicher Interessenkonflikte offenlegen. Also auch hier haben wir noch was zu tun. Und ich finde, das könnte selbstverständlich sein im Sinne von, wir brauchen mehr Transparenz bei der Frage, wer nimmt Einfluss auf was. Und ein legislativer Fußabdruck bei Gesetzen ist, glaube ich, überfällig im 21. Jahrhundert. Das macht deutlich, wie wir das in Bezug auf viele Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag haben, wo wir nur ganz bruchstückhaft dann durch Rückfragen von uns Parlamentarierinnen herausfinden, wer hat eigentlich Einfluss genommen auf den jeweiligen Gesetzentwurf, der heute eingebracht wird. Und ich finde, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht nur gegenüber dem Parlament, sondern auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Demokratie braucht gezielte Förderung, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit setzt ihr euch ja auch in eurem Antrag, auf Grün kommt es an, auseinander. Genau, wir können nicht immer nur über Demokratie reden, wir müssen auch gezielt darüber reden, wie können wir denn Demokratie, wie können wir Zivilgesellschaft, wie können wir demokratische Teilhabe verbessern. Und das kann man nicht nur in Sonntagsreden formulieren, sondern dafür muss man was tun. Da kommt es ganz entscheidend auf das Thema Bildungspolitik an. Wie sieht es denn in der Bildungspolitik aus? Wie ist das denn mit dem Fach politische Bildungsarbeit? Wie wird die denn gemacht? Fällt die eigentlich hinten rüber? In der Regel, weil es einen Stundenplanengpass gibt, weil es einen Lehrermangel gibt? Oder wird die wahrgenommen? Wie ist es denn eigentlich mit Begegnungsstätten oder Möglichkeiten von Treffpunkten für Jugendliche und junge Erwachsene, wo das Thema politische Bildungsarbeit eine Rolle spielen könnte? Fällt die eigentlich hinten rüber oder sind die schon geschlossen, weil sie zu sogenannten freiwilligen Leistungen gehören und deshalb sich die Kommune A oder B die nicht leisten können? Das sind aus meiner Sicht ganz konkrete Schritte, wo wir im Hinblick auf die Frage, wie können wir eigentlich die Lust und das Interesse an politischer Arbeit, an politischer Einmischung, an dem jeweiligen Ort, der kann ja ganz unterschiedlich sein, es müssen ja nicht alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden wollen im Landtag oder im Bundestag. Es ist vielleicht auch die Einmischung vor Ort, hier im Ort oder in Leipzig im Stadtrat oder vielleicht einfach bei Greenpeace oder beim BUND oder sonst wo. Aber die Frage, wie kann ich eigentlich junge Menschen motivieren und nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich ist das, da gehört die Frage lebenslanges Lernen auch dazu, politische Bildungsarbeit auch wirklich ernst zu meinen und zu implementieren. Denn politische Bildung darf aus meiner Sicht keine Worthülse sein, sondern muss in Lehrplänen fest verankert sein und muss Gegenstand unserer Kultur und auch unserer politischen Arbeit sein. Partizipation von Jugendlichen gehört aus meiner Sicht genauso dazu. Und das ist was, da haben wir gerade auf Bundesebene im Hinblick auf die Frage Demokratieförderung, Demokratiestärkung, auch die Frage Verstetigung von Mitteln. Denn in der Regel ist das ja so, keine wüsste es besser als Monika, weil die seit Jahren in dem Bereich arbeitet, haben wir ja ständig die Abhängigkeit von Projekten, die sich zum Beispiel im Bereich der Demokratieförderung engagieren oder in der Bekämpfung von Rechtsextremismus engagieren, haben wir jedes Mal ein Problem, weil von Haushalt zu Haushalt sich die Initiativen und Verbände alle nur über Projektmittel finanzieren und dann immer ganz abhängig sind, sobald die erste Hälfte der Projektmittel rum ist und der Projektzeit sich wieder mit der Antragsbefassung für die nächste zu befassen. Und deshalb wäre es wichtig, auch ein Demokratiestärkungsgesetz auf Bundesebene zu verankern und mal festzulegen, was und wie kann Arbeit dauerhaft gesichert werden. Das entlässt natürlich die Landesebene nicht aus der Verantwortung, sich des Themas Demokratiestärkung genauso anzunehmen und zu sagen, wo ist denn im Bereich der Bildung, wo ist denn im Bereich der Jugendarbeit und wo ist denn im Bereich der Arbeit gegen Rechtsextremismus auch ein Anknüpfungspunkt, Landesmittel zu verstetigen und in die Arbeit vor Ort zu geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und könnte ein Beitrag sein, Demokratie auch wirklich zu stärken. Wenn wir an Demokratiestärkung denken, dann geht es aber, liebe Freundinnen und Freunde, auch darum, wie ist es denn eigentlich um die Fragen von Teilhabechancen, um soziale Sicherheit und eine verlässliche Infrastruktur bestellt. Denn da, wo vor Ort überhaupt nichts zu gestalten ist und Menschen den Eindruck haben, hier wird nur Mangel verwaltet, weil eine Stadt oder eine Gemeinde sich aus eigener Kraft überhaupt nichts mehr leisten kann und die Kultureinrichtungen, die Sporteinrichtungen oder auch die Jugendeinrichtungen geschlossen sind, weil sie zu sogenannten freiwilligen Leistungen zählen, da muss man sich ja auch nicht wundern, dass da Engagement immer weiter zurückgeht, weil viele vielleicht denken, hier kann ich doch eh nur den Mangel verwalten und gar nichts aktiv gestalten. Und deshalb ist es, glaube ich, auch bedeutend, an dieser Stelle zu sagen, wie sind zum einen unsere Kommunen ausgestattet? Sind die überhaupt in der Lage, auch diesen Grundbedürfnissen entgegenzukommen, diesen zu entsprechen? Wie ist es denn eigentlich bestellt um die soziale Situation vieler Menschen? Da sind wir in der Verantwortung auf Bundesebene, zu sagen, man muss sich nicht sorgen um die Zukunft, sondern das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit muss auch durch eine armutsfeste Grundsicherung, muss durch die Frage, ist uns jedes Kind gleich viel wert und heben wir endlich, bekämpfen wir endlich die Kinderarmut in einem so reichen Land wie unserem. Wir haben zwei Millionen Kinder, die in Armut leben. Das ist doch skandalös in so einem reichen Land. Was ist mit der Sorge, die viele Menschen umtreibt, im Alter arm zu sein? Haben wir jetzt endlich die Kraft, auch Mehrheiten dafür zu organisieren, dass wir eine Garantierente auflegen, dass wir diese Frage Altersarmut, dieser Sorge, die viele Menschen umtreibt, etwas entgegensetzen? Viele Menschen haben gebrochene Erwerbsbiografien, haben nicht 40 oder 45 Jahre in einem und demselben Job gearbeitet und ihre Rentenansprüche reichen dann nicht aus. Kommen wir durch Konzepte und Ideen, die wir haben zur Alterssicherung, dem entgegen und können damit auch eine Basis legen für soziale Sicherheit? Oder Monika, du hast es ja angesprochen, das Pflege-Sofort-Programm. Jede und jeder von uns weiß, dass diese 8.000 Stellen, die jetzt gerade in Berlin von der Koalition angekündigt werden, doch noch nicht mal in Tropfen auf den heißen Stein sind. Wir haben doch weit über 13.000 Pflegeeinrichtungen stationär allein. Das ist noch nicht mal eine Pflegekraft pro Einrichtung, die da versprochen wird. Und hier müssen wir einfach liefern als Bundesebene, um vor Ort auch die Bedingungen und die Grundlagen zu verbessern, sodass jede und jeder das Gefühl hat, Selbstbestimmung und Teilhabe sind nicht einfach nur was für bestimmte Leute, sondern da kann ich auch mittun, da kann ich mich einmischen und da habe auch ich was davon. Liebe Freundinnen und Freunde, und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Grundlagen für soziale Grundsicherung auch legen, sodass eine Zivilgesellschaft, ein Gemeinwesen, das Menschen Lust haben, sich zu engagieren, sich einzubringen und sich nicht hauptsächlich mit der Sorge darum, ob sich jemand um sie kümmert oder nicht befassen müssen. Und ich glaube, dass wir über diese Frage Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in diesem Zusammenhang wirklich ernsthaft in dieser Legislatur noch mal reden müssen, denn die Situation ist nicht überall gleich und es gibt ganz unterschiedliche Chancen, dass Menschen auch wirklich sich einbringen können, sich beteiligen können und überall Grundbedürfnisse auch zufriedenzustellen sind. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir in dieser Legislatur in einer Kommission noch mal wieder diskutieren über die Frage Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir Grüne haben da eine Idee eingebracht und haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine neue Gemeinschaftsaufgabe, regionale Daseinsvorsorge, um auf die unterschiedlichsten, die ganz unterschiedlichsten Bedürfnislagen vor Ort, denn in keinem Bundesland ist es gleich. Weder bei mir in Nordrhein-Westfalen, da gibt es boomende Städte wie Düsseldorf und Mettmann und andere, die brauchen keine Unterstützung. Ja, denen geht es gut. Die haben sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen, die können sich alles leisten, Investitionen in energetische Gebäudesanierung, die warten auf kein Programm oder Sozial- oder Kulturarbeit. Aber es gibt eben auch andere Städte, die können gar nichts machen. Und dafür glaube ich, das gibt es ja in jedem Bundesland so, wenn man sich das genau anguckt. Dafür brauchen wir eine Diskussion über die Frage, was können wir eigentlich mit so einer Idee, regionale Daseinsvorsorge, Gemeinschaftsaufgabe machen. Hier braucht es eine Umwidmung der jetzt bestehenden bisherigen Gemeinschaftsaufgaben. Und ich hoffe, dass wir uns mit ganz viel Effekt und positiven Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, in die aktuelle Debatte einbringen können. Neue politische Kultur braucht Mut und Tatkraft. Das, finde ich, strahlt ihr aus mit eurem Antrag, mit der Tatsache, dass ihr sagt, ihr findet euch nicht damit ab, dass man alle vier oder fünf Jahre wählen geht und dann richten andere es schon. Sondern ihr sucht nach Formen der Beteiligung, der Partizipation und der Teilhabe vieler. Und ich finde, das macht doch Politik lebendig. Das macht Politik so anfassbar und auch gestaltbar für jede und jeden von uns. Und deshalb lasst mich schließen damit, ich finde es wichtig, dass wir inhaltlich als Grüne, klar, die soziale und ökologische Frage, die gehört zusammengedacht. Und deshalb braucht es auch die Grünen im Parlament, stark vertreten im Parlament, ob in Sachsen oder bei uns im Bundestag. Dies denkt nämlich keiner so wie wir. Manche konzentrieren sich auf die soziale Frage, auf die ökologische leider niemand mehr. Denn der Klimaschutz ist im Koalitionsvertrag in Berlin gerade abmoderiert. Der findet nicht mehr statt, weil man sich selbst zugebilligt hat, die Klimaschutzziele 2020 gar nicht erst einhalten zu können und zu wollen. Und deshalb ist die Verknüpfung der sozialen und ökologischen Frage ein Kernbestandteil grüner Politik und auch ein Alleinstellungsmerkmal grüner Politik. Und damit können wir, glaube ich, Menschen ansprechen und davon überzeugen, dass das wirklich eine Zukunftsherausforderung ist, der wir uns stellen als Grüne. Für mich gehören die Fragen der Bürgerrechte und des Rechtsstaats und der Frage, wie kann eine lebendige Demokratie aussehen, genau so dazu. Und deshalb freue ich mich, dass ihr das in eurem Antrag heute so stark macht und hier diskutiert. Lasst mich schließen mit Heinrich Böll, der sagte einmal, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Das finde ich auch und das sollte für viele, viele Menschen so sein. Vielen Dank. Applaus 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 Als Robert gestern da war, haben wir das auch schon gesagt, wir Sachsen sind eigentlich ein unglaublich gastfreundlicher Menschenschlag, eigentlich offenherzig und progressiv. In den aktuellen Debatten kommt es nicht so rüber, aber du siehst es ja an uns. Deswegen haben wir dann auch gleich noch was. Ich möchte an der Stelle eine kleine Anekdote erzählen. Als Britta nämlich das letzte Mal da war, das war am 2. Oktober und dann auch am 3. Oktober, dass Britta zusammen mit Claudia Roth gekommen hat, hat gesagt, wir sind am 3. Oktober sowieso da und wir wollen uns mal angucken, was bei euch in Sachsen los ist. Und wir haben überlegt, was können wir machen und haben gesagt, das war 2016, wir fahren nach Bautzen. Und sind dann das Bürgerbüro von Franziska Schuburt gefahren und haben uns da zusammengesetzt mit Annalena Schmidt und Vertreter Freie Press war da, Jens war da und haben Claudia und Britta geschildert, was so in Sachsen los ist. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, ihr wart, glaube ich, ein Stück weit fassungslos, was da los ist in Sachsen. Und natürlich kann man fassungslos sein, aber es gibt ja hier ganz viele Menschen, die das ändern wollen. Du hast ja gesagt, Einmischung ist genau das, was wir an der Stelle leben. Und deswegen, gleich Buch hat Robert auch bekommen, ist quasi die, der kleine Sachsen-Almanach, Sachsen verstehen, der Klassiker unter Sachsen. Da steht alles nochmal drin, wie es gewesen ist, mit Debattenbeiträgen, mit der Einmischung genau dazu. Und deswegen vielen Dank, dass du da bist. Britta hat uns im Vorfeld auch versprochen, das hat Robert gestern auch gesagt, dass im Landtagswahlkampf 2019 die Bundespartei, die Bundestagsfraktion alles dafür tun wird, um uns hier in Sachsen zu unterstützen für eine Einmischung für die Demokratie in Sachsen. Danke, Britta, dass du da warst. Ja, Britta, auch von uns nochmal ganz herzlichen Dank hier vom Präsidium. Du hast die Frage gestellt, wie das mit der Ministerbefragung in Sachsen ist. Gibt es noch nicht so lange. Die Staatsregierung stellt das erste Thema und schlägt vor, welcher Minister befragt wird. Und wir Grünen sind dann alle fünf Monate dran und können ein eigenes Thema benennen. So, dann sind wir jetzt mit dem Tagesordnungspunkt hier fertig. Petra hat gebeten, nochmal eine kurze Aktion anzukündigen. Und wir nehmen dann den Präsidiumswechsel hier vor. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen heute am zweiten Tag unserer Landesdelegiertenkonferenz eine Fotoaktion machen. Und zwar eine Fotoaktion, in der es um die Frage des kommunalen Wahlrechts für Drittstaatsangehörige geht. Die Landtagsfraktion wird einen Gesetzentwurf in Kürze in den Landtag einbringen, dass wir das Kommunalwahlrecht für diese Personengruppe, von der eine nicht unbeträchtliche Zahl in Sachsen lebt, einführen wollen in Sachsen. Und wenn ihr Lust habt, wir haben verschiedene Sprechblasen vorbereitet, es geht um eine Aktion, vor allem in den sozialen Netzwerken, dann könnt ihr euch hier vorne in der Ecke knipsen lassen, bei der GRIT melden. Also wir würden uns freuen, wenn das viele unterstützen. Eine ganz kleine, kurze Geschichte noch. Petro Montero, der Chef des Chemnitzer Migrationsbeirates, kommt aus Peru, lebt schon 29 Jahre in Chemnitz, ist Ingenieur, arbeitet bei VW. Und er war total begeistert, als er das gehört hat, dass er endlich da, wo er lebt, wo er Steuern zahlt, auch mitbestimmen kann, dass er gewählt werden kann. Alles Dinge, die jetzt sozusagen noch nicht möglich sind. Beteiligt euch rege, wir würden uns sehr freuen. Danke. Applaus So, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 8, politische Kultur. Wir haben dazu einen Antrag vorliegen, P01, auf grün kommt es an, für eine neue politische Kultur in Sachsen, der von dem Landesvorstand eingebracht wird. Wir haben dazu eine allgemeine Aussprache vorgesehen, mit zwei gesetzten Beiträgen und sechs gelosten Redebeiträgen. Also bringt euch gerne ein. Der Antrag wird zunächst von Christine Melcher hier oben eingebracht. Ich bitte dich, Christine kommt zu uns. Und ihr könnt schon immer eure Wortmeldungen hier ankündigen, indem ihr euch in die Box einwerft. Christine, du hast sieben Minuten. Ja, herzlichen Dank. Britta hat ja schon eine hervorragende Einleitung zu unserem Antrag politische Kultur in Sachsen vorgebracht. Ich möchte es noch ein bisschen ausführen und euch den Antrag etwas näher vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, weltweit befinden sich autoritäre, nationalistische und rassistische Bewegungen im Aufwind. Auch in Deutschland ist der Akzeptanzverlust eines einst zu stabilen politischen Systems unübersehbar. Robert hat gestern in seiner Rede einen Satz aus unserem Antrag hervorgehoben, den ich auch nochmal hervorheben möchte. In Sachsen zeigt sich wie in einem Brennglas, dass eine offene und demokratische Kultur alles andere als selbstverständlich ist. Aber anstatt die Strukturen zu ändern, die Menschen dazu bringt, sich an den demokratischen Rändern zu verabschieden, versucht die CDU-geführte sächsische Staatsregierung lediglich mit überhöhtem Sachsenstolz und dem Schüren von Ängsten, denen entgegenzuwirken. Sachsen ist, traurigerweise, zu einem bundesdeutschen Negativsymbol geworden. Doch nur wer erkennt, dass die sächsischen Verhältnisse auch Ergebnis von globalen Entwicklungen ist, wird etwas ändern können. Wir spüren das Auseinandertriften von Stadt und Land, eine eklatante Spaltung zwischen Arm und Reich. Viele Menschen verlieren die Übersicht in einer sich stetig ändernden Welt. Wir sehen uns konfrontiert mit einer Durchökonomisierung von Job, Kindern und Privatleben. Eine Gesellschaft nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Nicht nur, aber auch in Sachsen werden diese Herausforderungen mit einem autoritären Politikstil und Identitätsangeboten befeuert. Der demokratische und Gemeinsinn stiftende Mehrwert von einer engagierten, sich einmischenden und kritischen Bürgerinnenschaft wird in Sachsen seit Jahren nicht erkannt, ja sogar behindert. Die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Sachsen in Gefahr. Es ist Zeit für eine neue politische Kultur, eine Politik, die für Teilhabe, Solidarität und eine liberale Bürgerinnengesellschaft steht. Wenn wir verhindern wollen, dass Menschen sich an den demokratischen Rändern verabschieden, dann müssen wir das Gemeinwesen stärken. Wir müssen wieder Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme schaffen. Eine Politik des gesellschaftlichen Zusammenhalts muss ihren Blick auf alle Menschen in unserem Land richten. Nur wer sich keine Sorgen machen muss, dass er sein Kind nicht ernähren kann, nur wer sich keine Sorgen machen muss, nicht abgeschoben zu werden, nur wer sich keine Sorgen über die Zukunft seines Beschäftigungsverhältnisses machen muss, wird sich auch für das Gemeinwesen stark machen. Wir wollen, dass die Menschen wieder Vertrauen in die staatlichen Institutionen und in die soziale Infrastruktur haben. Wir Grüne wollen einen inklusiven Arbeitsmarkt, der Barrieren abbaut. Wir wollen ein inklusives Bildungssystem, das Gemeinsamkeiten schafft, auch über die vierte Klasse hinaus. Nur wenn wir es schaffen, das Gemeinsame zu stärken, dann wächst auch der gesellschaftliche Zusammenhalt. In unserer modernen und vielfältigen Gesellschaft ist Zusammenhalt immer auch der Zusammenhalt von verschiedenen Menschen. Wir Grüne verstehen Vielfalt als Chance. Es ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft, wenn alle Menschen selbstbewusst und diskriminierungsfrei leben können. Britta hat es eben auch schon gesagt und Monika erwähnt. Und ihr wisst es, wir unterstützen ja als Grüne seit Jahren jene Projekte und Programme, die sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit richtet. Doch es braucht mehr in Sachsen. Wir brauchen eine Kultur des Respekts und der Vielfalt in allen staatlichen Institutionen. Wir Grüne wollen daher eine Weiterbildungsoffensive und eine Sensibilisierung für Vielfalt und Respekt in Regierungen, Polizeirevieren, in Verwaltung und allen staatlichen Institutionen. Ein weiter wichtiger Punkt unseres Antrags ist die Stärkung des Rechtsstaates. Die sächsische Staatsregierung rüttelt kräftig an den Pfeilern unseres freiheitlichen Rechtsstaates. Anlasslose Überwachung, die Einschränkung von Grundrechten zeigen deutlich das zunehmende Misstrauen des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen. Der Stellenabbau bei der Polizei und der damit verbundene Rückzug aus der Fläche hat vielerorts für Verunsicherung geführt. Aber auch das manchmal unverhältnismäßige Eingreifen der Polizei auf Demonstrationen hat das Vertrauen gefährdet. Wir Grüne wollen daher die anonymisierte Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen einführen und eine unabhängige Beschwerdestelle einrichten. So schaffen wir wieder wechselseitiges Vertrauen zwischen Bürgerinnen und Polizei. Die Akzeptanz von demokratischen Entscheidungsprozessen wächst, je näher Regierungen und Parlamente am lokalen Umfeld dran sind. Das hat nicht zuletzt auch der Sachsenmonitor deutlich gemacht. Doch kommunales politisches Engagement wird in Sachsen zu wenig gefördert. Gerade auf kommunaler Ebene wollen wir daher die Voraussetzungen verbessern. Wir Grüne wollen die Rahmenbedingungen für das Engagement in Kreistagen und Gemeinderäten verbessern. Dazu braucht es landesweit einheitliche Regelungen zur Fraktionsbildung und Finanzierung. Sowie natürlich auch, ihr wisst das, eine Verbesserung der Entschädigungen. Sachsen muss auch endlich die Beteiligungs- und Informationsrechte verbindlich regeln. Die Digitalisierung bietet hier viele Möglichkeiten, damit sich Menschen leichter einbringen und mitentscheiden können. Ein wichtiges Instrument für die Beteiligung sind Volksbegehren. Hier fordern wir seit Jahren die Absenkung der Mindestquoren. Vor allem bei jungen Menschen wächst das Misstrauen in Politik. Hier braucht es geeignete Instrumente, um junge Menschen an Politik und demokratische Entscheidungsprozesse heranzuführen. In Bildungsinstitutionen müssen daher Beteiligungsinstrumente mehr Anwendung finden. Wir fordern daher seit Jahren die Stärkung der Schulkonferenzen, aber auch die Viertelparität an Hochschulkremien und die Stärkung der Studierendenräte. Ja, und wir diskutieren auch über ein Wahlalter. Wir werden nachher noch über das Wahlalter 16 oder 14 abstimmen und da freue ich mich sehr über die Debatte. Der Ort, wo über die Zukunft unseres Landes entschieden wird, ist der Landtag. Doch wirklich sachorientierte und leidenschaftliche Debatten finden da nicht statt. Nicht die Taktik einer Partei darf entscheidend sein, sondern das inhaltliche Ringen um die beste Lösung für unser Land. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen in Sachsen einen Aufbruch in eine neue demokratische Kultur. Eine Kultur, die die Freiheit des Einzelnen schützt, Einmischen und Teilhabe fördert und den Gemeinsen stärkt. Das ist auch unser Gründungsversprechen unserer Partei. Einmischen lohnt sich. Ich bitte daher um Unterstützung des Antrages. Vielen Dank, Christine. Wir gehen nun in die allgemeine Aussprache und ich möchte mich zunächst nochmal korrigieren. Wir haben nicht zwei, sondern einen gesetzten Redebeitrag, weil Anne Kämmerer krank ist. Insofern haben wir hier die Möglichkeit, noch mehr miteinander zu diskutieren. Und sieben geloste Redebeiträge sind möglich. Wir starten nun zuerst mit einem männlichen Redebeitrag. Da möchte ich jetzt schon Hannes Merz, KV Sächsische Schweiz Ost-Erzgebirge, nach vorne bitten. Danach folgt Katja Mayer, KV Meißen. Und an der Stelle eine herzliche Aufforderung an die Frauen, sich auch hier zahlreich einzuwerfen, weil im Moment haben wir keine weiteren Wortmeldungen. Du hast drei Minuten, Hannes. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir über Demokratie und über demokratische Kultur in Sachsen sprechen, müssen wir auch über die demokratische Kultur im ländlichen Raum und in den kleinen Orten sprechen. Denn dort ist in den letzten Jahren seit 1990 etwas passiert, was die Etablierung von Demokratie sehr schwer macht. Nämlich, dort sind die Zentren gefallen. Ohne ein Zentrum im Ort, ohne ein Vereinsheim, ohne eine Kirche, ohne eine gewisse staatliche Struktur und auch gesellschaftliche Struktur, wird es uns immer schwer fallen, in den Kommunen vor Ort Demokratie zu verankern. Weil eine Kommune ohne örtliches Zentrum wird auch sehr schwer ein gesellschaftliches Zentrum entwickeln können. Deshalb muss es auch unsere Aufgabe sein, dafür zu streiten, dass wir die Kommunen gerade im ländlichen Raum entwickeln, dass wir dort wieder Zentren schaffen, dass wir dort Anlaufpunkte schaffen, in denen diskutiert werden kann, in denen über Politik diskutiert werden kann, in denen aber auch über gesellschaftliche Entwicklungen diskutiert werden können. Das sind zum einen die Zentren, zum anderen sind das natürlich auch die Orts- und Gemeinderäte. Die müssen auch bedacht werden, die müssen wir stärken. Dort braucht es eine neue Diskussionskultur. Es kann nicht mehr sein, dass wir in den kleinen Orten Bürgermeister haben, die sich faktisch noch in alter Vätersitte als die örtlichen Herrschaften und Grafen aufhören und per Anordnung bestimmte Sachen durchsetzen. Das muss diskutiert werden. Wir brauchen diese neue Diskurskultur in den Städten und Gemeinden. Wir brauchen auch eine Offenheit, dass Sachen angesprochen werden können, auch wenn sie vielleicht uns als Grünen manchmal nicht gefallen. Aber das gehört auch dazu. Aber wir sagen auch denjenigen, die sich immer hinstellen und sagen, man darf sich bei uns seine Meinung nicht mehr äußern. Doch, ihr dürft. Ihr dürft eure Meinung äußern. Ihr dürft auch Sachen sagen, die uns nicht gefallen. Ihr dürft auch bis an die Grenzen gehen. Nur ihr müsst damit leben, dass es da einen Widerspruch gibt und dass der genauso stark ist und genauso laut ist wie eure Äußerung. Und nur wenn wir das anpacken, wenn wir dort unsere Leute vor Ort stärken, unsere Gemeinde und Stadträte stärken und das Thema weiterhin auf allen Ebenen spielen, vom Ortschaftsrat über die Kreistage, über den Landtag bis zum Bundestag, nur dann haben wir auch eine Chance in den ländlichen Gemeinden Demokratie und demokratische Kultur neu zu etablieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Hannes. Nun ist Katja Mayer als nächster geloste Redebeitrag dran. Danach folgt Valentin Lippmann als gesetzter Redebeitrag. Auch du hast drei Minuten, Katja. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Als Tillich nach der Bundestagswahl hingeworfen hat und quasi Kretschmer das Täter übernommen hat, haben sich ja SPD und CDU schon fast besoffen geredet zum politischen Neuanfang, den sie hier versprochen haben. Aber keiner von denen hat eigentlich erklärt, was heißt denn ein politischer Neuanfang, mit welchen konkreten Maßnahmen, was soll denn eigentlich geändert werden. Übrig geblieben nach 100 Tagen Kretschmer ist eigentlich davon nur eine hohle Phrase. Und die Ruhigstellung der Bevölkerung ist ja in den letzten 27 Jahren von der CDU hier zur Staatsräson erhoben werden. Und ich habe den Eindruck, so wird es auch weitergehen. Und genau in diesem Vakuum hat sich eine Art Dienstleistungsmentalität in der Bevölkerung entwickelt. Die Menschen erwarten, dass Dinge sofort passieren, dass Probleme von den Politikern da oben sofort gelöst werden. Dann ähnlich eine Online-Bestellung, die mir sozusagen 24 Stunden später an die Haustür geliefert wird. Und viele haben den Eindruck, dass mit der Wahl von Abgeordneten die Verantwortung für die Lösungsfindung an sie abgegeben wird und sie überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit machen. Aber es gibt zum Glück auch viele Leute, die das anders sehen. Und auch wir Grüne sehen das anders und haben hier ein anderes Grundverständnis. Wir Grüne, wir stehen für einen Aufbruch in eine moderne Bürgergesellschaft, die das in ihr liegende Potenzial zu sachgerechten Lösungen, mit denen alle gut leben können, schätzt und nutzt. Aber dafür, liebe Freundinnen und Freunde, dafür brauchen wir vor allem eins, nämlich Transparenz. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, was ihre Staatsregierung, was ihre Verwaltung, was ihre Stadtverwaltung tatsächlich plant. Und deswegen haben wir Grüne auch in den Landtag ein Transparenzgesetz eingebracht, was wir in wenigen Wochen auch im Landtag diskutieren werden. Aber so ein Transparenzgesetz setzt natürlich auch einen Mentalitätswandel voraus und vor allem auch eine Änderung der Haltung von Politik und Verwaltung. Man muss bereit sein, Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe zu akzeptieren und sie nicht weiter als Bittsteller in Zeiten des aufgeklärten Absolutismus hier zu behandeln. Von einer informierten Bürgergesellschaft muss Politik und Verwaltung keine Angst haben. Im Gegenteil, es ist ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Und natürlich, natürlich ist es anstrengend, Entscheidungsprozesse transparent zu machen, zu erklären, was genau geplant ist und die Leute von Anfang an einzubinden. Und ja, manchmal ist es auch durchaus eine Zumutung, sich mit den Leuten zu streiten und sich dieser Kritik auseinanderzusetzen. Aber verdammt nochmal, das ist doch Demokratie, das ist doch eine Einbindung und das müssen wir aushalten und das ist auch gut so. Und der politische Neuanfang in Sachsen braucht eine neue demokratische Kultur und das hat ja Christine auch für unseren Antrag dargestellt, in der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden und die Chance erhalten, sich für ihr Gemeinwesen, für die Demokratie einzusetzen. Und die haben wir auch in unserer Bevölkerung, das haben wir nicht zuletzt sozusagen, an dem Riesenengagement für die Geflüchteten in unserem Land gemerkt, dass sich die Menschen einbringen wollen, dass sie mitmachen wollen, dass sie mitentscheiden wollen. Und ich glaube, dieses Potenzial sollten wir nutzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Antrag hier unterstützt und den dann auch nicht nur sozusagen in die Schublade, sondern dass wir das dann auch vor Ort, auch in unserer eigenen Partei leben und dann tatsächlich umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Großes Lob vom Präsidium. Bei diesem Tagesordnungspunkt blieben bis jetzt alle immer in der Redezeit. Das kann so weitergehen. Jetzt ist Valentin dran mit dem ersten gesetzten Redebeitrag. Valentin, du hast fünf Minuten. Gut, das dürfte ungefähr so funktionieren. Liebe Freundinnen und Freunde, wo, wenn nicht in Sachsen und wer, wenn nicht Bündnis 90 die Grünen sollten in diesen Tagen die politische Kulturfrage in unserem Land neu und umfassend stellen. In einem Bundesland, wo wir gerade ein was merken, wie die Arroganz von Macht ein Land kaputt machen kann. Wie die Arroganz einer CDU, die seit 27 Jahren regiert, die alles, was ihr fremd ist, klein hält und die alles kritisch beäugt, was nicht ganz auch ihrer Linie ist, dazu führt, dass sich Menschen nicht engagieren. In einem Land, wo die Herrschenden zunehmend dazu neigen, die politische Mehrheit mit der Wahrheit zu verwechseln, die ihnen angeblich gegeben ist. Hier ist es Aufgabe von Bündnis 90 die Grünen, nicht nur kleine Schrauben zu drehen, sondern die ganz große Frage nach der politischen Kultur im Freistaat aufzumachen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute diesen Antrag behandeln. Eine neue politische Kultur braucht erstmal eine Fehlerkultur. Nach der Bundestagswahl dachten wir, bei der CDU hat es Klick gemacht. Und dann kam Frank Kupfer, der Fraktionsvorsitzende der CDU und erzählte, eine 180-Grad-Wende würde es mit der CDU nicht geben, dann müsste man ja eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hätte. Nun ja, liebe Freunde und Freunde, es ist nicht schändlich in der Politik, einen Fehler zuzugeben und vielleicht ist es das ein oder andere Mal auch nötig. Denn wenn man mit Vollgas auf einen Abgrund zurast, dann kann man 99 Prozent des Weges richtig gefahren sein. Es ist trotzdem gut, in dem Moment umzukehren und eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Und eine neue politische Kultur braucht einen neuen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Die oberigkeitsstaatliche Attitüde, diese höfische Zeremonie, was wir hier in Sachsen mitunter haben, muss endlich mal ein Ende haben. Wir brauchen eine Konzentration auf eine demokratische Verfasstheit unserer Bürgerschaft. Wir brauchen eine neue politische Kultur, die den Zusammenhalt in diesem Land stärkt, die diejenigen stärkt, die sich für dieses Land einbringen wollen. Und da gibt es so furchtbar viele Menschen, die tagtäglich sich für unser Land einbringen wollen und die sich am Gängelband durch die Gegend geführt werden. Das muss aufhören, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir müssen in diesem Land auch endlich mal zur Erkenntnis kommen, dass politischer Stil nichts mit einem Besen zu tun hat und dass man nach Gutsherrenart vielleicht Wurst produzieren kann, aber definitiv keinen Staat lenken sollte. Wir Grüne wollen einen Aufbruch in eine liberale Bürgergesellschaft. Das ist ein großes Versprechen. Aber wir wollen es deswegen, weil wir den Menschen etwas zutrauen. Wir trauen ihnen zu, sich um das Wohl dieser Demokratie nicht nur zu sorgen, sondern sich für das Wohl dieser Demokratie einzusetzen. Wir wollen schlicht diejenigen stärken, die unsere Demokratie stärken wollen. Und wenn wir es aber mit dieser Liberalität ernst nehmen, das sage ich auch ganz selbstkritisch, dann müssen auch wir das ein oder andere Mal überlegen, ob wir nicht manchmal etwas kritisch beäugen, was ein demokratisches Engagement ist, was Zusammenhalt stärkt, was uns bloß nicht ganz in den Kram passt. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wir müssen davon wegkommen, wenn wir diesen Vielfalt leben, alles, was nicht 100% in unsere Linie passt, immer kritisch zu beäugen, den Menschen vorschreiben zu wollen, was sie zu denken haben. Sonst können wir uns das, was wir hier fordern, ganz schnell irgendwo anders hinstecken. Wenn wir das ernst nehmen, dann muss klar sein, wir brauchen dort auch eine Liberalität in unserer Haltung. Und das sage ich auch ganz selbstkritisch, das sage ich ganz selbstkritisch, ihr wisst, wir wissen, dass Landfrauen, wir wissen, dass Schützenvereine eine enorme zivilgesellschaftliche Bedeutung haben und ihr wisst, dass mir Letztere durchaus eher suspekt sind. Aber das ist nicht die Frage, solange deren Engagement sich auf dem Boden und der Werteordnung unseres Grundgesetzes abspielen. Wir brauchen eine politische Kultur, die Mitgestaltung fördert, weil ich glaube, wir reden momentan alle auch über Heimatbegriffe. Derjenige, es wird mehr Identität geschaffen, durch diejenigen, die sich vor Ort für etwas gemeinsam engagieren. Das ist das, was Identität schafft. Nicht abstraktes Jammern über die Frage, ob man sich im Osten benachteiligt fühlt oder künstliche Heimatbegriffe. Heimat ist dort, wo man sich dafür einbringt, dass man sein Umfeld gestalten will. Und ich glaube, das ist auch eine Frage von politischer Kultur. Und lasst mich zu guter Letzt noch zwei wichtige Punkte sagen. Ich finde es sehr gut als Demokrat, als liberaler Demokrat, dass wir gerade wieder um Meinungsfreiheit in diesem Land streiten. Nur leider irgendwie etwas Abstrus. Ich sage es ganz deutlich, der vermeintliche Dresdner Dichterstreit und einen Ministerpräsident, der dann vermeintlich denjenigen auch noch verteidigen muss, der schlicht Lügen erzählt hat. Er führt bei mir dazu, dass ich gerne mal Artikel 5 des Grundgesetzes an die Staatskanzlei mit einem Beamer projizieren möchte. Aber es führt vor allen Dingen dazu, dass wir, glaube ich, in diesem Land wieder eine neue demokratische Streitkultur brauchen. Streit ist doch etwas Positives. Der Streit um Ideen für diese Demokratie hat dieses Land stark gemacht. Und wir dürfen jetzt nicht so tun, dass diejenigen, die meinen, sie haben die Wahrheit, den anderen verbieten wollen, dass sie etwas dagegen sagen sollen. Wir müssen Widerspruch auch als Grüne aushalten. Und das ist ein Ausdruck einer neuen parlamentarischen und einer politischen Kultur in diesem Land. Und ich komme nicht umhin, noch was zum Thema Parlament zu sagen. Das liegt in der Natur der parlamentarischen Geschäftsführer. Wir brauchen eine neue parlamentarische Kultur in diesem Land. Es muss Schluss sein damit, dass dieser Landtag sich als verlängerte Arm einer Staatsregierung begreift. Wir erleben dieser Tage ein Schauspiel, das schon absurd ist. An allem Elend in diesem Land ist angeblich ein geschasster Finanzminister schuld, der dieses Land kaputtgespart hat. Und ich bin wahrlich kein Freund von Georg Unland gewesen. Aber so zu tun, dass er der Sündenbock war, ist falsch. Es waren Abgeordnete der SPD und der CDU, die alles mitgetragen haben, die alles durchgewunken haben und die eben nicht in dem Moment ihrem Kontrollauftrag nachgekommen sind, den sie gehabt hätten. Und da sage ich ganz deutlich, man muss an dieser Stelle sagen, es ist doch absurd von der Bevölkerung, Verantwortung einzufordern. Und auf der anderen Seite als Parlamentarier diese Verantwortung nicht wahrzunehmen und dann mit dem Finger auf den Finanzminister zu zeigen, obwohl man selber schuld ist. Und zu ganz guter Letzt, weil meine Ding hier schon leuchtet, liebe Freundinnen und Freunde, komme ich zum Schluss. 2019 wird ein entscheidendes Jahr. Sachsen wird der Battleground State Deutschlands werden. Hier werden wesentliche Richtungsentscheidungen für die nächsten Jahre getroffen. Hier wird es darum gehen, ob die AfD in die Nähe der Machtkampf, ob wir Grüne in der Lage sind, genau das durch ein starkes Ergebnis zu verhindern. Und genau deshalb müssen wir 2019 die Frage der politischen Kultur, der demokratischen Verfasstheit dieses Landes, der Art und Weise, wie die Bürgerinnen und Bürger miteinander umgehen und wie sie die Chance haben, dieses Land zu gestalten, zu einer der zentralen Fragen dieses Landtagswahlkampfes machen, weil wir es sind, die dort die Ideen haben und nicht diejenigen sind, die nach hinten gucken, sondern nach vorne gucken, wie man in diesem Land vorankommt. Vielen Dank, liebe Freunde und Freunde. Applaus Vielen Dank, Valentin. Während des gesetzten Redebeitrags von Valentin haben wir die weiteren gelosten Redebeiträge hier gezogen. Es spricht als nächstes Malte Räupert aus Nordsachsen. Danach folgt ein weiblicher geloster Redebeitrag von Stefanie Gruner. Malte. Ich sehe Malte. Ja, da. Bitte komm nach vorne. Du hast drei Minuten Redezeit. Danke. Neue politische Kultur. Ja, wir brauchen eine neue politische Kultur. In Sachsen, aber auch bei uns, in unserer Partei. Aber leider sagt dieser Antrag nichts oder fast nichts dazu. Das ist eine ganze Anhäufung von richtigen politischen Forderungen. Wundersamerweise an den Missständen. Schuld sind immer die anderen. Politische Kultur ist doch nicht eine Aufzählung von politischen Forderungen, sondern das sind Fragen, wie wir Politik machen. Suchen wir die Haare in der Suppe des politischen Gegners oder schaffen wir es auch mal Leistungen anzuerkennen, Fairness walten zu lassen. Schaffen wir es in einem Streit, eigene Gewissheiten, nicht nur eigene Gewissheiten zu dozieren. Nebenbei gesagt, das ist eine der negativsten Eigenschaften, die uns die Menschen im Land, die nicht zum grünen Milieu gehören, anhängen. Oder uns auf den anderen einzulassen. Schaffen wir es, von der Suche nach Sündenböcken abzulassen und den Fokus auf die demokratische und soziale Eigenverantwortung zu lenken? Ich höre und lese immer wieder Abgehängt sein. Abgehängt sein ist doch nicht in erster Linie eine Frage von objektiven Kriterien, sondern Abgehängt sein im politischen Kontext ist ein Gefühl, das entsteht hier und nicht hier oben. Das heißt, wir kommen mit diesem Ansatz immer wieder nach den objektiven Ursachen zu suchen, überhaupt nicht weiter. Wir erreichen die Menschen doch dort gar nicht. Wir haben noch nicht begriffen in unserer Politik, dass es wichtig ist, auf die emotionalen Zusammenhänge zu schauen, auf die limbischen Zusammenhänge. Cambridge Analytica hat das begriffen. Und die Folgen sehen wir in Großbritannien, in den USA und auch in Kontinentaleuropa. Wir heizen stattdessen die Dampflok, die auf einer eingleisigen Strecke steht und opponiert mit der Dampflok des politischen Gegners. Das sind die Rezepte der letzten fünf bis zehn Jahre. Die wollen wir weiterführen. Wir stehen kurz davor, aus diesem Landtag rauszufliegen und haben keine anderen Ideen, als mit den alten Rezepten da ranzugehen. Was wir brauchen, sind neue Gleise. Es sind nicht nur die anderen, die was falsch gemacht haben. Und wenn wir besser werden wollen, dann müssen wir zuallererst da schauen, wo wir die eigenen Fehler gemacht haben. Das ist politische Kultur. Ich weiß, dass ich mich mit der nächsten Frage sehr unbeliebt mache bei vielen. Aber ein Exemplar, ein Exemplarisch dafür ist diese Auseinandersetzung um Uwe Tellkamp. Wir konzentrieren uns auf den Schrott, den er uns erzählt hat. Wenn wir die politische Kultur in diesem Land ändern wollen, wenn wir die Mehrheitsverhältnisse in diesem Land ändern wollen, wenn wir die Menschen erreichen wollen, die die bis jetzt nicht grün wählen, die vielleicht auch aus Frustration oder warum auch immer ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben, dann müssen wir auf die 20% dessen hören, wo Uwe Tellkamp berechtigte Kritik geäußert hat. Die berechtigte Kritik an uns, an unserem Duktus, an unserer Herangehensweise. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir hören ganz oft, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Wer die DDR erlebt hat, der weiß, dass dort der Staatsapparat mit einem moralischen Vorwurf gearbeitet hat. Und genau das empfinden viele Menschen als unsere Argumentationsweise. So gehen wir auf viele Menschen von oben herab zu. Das kann es nicht sein. Malte, kommst du bitte zum Schluss. Wir brauchen eine neue politische Kultur. Ja, bitte, fangen wir damit an, bei uns selber. Fangen wir damit an, indem wir diesen Antrag in den neu gewählten Landesvorstand zurückschicken und sagen, legt uns etwas Besseres vor. Legt uns etwas vor, wo wir auf unsere Wirksamkeit schauen, womit wir eine Chance haben, gestärkt in den neuen sächsischen Landtag einzuziehen. Damit werden wir das nicht erreichen. Lehnt diesen Antrag bitte ab. Danke. Vielen Dank, Malte, für den Redebeitrag. Jetzt folgt Stefanie Gruner, KV Leipzig. Auch du hast drei Minuten Redezeit. Ja, hallo. Ich möchte zunächst erstmal diesen Antrag wirklich ganz ausdrücklich loben. Der hat mich sehr positiv überrascht. Normalerweise ist immer sehr viel Blabla bei uns und Erwartbares. Aber hier ist wirklich sehr konzentriert und sortiert alles aufgezeigt, wo die Bausteine sind und wo wir auch hin müssen und wo wir im Landtagswahlkampf auch den Finger in die Wunde legen müssen. Mein Thema, zu dem ich reden möchte, ist ein sehr spezielles aus diesem Antrag. Und zwar geht es mir um die demokratische Bildung, auch an unseren Schulen. Das wird sehr gut herausgearbeitet, wie wichtig das ist. Leider sind wir in Sachsen in einer Lage, wo es kaum noch möglich ist, weil wir wirklich auf dem aller, aller, allerletzten Loch pfeifen und man sich wirklich Sorgen machen muss, wenn man Kinder im schulpflichtigen Alter hat oder welche, die da bald reinkommen. Das ist ganz dringend notwendig, dort das Ruder herumzureißen. Denn die Demokratie muss sich auch bilden und muss sich entwickeln. Und das beginnt bei den Kindern und muss dort gefördert werden, was inzwischen tatsächlich sogar die Landesregierung erkannt hat. Also man hat dann doch offensichtlich erkannt, dass es Defizite gibt in der politischen Bildung. Aber das Einzige, was dann einfällt, was man dann vielleicht machen will, ist die Stundentafel umzustellen. Zu sagen, naja, dann machen wir halt in der Oberschule und im Gymnasium eine Stunde mehr Politikunterricht. Dagegen will ich gar nichts sagen. Das ist etwas, was man tun kann, weil es tatsächlich deutlich unterbelichtet war, auch zeitlich. Aber das alleine reicht natürlich nicht aus, sondern die Kinder und die Jugendlichen müssen die Demokratie wirklich erleben und sie müssen sie erfahren. Und das erfahren sie nicht allein, indem sie jetzt das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag auswendig können und irgendwie ein Schema im Kopf haben und dann da wieder hinschreiben, sondern sie erfahren die Demokratie, indem sie in der Schule gelebt wird. Ich habe Kinder sowohl im Kindergarten als auch im Schulalter und ich muss sagen, dass die Pädagogik im Kindergarten deutlich, deutlich weiter ist als in der Schule. Im Kindergarten wird mit den Kindern gesprochen, ob man erst rausgeht und dann drinnen bleibt. Da haben sie einfach den Raum für Diskussionen, das bricht in der Schule komplett ab. Und wenn sie dann in der fünften Klasse sind, am Gymnasium, spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Dort wird den Kindern, auch Jugendlichen von 14 Jahren, wird vorgeschrieben, ob sie ihr Pausenbrot auf der rechten Seite vom Schulhof oder auf der linken essen sollen oder drinnen oder draußen. Darüber wird nicht diskutiert. Es wird nicht darüber diskutiert, was für eine Klassenfahrt man macht. Es wird ganz viel Raum und Zeit vergeben, wo man einfach Erfahrung, demokratische Erfahrung machen könnte. Weil die demokratische Erfahrung, die die Kinder eigentlich machen müssten und wo es eben ein Defizit in Sachsen gibt, ist, dass Demokratie einfach mehr ist als nur die Durchsetzung der Mehrheitsmeinung. Dieses typische, wir sind das Volk, ist ja tückisch, weil am Ende sind ja alle das Volk. Und wenn in einer Schulklasse sich 15 Kinder für die Klassenfahrt nach Hamburg und 16 Kinder für die nach München entscheiden, dann sollte man einfach nochmal drüber reden und nicht sagen, dann fahren wir halt alle nach Hamburg, sondern den Kompromiss muss man wertschätzen lernen und man muss die Diskussion an sich als Wert erkennen können. Und dafür brauchen die Kinder und die Lehrer Zeit in den Schulen und sie brauchen auch Ressourcen. Und deshalb ist es auch so enorm wichtig, im Bildungsbereich viel, viel mehr zu tun. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Es folgt nun der nächste geloste männliche Redebeitrag. Wir haben Dietrich Herrmann gezogen, KV Dresden. Danach folgt wieder der weibliche Redebeitrag. Aktuell haben wir keine Wortmeldung hier in der Box eingeworfen. Das könnt ihr ändern, liebe Frauen. Wir werden sehen. Vielen Dank. Es war ja eben schon von Meinungsfreiheit wieder die Rede. Bitte. So. Gut. Ich will mal kurz eine Geschichte erzählen, weil es eben um Meinungsfreiheit ging. Ihr erinnert euch noch an die Pöbeleien, an den Tag der Einheitsfeiern am 3. Oktober 2016 in Dresden. Und ich hatte kurz danach einen Austausch mit einer inzwischen bekannten Dresdner Buchhändlerin. Und da ging es um das Thema Bürgerlichkeit. Was bedeutet eigentlich Bürgerlichkeit? Da gibt es ja Berge von Literatur, nicht zuletzt aus Bielefeld. Und ich habe dann einfach mal angefangen, habe gefragt. Also für mich ist Bürgerlichkeit bedeutet zum Beispiel eine Absage an Pöbelei und Krawall. Und auch eine Absage an den Nationalsozialismus. Ich habe dann von der Dame allerhand wolkige Aussagen bekommen, aber keinerlei Abkanzung. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz zentralen Problem. Da sind Menschen unterwegs, deren Einstellung zu Grundlagen unserer Verfassung, würde man sagen, mindestens fragwürdig ist. Da sind welche, das ist jetzt nicht Frau Dagen, das sind andere, die durch ihre Reden Hass auf Dritte gesät haben. Und Dialog mit so Leuten zu führen ist, das muss man ganz klar sagen, ein Schlag ins Gesicht von engagierten Menschen, die sich seit Jahren, Jahrzehnten in Verbänden, in Initiativen für die Gesellschaft einsetzen, manchmal auch kritisch einsetzen. Das ist vor allem aber auch ein Schlag ins Gesicht von Geflüchteten, von Muslimen, von Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ich bin der Überzeugung, Dialog muss von Klarheit geprägt sein. Klarheit über die Kategorien und Maßstäbe unserer politischen Ordnung, über die wir uns vergewissern müssen. Und zu diesen Maßstäben gehört meines Erachtens eben Menschenwürde, Meinungs- und Religionsfreiheit, Gleichheitsgrundsatz, Rechte auf politisches Asyl, Handlungsfreiheit, Sicherheit und auch das Diskriminierungsverbot. Und ich glaube, eines muss man mit aller Deutlichkeit auch sagen, und das gerät oft in Vergessenheit, dass unser Grundgesetz, unsere politische Ordnung, die Antwort ist auf den Zivilisationsbruch durch den Holocaust. Und dieser Zusammenhang, das muss Kern unserer Identität bleiben. Danke. Vielen Dank. Wir hätten jetzt einen weiblichen, gelosten Redebeitrag. Aktuell haben sich keine Frauen hier angemeldet. Insofern möchte ich jetzt eine Runde fragen, ob es Widerspruch gibt, dass wir jetzt mit einem männlichen Redebeitrag fortsetzen. Das kann ich nicht erkennen. Dann haben wir hier gezogen, Sebastian Walter, KV Mittelsachsen. Komm mit nach vorn, Sebastian. Du hast ebenfalls drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ab Zeile 103 haben wir in diesem Antrag eine sehr entscheidende Passage. Wie ich finde, da heißt es, Politik darf kein Closed Job sein. Über die politischen Geschicke in unserem Land darf nicht in Hinterzimmern entschieden werden. Der Staat ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Er weiß nicht immer alles besser, sondern sollte auf das Wissen und die Fähigkeit der Menschen, die hier leben, vertrauen. Und es wird ja häufig in der Kommunalpolitik oder von der Kommunalpolitik als die Schule der Demokratie gesprochen. Und wenn ich eines in der sächsischen Kommunalpolitik lerne, dann das, dass gerade in den Landkreisen, in der sächsischen Kommunalpolitik der Kreistage, in CDU-dominierten Kreistagen, Landratsämtern, die Politik tatsächlich so ein Closed Job ist. Da werden Geschäftsordnungen der Kreistage so geändert, wie etwa in meinem Landkreis in Mittelsachsen, dass gewählte Kreisräte eben nicht vor Sitzungsbeginn der Kreistage über die Vorlagen diskutieren dürfen, nicht mit der Presse diskutieren dürfen, nicht mit Gesprächspartnern diskutieren dürfen. Da werden etwa in Freiberg Zahlen, Zahlen zu den Geflüchteten in den Kommunen, so in die Öffentlichkeit dargestellt, dass man eben diese Zahlen nirgendwo nachprüfen kann, nirgendwo als Bürgerin, als Bürger einsehen kann und damit Diskussionen über Zuzugsverbote angefacht werden. Und ja, es ist in Sachsen tatsächlich so, dass Politik, dass Demokratie, dass Kommunalpolitik vor Ort häufig, viel zu oft, tatsächlich noch so ein Closed Job ist. Und wir müssen ja feststellen, wir haben in der letzten Kommunalwahl tatsächlich sachsenweit das beste Ergebnis, landesweit erzielt mit 7,2%. Trotzdem haben wir es eben nicht geschafft, dass wir im Kreistag Mittelsachsen etwa diesen Maulkorb für Kreisräte verhindern konnten. Wir müssen immer wieder fragwürdige Zahlen, zum Beispiel zu den Geflüchteten nachbohren, nachbohren, ob die tatsächlich richtig sind, ob sie nicht möglicherweise mit anderen Bevölkerungsgruppen, mit anderen ausländischen Bevölkerungsgruppen, mit Russlanddeutschen, mit Vietnamesen zusammengerührt werden und damit die Zuzugsverbote angefacht werden. Aber eben gerade deswegen, weil CDU-dominierte Kreistage, weil CDU-dominierte Landratsämter eben genau diesen Closed Job durchziehen. Deswegen ist auch mein dringender Appell, dass wir Grüne bei der Kommunalwahl nächstes Jahr deutlich stärker werden müssen. Eben nicht nur, weil die Kommunalwahl die Startrampe ist für die Landtagswahl, sondern eben, weil es am Ende auch um einzelne Stimmen geht. Robert hat ja gestern sehr anschaulich dargestellt, dass Demokratie, dass Wahlen häufig eben nicht von satten Mehrheiten bestimmt werden, wie häufig noch in Sachsen, sondern eben auch teilweise von knappen Mehrheiten. Und dass es teilweise um einzelne Mandate geht, um wenige hundert Stimmen. Da fiel mir natürlich eine Anekdote ein, 2014 aus der letzten Stadtratswahl in Freiberg, wo es tatsächlich um eine einzige Stimme ging. Wir hatten bei der letzten Stadtratswahl in Freiberg 34 Stadtratsmandate zu verteilen. Es ging um das dritte Stadtratsmandat der Grünen. Wir hatten Stimmgleichheiten mit dem fünften Stadtratsmandat der SPD. Es kam zum Losentscheid, dummerweise für die SPD. Wir hatten damit keine Stadtratsfraktion, keine eigene grüne Stadtratsfraktion etablieren können. Und damit dies nicht nochmal geschieht, brauchen wir möglichst lange, auch quotierte Wahllisten bei den Kommunalwahlen in den Gemeinderäten, in den Stadträten, in den Kreistagen. Dafür brauchen wir jede und jeden von euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Sebastian. Wir haben nun einen letzten männlichen gelosten Redebeitrag. Stefan Kühn haben wir gezogen, KV Dresden. Auch du, Stefan, hast drei Minuten. Schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Studie, die ich euch kurz vorstellen will. Die heißt Rückkehr zu den politisch Verlassenen. Die hat unter anderem Johannes Hille mitgeschrieben. Der war 2014 bei der Europawahl grüner Wahlkampfmanager. Und dieses Forscherteam ist in Deutschland und Frankreich an zahlreiche Haustüren gegangen, in Städten, wo besonders hoher AfD-Wahlanteil war oder eben in Frankreich, Front National, haben mit den Menschen geredet, in Städten wie Eisenhüttenstadt, aber nicht nur im Osten, sondern eben auch beispielsweise in Gelsenkirchen. Und da ging es um das Gefühl, abgehängt zu sein, das Vertrauen in die Politik verloren zu haben. Und die Menschen haben klar ausgedrückt, dass sie finden, dass ihre Probleme nicht bearbeitet werden. Aber sie wollen deswegen nicht Grenzschließungen, sondern sie wollen vor allem besseren Nahverkehr und endlich mehr Läden um die Ecke. Ein sehr interessanter Befund. Sie wünschen sich auch mehr soziale Absicherung im Alter beispielsweise, höhere Löhne und mehr Sicherheit im Job. Was heißt das? Dass wir nicht einen Heimatminister brauchen, der über Leitkultur schwadroniert, darüber sich Gedanken macht, wie man Flüchtlinge effizienter abschieben kann oder EU-Außengrenzen abschottet, sondern ein Minister, der sich Gedanken macht, was gleichwertige Lebensverhältnisse heißen. Und ich finde, dass diese Studie auch deutlich gemacht hat, und das hat Britta auch angesprochen, dass wir massive konservative Leerstellen haben, wenn es um die Frage geht, regionale Entwicklung und was da zu tun ist. Und das zeigt sich ja auch in Sachsen. Und in Sachsen brauchen wir vor allen Dingen eine Beteiligungskultur. Daran ist mich zu erkennen, dass wir die nicht haben, dass die Politik in Sachsen daran nicht interessiert ist. Es ist ja schön, wenn man mehr Dialog macht, Sachsengespräch, Küchentisch-Tour, aber Beteiligung heißt eben, es gibt was zu entscheiden. Und das ist eben mehr als Dialog. Ich will ein aktuelles Beispiel nennen, wo deutlich wird, dass diese Beteiligungskultur weder praktiziert noch gewünscht ist. Wir haben eine intensive Debatte über den Strukturwandel in der Lausitz und der Frage, was dort für die Zukunftskonzepte zu entwickeln sind. Da gab es vor wenigen Tagen eine Lausitz-Konferenz zum Landkreis Görlitz. Zwei Tage später hat der Ministerpräsident zu einem Lausitz-Forum eingeladen. Da saßen immer die gleichen, hauptamtliche Politiker, also ich war auch da, Verwaltung und Wirtschaftsverbände. Wer aber nicht am Tisch saß, nie mit diskutiert hat, das waren die Bürgerinnen und Bürger. Und ich sage ganz klar, Konzepte für die Zukunft, die können nicht einfach in höheren Politikentagen entstehen. Das ist ein Irrglaube, sondern da muss man die Menschen beteiligen. Und daran fehlt es. Und nur wenn man die Menschen beteiligt, wird auch wieder Vertrauen und Akzeptanz in politische Entscheidungen entstehen. Anderes nicht und übrigens auch mehr Innovation. Mehr Innovation durch Bürgerbeteiligung, gerade sowas wie in der Lausitz, ein Dialog-Forum ist da dringend notwendig. Letzter Satz, ich finde diesen Antrag hervorragend. Ich finde übrigens nicht, dass wir ständig hier Anträge haben, wo BlaBla drin steht. Also ich will das mal, Stefanie hat das so angesprochen, mal zurückweisen. Aber es ist ein sehr guter Antrag, auch noch aus folgenden Grund. Weil der Antrag setzt, und das ist wichtig mit Blick auf 2019, eine Sicherheitsbotschaft. Dass es eben nicht sein kann, dass der Staat sich aus der Fläche zurückzieht. Angesprochen wird zum Beispiel die Verfügbarkeit von Polizei im ländlichen Raum, 24 Stunden an sieben Tagen, Bereitschaftspolizei in den Revieren, die es ja nicht gibt. Wo übrigens ein Antrag der Landtagsfraktion, den ich hervorragend fand, abgelehnt wurde von dieser Staatsregierung. Also Beteiligung, Demokratie braucht Sicherheit. Und ganz wichtig mit Blick auf 2019, dass wir diese Botschaft zusammengesetzt haben. Danke für den Antrag. Jetzt funktioniert es. Liebe Freundinnen und Freunde, damit sind wir am Ende der Aussprache. Die vorgesehenen Redebeiträge sind alle gehalten. Und wir kommen in das Abstimmungsverfahren zu dem Antrag. Es liegen eine Reihe von Änderungsanträgen vor. Das wird uns Matthias gleich erläutern. Zuvor müssen wir allerdings den Antrag von Malte, der nämlich den weitreichendsten Antrag gestellt hat, nämlich den Antrag zurück an den Landesvorstand zu verweisen, hier behandeln. Nach unserer Geschäftsordnung gibt es dazu die Möglichkeit, jetzt eine Gegenrede zu halten. Wer würde diese... Gibt es jemanden, der diese Gegenrede halten will? Ansonsten würden wir gleich in die Abstimmung gehen. Ich sehe das nicht. Dann würden wir abstimmen darüber, ob das Plenum dem Antrag von Malte Räupert folgt, den Antrag P01 zurück an den Landesvorstand zu verweisen. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Malte, es gibt... Genau, damit gibt es die Gegenprobe. Wer lehnt den Antrag ab? Das ist die deutliche Mehrheit, die Stimmenthaltung. Bei einigen Stimmenthaltungen, zwei Ja-Stimmen und übergroßer Ablehnung, ist der Antrag abgelehnt. Das heißt, wir verhandeln den Antrag weiter hier. Und jetzt würde ich Matthias bitten, uns das Verfahren zum Umgang mit den Änderungsanträgen zu erläutern. Ja, es liegen uns insgesamt fünf Änderungsanträge vor. Die Übersicht der Änderungsanträge und der Verfahrensvorschläge findet ihr zu diesem Antrag und auch zu dem folgenden LTW 01 schon vorne ausgedruckt, falls es Probleme mit der Internetverbindung gibt. So, wir gehen die im Einzelnen durch. P01 026 ist der erste Änderungsantrag. Da ist der Verfahrensvorschlag die Übernahme. Ebenso P01 186 und P01 265. Dann kommen wir zu P01 295. Das ist der Antrag der grünen Jugend, beziehungsweise von Sophia Mienek. Das Wahlalter, welches in dem Antrag benannt ist, im Antrag auf 16 Jahre herabzusenken und der Änderungsantrag bezieht sich darauf, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. Diesbezüglich ist der Verfahrensvorschlag, eine Abstimmung stattfinden zu lassen. Im Weiteren haben wir den P01 295 2 und diesbezüglich wird eine Übernahme vorgeschlagen. Vielen Dank, Matthias. Das heißt, wir haben vier Übernahmen und eine Abstimmung zu dem Antrag P01 295. Besteht jetzt die Möglichkeit, den Änderungsantrag kurz einzubringen, eine Gegenrede zu halten? Wir müssen dann das Verfahren, das Matthias jetzt vorgeschlagen hat, noch einmal abstimmen. Sophia, kannst du noch einen kurzen Moment warten? Kannst ruhig hier rumbleiben, weil das geht, glaube ich, sehr schnell. Wer dem vorgeschlagenen Verfahren, also der Übernahme zuzustimmen und den P01 295 abzustimmen, zustimmen kann, den bitte ich ums Kartenzahl. Danke. Wer ist dagegen? Die Stimmenthaltung? Bei wenigen Stimmenthaltungen und übergroßer Mehrheit keiner Gegenstimme ist damit das Verfahren so beschlossen und ich würde Sophia bitten, den P01 295 einzubringen. Jetzt kann sich schon jemand für die Gegenrede hier vorne einwerfen. Herzlichen Dank. Du hast zwei Minuten. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe das Privileg, diesen Antrag einzubringen, Wahlalter 14. Ich mache das auch ein bisschen für die grüne Jugend, die hat das nämlich längst als Beschlusslage. Es geht darum, das Wahlalter auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene nicht nur auf 16, sondern gar auf 14 abzusenken. Das würde sich einreihen, eigentlich in die Geschichte der parlamentarischen Demokratie, in der das Wahlalter sukzessive immer weiter abgesenkt wurde. Das ist nichts Neues. Es ist der Versuch, junge Menschen angemessen mit einzubeziehen und das ist eine Schraube, an der man das so ein bisschen drehen kann. Und das ist auch gut so. 16 ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Schritt und wir erleben das ja in einigen Ländern, in einigen Kommunen, dass sie das auch schon umsetzen und dass das eigentlich ganz hervorragend klappt. Aber wir können uns als progressive Kraft auch trauen, einen Schritt weiter zu gehen und für 14 zu stimmen. Das soll natürlich kein Selbstzweck der Progressivität sein. Da gibt es auch gute inhaltliche Argumente dafür, die wirklich ja dafür sprechen, zu sagen, hey, wir geben Leuten, die 14 sind, das Wahlrecht. Mit 14 sind Jugendliche bereits schuldfähig und können unter anderem strafrechtlich belangt werden. Wir sagen 14-Jährigen also, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können und dass sie Verantwortung zu tragen haben. Und im Endeffekt wäre es doch was Tolles und im Endeffekt auch der logische Schritt zu sagen, hey, ihr müsst nicht nur Verantwortung tragen, ihr dürft auch Verantwortung tragen. Ihr dürft wählen. Wir erleben es bei der Grünen Jugend, dass sich Jugendliche bei uns seit Jahren engagieren, sich aktiv einbringen, Politik machen, an der Demokratie teilhaben, wollen sich auf verschiedene Weise einbringen, aber eben nicht wählen dürfen. Und das könnte man meines Erachtens ändern. Das Wahlrecht kann ein Schritt sein, um Jugendliche weiter einzubeziehen. Britta hat vorhin gesagt, wir meinen das ernst mit dem Einbeziehen. Und da gab es hier im Saal eine Menge Applaus und das zu Recht. Und jetzt bitte ich euch, dass wir das umsetzen. Denken wir an den Atomastieg, denken wir an die Ehe für alle, denken wir an viele grüne Projekte, wo wir progressiv vorangegangen sind und später haben irgendwie alle gemerkt, naja, das war ja eigentlich gar nicht so schlecht und eine ziemlich gute Idee, was die Grünen damals so spinnerisch vorgeschlagen haben. Das war ziemlich super. Deswegen, es braucht ein kleines bisschen Mut, um für den Antrag zu stimmen und für das Wahlalter 14. Das Gute ist, dass wir Grüne eine Menge Mut haben und deswegen mache ich mir dann keine Sorge und ich bitte euch, stimmt für den Änderungsantrag. Vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Einwürfe gehabt für die Gegenrede. Wir haben gelost und gelost wurde Alexander Breitenbach. KV Mittelsachsen, da kommt er. Liebe Freunde, Freundinnen, liebe Freunde, ich war auch mal 14 Jahre, das ist schon ein bisschen her. In der Zeit ist einiges gewachsen an Erfahrungen, aber ich blicke auch zurück auf die Zeit, als ich 14 Jahre alt war, wie sich bei mir das Demokratieverständnis entwickelt hat und wie ich mitgearbeitet habe im Schulparlament, in der Mittelschule und danach, später dann auch in der Fachoberschule, mich immer wieder engagiert habe. Ich war allerdings bei der Schulsprecherwahl ganz hinten dran. Warum? Weil ich einfach noch nicht, ich muss es einfach sagen, noch nicht reif war. Die Reifeprüfung fand erst später statt. Ich glaube, man kann sich engagieren, auch ohne in der Kommunalwahl mit gleich über die kommunalen Parlamente abstimmen zu können. Man kann sich einbringen, man muss es aber auch lernen. Und solange ich immer sehe, wie hier in Sachsen, speziell in Sachsen, die politische Bildung stattfindet, bin ich nicht bereit, dafür zu stimmen, das Wahlalter auf 14 Jahre runterzusetzen. Es kann nicht sein, dass wir einerseits darüber schimpfen, dass es keine politische Bildung gibt. Und ich sehe es nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern, dass es immer schwieriger wird, Demokratie den Kindern beizubringen. Wir haben es vorhin auch gehört, es muss in den Kindergärten anfangen und es muss dann langsam wachsen. Ich bin auch gerne bereit, das Wahlalter auf 14 Jahre runterzusetzen, aber nicht, solange wir nicht in der Lage sind, sehen zu können, dass diese Kinder, die mitbestimmen, wie unsere Politik gemacht wird, einfach noch nicht wissen, noch nicht reif sind, wie sie das wirklich beurteilen können. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander. Es gibt einen Antrag zur Geschäftsordnung, so würde ich das deuten. Es gibt einen Saal, zumindest gestern gab es eins ja hier vorne, und ich stelle einen Antrag auf Öffnung der Debatte. Ich finde, da sollten die Argumente, die jetzt vorgetragen wurden, differenziert und eingeordnet werden können. Vielen Dank. Ich denke, dazu wird es mindestens eine Gegenrede geben. Ich habe eine Nachfrage, meinst du, gänzlich offen oder auf eine bestimmte Anzahl von Redebeiträgen begrenzt? Zwei Redebeiträge. Okay, also du stellst den Antrag, die Debatte für zwei weitere Redebeiträge zu öffnen. Ja, genau. Ich würde fragen, gibt es da jemanden, der eine Gegenrede halten will? Martin? Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn ich mich bei einigen unbeliebt mache, aber guckt bitte auf die Tagesordnung, was wir heute noch vorhaben. Wir haben einige Wahlgänge. Ich denke, die Argumente sind ausgetauscht und lasst uns jetzt abstimmen und dann weiter ein Programm machen. Gut. Ich muss jetzt kurz Valentin fragen, brauchen wir ein, gibt es ein bestimmtes Quorum? Nein, einfache Mehrheit. Gut, dann stimmen wir den Antrag ab, die Debatte für zwei weitere Redebeiträge zu öffnen. Wer dafür ist, den bitte ich ums Kartenzeichen. Ui, die Gegenprobe, aber das müssen wir zählen. Das ist wirklich nicht zu erkennen hier oben. Also hier das, ich nehme den da. Gut, wer ist dafür, die Rede, die Debatte noch mal zu eröffnen für zwei Redebeiträge? Könnt ihr euch bitte hinstellen? Das erleichtert es uns nochmal mit dem Ziel. 19, 20, 20, 20, 20, 15, 15, danke. Wer ist dagegen? Bitte hinstellen. Die Stimmenthaltungen? Die Stimmenthaltungen? Wir müssen kurz rechnen. Wir müssen kurz rechnen. Weitere Redebeiträge eingeworfen hat sich bereits Katharina vom KV Chemnitz und ich, genau, während des Redebeiträges könnt ihr euch weiter hier vorne einwerfen, wir würden dann losen. Katharina, du hast zwei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich, ja, mein Schildchen, was ich gerade gemalt habe, wenn der Pedro aus Chemnitz noch nicht mal kommunal wählen darf, dann ist das einfach was, wo wir, wo ich gerne für streite, auch im Sinne von realistische Ziele, dass, da finde ich das Wahlalter auf 16 absenken, das reicht erst mal, wir müssen, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, wahrscheinlich dürfen ja auch Jüngere sowieso schon bei der grünen Jugend mitmachen, ihr könnt ja auch die schon mal dann werben, dafür politische Willensbildung geschieht ja auch noch auf anderem Wege und hier auch überhaupt, wer, also jetzt, das habe ich hier geschrieben, Bezug auf Flüchtlinge, wer im Ausland für Demokratie verfolgt wurde, soll sie hier auch stärken dürfen, stärken dürfen und wer politisch engagiert ist und 14 ist und die Personen haben ja so viele Möglichkeiten, sich auch einzubringen, ich glaube, das wird reichen und das wird unsere politische Kultur total verändern, wenn die das alle machen und da bin ich auch ein großer Fan der U18-Wahl, dass die, wenn die noch viel weiter durchgeführt wird, aber auch mit entsprechender Vorbereitung, dann ist das ja auch ein ganz starkes Zeichen. Danke. Vielen Dank, Katharina. Wir haben gewählt, Tobias Fritsch vom KV Dresden ist der nächste Redner oder auch der letzte in der Debatte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde euch dazu auffordern, dem Antrag eure Unterstützung zu geben, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Grünen Jugend, wir sprechen heute über eine neue politische Kultur in diesem Freistaat, wir haben uns zum Motto gemacht, Grün bricht auf, ich halte das für ein ganz wichtiges Signal, was die grüne Jugend hier aussenden will und bitte euch, den Antrag zu unterstützen und will an der Stelle auch nochmal einen strategischen Hinweis auch geben in dieser Debatte, eben sind die U18-Wahlen schon angesprochen worden, wir Grünen schneiden bei jungen Wählerinnen und Wählern immer ausgesprochen gut ab, immer deutlich stärker als im Bevölkerungsdurchschnitt und auch aus strategischer, wahlstrategischer Sicht kann für uns das von Vorteil sein, das Wahlartikel 14 abzusenken. Vielen Dank, Tobias. Damit beenden wir die Aussprache zu dem Änderungsantrag, wie auch insgesamt zu dem Antrag P01 und kommen jetzt in die Abstimmung über den Änderungsantrag P01-295. Also P01-295, wir stimmen darüber ab, ob das Wahlalter von 16, so wie im Antrag vorgeschlagen, auf 14 abgesenkt werden soll. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. und die Stimmenthaltungen, das ist nicht eindeutig zu erkennen von hier oben. Wir würden auch die Antragsteller bitten, mit hier hochzukommen, damit wir nicht aus Versehen falsch auszählen. Wir würden jetzt noch mal abstimmen und auszählen dabei. bitte steht dazu auf. Wer ist dafür, das Wahlalter auf 14 abzusenken? Danke. Wer ist, bitte setzt euch, damit ihr nicht doppelt gezählt werdet. Wer ist dagegen? Und jetzt noch mal, bitte setzt euch wieder. Vielen Dank. Und die Stimmenthaltungen? Ich habe einen kleinen Moment. Und die Stimmenthaltungen? 28, 28, 28, 37, 37, ja. Der Antrag ist mit 37 Ja-Stimmen 47 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen abgelehnt. Damit kommen wir zur Schlussabstimmung über den Antrag P01 politische Kultur in Sachsen. Wer dem Antrag zustimmen kann, den bitte ich um sein Handzeichen. Viele Ja-Stimmen, sehr viele Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Wir sind jetzt bei der Gegenprobe. Wer enthält sich? Bei wenigen Enthaltungen einer Gegenstimme ist der Antrag mit übergroßer Mehrheit angenommen. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 9. Dazu liegt der Antrag LTV 01 vor. Grün bricht auf. Ein neues Kapitel für Sachsen. Unser Weg zur Landtagswahl und das Entscheidungsverfahren nach der Landtagswahl. So heißt der. Das ist ein Antrag des Landesvorstandes. Für die allgemeine Aussprache folgt jetzt ein gesetzter, also folgt ein gesetzter Redebeitrag und vier geloste Redebeiträge. Der Antrag wird aber zunächst eingebracht von Charlotte Blücher. Bitte werft euch schon immer ein, damit wir dann zügig auch in die gelosten Redebeiträge einsteigen können. Charlotte, komm bitte nach vorn. Du hast fünf Minuten für die Antragseinbringung. Liebe Freundinnen, als derzeitiges noch Mitglied im Landesvorstand, so lange ist es nämlich jetzt nicht mehr, freue ich mich nun, den Fahrplan für die Landtagswahl einzubringen. als quasi erste und letzte Rede als Landesvorstandsmitglied. ich möchte aber davor noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass heute schon mehr Frauen als gestern geredet haben und ich finde das super cool und ich würde gerne die Frauen motivieren, dass wir uns heute als Ziel nehmen, einmal die Redeliste anzuführen, ein Vorbild an den vielen inspirierenden Frauen zu nehmen, die jetzt gerade schon geredet haben. Ich fange mir da sofort Christine, Katja und auch Britta ein, aber noch viele andere. Genau. Aber jetzt zum Antrag. Ich habe mich im Vorfeld der Rede irgendwie super schwer getan, zu überlegen, was ich sagen soll und mir sind leider keine witzigen Metaphern oder coole Formulierungen eingefallen. Deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber ich glaube schon, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen durchkämpfen zusammen. Genau. Ich habe mir zuerst die Frage gestellt, warum wir den Antrag überhaupt brauchen. Ist es nicht irgendwie ein bisschen früh dafür? Und dann habe ich irgendwie das Anti-Beispiel, die SPD beim Bundestagswahlkampf gesehen, wie die irgendwie die ganze Zeit rumgeguckt sind, immer vollkommen verschiedene Aussagen von verschiedenen Rangen, hohen SPD-Mitgliedern gekommen sind und irgendwie alles ein Gemausche und auch Postengeschiebe war und die Basis einfach keinen Einfluss hatte. Und ich kann ganz klar sagen, dass wir als basisdemokratische Partei genau das nicht machen wollen. Denn wir führen schon jetzt, bevor klar ist, wer vielleicht im Landtag ist und wer nicht, eine sachliche Debatte darüber, wie die Landtagswahl ablaufen soll. Frei von Befindlichkeiten und Emotionen von Einzelnen. Genau. Unser Antrag besteht aus zwei Teilen. Der erste beschäftigt sich mit der Vorbereitung, dem Wahlkampf und der Listenaufstellung. Und genau, ich kann jetzt mal sagen, was wir irgendwie schon geschafft haben. Wir haben eine arbeitende Programmprozessgruppe, die gerade mit den Landesarbeitsgemeinschaften in Kontakt steht. und dann im FUT am Ende in ein cooles Programm eingepflegt wird. Außerdem gibt es die vom Landesvorstand eingesetzte Arbeitsgemeinschaft Moderne Wahlkampfführung. Neu dazu kommen soll die Wahlkampfkommission, die diesen Sommer anfangen soll zu arbeiten. Und sie soll den Landtagswahlkampf strategisch und auch organisatorisch vorbereiten. Mit dabei sind unsere beiden Sprecherinnen, die Mitglieder aus dem Landesparteirat, sowie der Fraktionsvorstand, beziehungsweise die ersten vier Listenplätze und auch die Grüne Jugend Sachsen. Mit der Wahlkampfkommission haben wir ein kleines, schnell agierendes Gremium, das auch in hektischen Situationen Entscheidungen treffen kann. Das Landtagswahlprogramm soll dann im ersten Quartal 2019 von der Landesversammlung beschlossen werden. Danach folgt erst die Listenvorstellung, denn wir wollen zuerst unsere Inhalte bestimmen, die dann von den KandidatInnen vertreten werden. Der zweite Teil des Antrags befasst sich mit dem Ausgang der Wahl, der Aufnahme von Sondierungsgesprächen und dem Koalitionsvertrag. Denn auch, weil eine rot-rot-grüne Mehrheit unwahrscheinlich ist und die CDU noch konservativer und rechter als auf der Bundesebene ist, müssen gerade vor schwierigen Verhandlungen die Abläufe klar sein. Der Parteirat entscheidet dann über den Antrag über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen und die Landesversammlung entscheidet. Nachsichtung der Sondierungsergebnisse über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen sowie im Falle der Zustimmung auch über die Zusammensetzung der Verhandlungsgruppe bei Koalitionsgesprächen. Und ganz wichtig, sollte ein Koalitionsvertrag entstehen, dann haben alle Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen Sachsen per Urabstimmung die Möglichkeit, Teil an der Entscheidung zu sein. Genau, in meiner Prokrastination beim Redeschreiben habe ich ein bisschen auf unserer Webseite rumgesurft und den Aufwind von 2015 gefunden. Genau, wenn ihr es nicht wisst, das war die Mitgliederzeitschrift für den Bündnis 90 Die Grünen Sachsen. Und Claudia war damals ein halbes Jahr im Landtag und sie hat Folgendes gesagt. Eins ist klar, beim nächsten Mal brauchen wir mehr grüne Abgeordnete. Und ich glaube, so wie wir uns jetzt vorbereiten, wie wir die Strukturen in der LGS verändern, wie wir gleich einen starken Landesvorstand und auch einen starken Landesparteirat wählen. Und jetzt hoffentlich auch gleich diesen Antrag zu schließen. Beginnen wir eine intensive, manchmal kraftraubende, aber auf jeden Fall lohnende Vorbereitung, um als Bündnis 90 Die Grünen stark und stärker als jetzt im nächsten Sächsischen Landtag vertreten zu sein. Vielen Dank, Charlotte. Das war eine Punktlandung. Wir würden jetzt zu Beginn mit den gelosten Redebeiträgen, also in der allgemeinen Aussprache. Derzeit hat sich niemand in die Boxen eingeworfen, sodass wir jetzt gleich Franziska Schubert nach vorne bitten können für den gesetzten Redebeitrag. Franziska, du hast fünf Minuten Redezeit. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir in die Präambel der Sächsischen Verfassung gucken, dann könnte man fast meinen, diese Präambel und dieser Verfassung, dieser Auftakt zur Verfassung wurde von uns Grünen geschrieben. Darin werden Staatsziele formuliert, die da lauten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Um mit Robert Habeck von gestern zu sprechen, in Sachsen läuft hier bei all diesen drei Staatszielen grundsätzlich was falsch. Und dieses Falschlaufen bricht sich in Sachsen in einem diffusen Gefühl von Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit Bahn. In Sachsen ist es weder friedlich noch gerecht und von dem Thema Bewahrung der Schöpfung sind wir ziemlich weit weg. Liebe Freundinnen und Freunde, es braucht uns Grüne. Es braucht uns Grüne, wenn wir ein Sachsen gestalten wollen, in dem es gerechter, versöhnter, freier und ökologischer wird. Und in all diesen Dingen wird es Zeit, dass wir einen neuen Bund schmieden. Wir brauchen ein neues Bündnis mit all jenen Menschen, die für ein freiheitliches, für ein gerechtes, für ein friedliches und ökologischeres Sachsen eintreten. Wir brauchen ein neues Bündnis für all die Menschen, die an eine Zukunft in diesem Freistaat glauben und die mit uns gemeinsam Zukunft in diesem Land gestalten wollen. Wir müssen für 2019 deutlich machen, wir sind für diese Menschen ein Angebot und um mit den Worten meines Kollegen Wolfram Günther zu sprechen, wir Grüne sind in diesen Zeiten die gute Nachricht. Was wird von uns Grünen erwartet? Was wird von uns Grünen erwartet? An uns Grüne werden nicht nur extrem hohe moralische Ansprüche gestellt, sondern wir werden auch immer noch als Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger wahrgenommen für eine bessere Welt. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist unsere Chance. Wir haben viele neue Mitglieder in Sachsen gewinnen können und das gibt uns neuen Schwung. Und wir müssen diese Mitglieder sehr deutlich befragen, warum macht ihr bei uns mit? Und wir müssen diese Antworten nehmen und wir müssen sie übersetzen in eine Sprache, die verstehbar macht, was wir Grüne wollen und was grüne Politik für den Alltag der Menschen in diesem Land bedeutet. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Landtagswahl vorbereitet wird mit der Kommunalwahl im Frühjahr 2019. Denn mit dem, was wir in Kommunalpolitik machen, was wir dort erreichen, dort sichern wir uns Glaubwürdigkeit und Zutrauen, dass wir das, was wir wollen, auch können. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir können doch was. Wir wissen, wie man Menschen beteiligt. Wir denken Ökologie und Ökonomie zusammen. Und wir bekennen uns zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, für die wir streiten und für die wir sehr deutlich Gesicht zeigen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben aber noch ein anderes Pfund, mit dem wir wuchern können. Und das ist unser grünes, großes Herz. Es muss uns 2019 gelingen, Herzensqualitäten nach vorne zu stellen, statt technokratischer und abstrakter Diskurse. Wir müssen, und ich glaube, das steht uns gut, auf Augenhöhe mit der Gesellschaft reden. Und wir müssen vielleicht doch ab und zu ein bisschen humorvoller sein, als wir es manchmal sind. Es ist die Tragik von uns Grünen. Es ist die Tragik von uns Grünen, dass wir manchmal an dieser Welt leiden, so wie sie ist. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, dieses Leiden ist zugleich unser Antrieb, es besser machen zu wollen. Es ist unser Antrieb, zuversichtlich zu sein, Stärke zu zeigen und die Kompetenz immer wieder einzubringen, dass wir die Antworten haben für die Fragen der Zeit. Grün bricht auf, Grün bricht nach innen auf und Grün bricht nach außen auf. Liebe Freundinnen und Freunde, es muss uns im Landtagswahlkampf 2019 gelingen, ein Bild zu zeichnen, wie Sachsen anders sein kann. Dieses Sachsen braucht unser grünes Herz, unseren Verstand, unsere Hand und unsere Gesichter deutlicher denn je zuvor. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe große Lust, mit euch zusammen in diesen Landtagswahlkampf zu gehen, denn wir sind die Hoffnung und, liebe Freundinnen und Freunde, ja, wir sind in diesen Zeiten für Sachsen die gute Nachricht. Vielen Dank. Vielen Dank, Franziska. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Zumindest sieht das die Versammlung auch so. Es hat sich also kein weiterer Redebedarf ergeben. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Runde fragen, gibt es noch jemanden, ein Mann oder eine Frau, die zu dem Antrag sprechen möchten? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir in das Abstimmungsverfahren zu dem Antrag. Ich würde, Matthias sehe ich jetzt nicht, gibt es, da ist er, gibt es Änderungsanträge und wie verfahren wir. Ja, zu diesem Antrag gibt es drei Änderungsanträge und das Verfahren würde ich euch jetzt vorschlagen. Wir haben hier zu dem ersten Änderungsantrag LTV 01.017 nochmal der Hinweis, Ausdrucke und Übersichten der Änderungsanträge findet ihr vorne am Counter. Also LTV 01.017 gibt es einen Änderungsantrag von Sofia Mienek. Da ist der Vorschlag einer modifizierten Übernahme mit dem Wortlaut Streichung des Halbsatzes des weiteren Gehören der Landesgeschäftsführer sowie ein Mitglied des Vorstandes der Grünen Jugend, welches durch diesen zu benennen ist und Ersetzung durch sowie einem Mitglied von Bündnis 90 die Grünen Sachsen, das auf Vorschlag des Landesvorstandes der Grünen Jugend Sachsen vom Landesparteirat gewählt wird. Da ist Kern der Änderung, dass nicht die grüne Jugend selber das Mitglied bestimmt, sondern der Landesparteirat auf Vorschlag und dass hier insbesondere es sich um einen Mitglied von Bündnis 90 die Grünen in Sachsen handelt. Dann haben wir einen weiteren Änderungsantrag unter LTV 01 059 von Martin Schmidt und auch da gibt es einen Vorschlag in Bezug auf eine modifizierte Übernahme mit dem Wortlaut hierfür haben alle Kreisverbände die Möglichkeit über Beschluss ihrer Mitgliederversammlung dem Landesparteirat Personal Vorschläge zu unterbreiten. Also es geht da um die Wahl der Mitglieder einer möglichen Verhandlungsgruppe im Rahmen der Koalitionsverhandlung wo hier ein zusätzliches Vorschlagsrecht der Kreisverbände aufgenommen ist. Mit diesem modifizierten mit dieser modifizierten Übernahme erledigt sich der weitere vorliegende Änderungsantrag LTV 01 065 Soweit die Verfahrensvorschläge. Matthias vielen Dank wenn ich das jetzt richtig verstanden habe haben wir eine Übernahme in Abstimmung mit den Antragstellern erreicht wir stimmen jetzt als Versammlung nochmal darüber ab ob ihr das auch so seht dass wir diese Änderungsanträge modifiziert übernehmen deshalb zückt schon mal eure Karten also wer dafür ist die beiden Änderungsanträge so zu übernehmen den bitte ich um das Kartenzeichen die Gegenprobe die Stimmenthaltungen bei wenigen Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme sind die Anträge so übernommen und damit können wir in die Schlussabstimmung kommen zum Antrag unser Weg zur Landtagswahl Grün bricht auf LTV 01 wer diesem Antrag zustimmt den bitte ich um sein Kartenzeichen danke die Gegenprobe wer lehnt den Antrag ab eine Gegenstimme sehe ich wer enthält sich keine Enthaltung damit ist der Antrag mit übergroßer Mehrheit bei einer Gegenstimme angenommen vielen Dank jetzt kommen wir in das Kapitel Wahlen und vorher wechseln wir aber hiervon wieder das Präsidium zu 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 Liebe Freundinnen und Freunde, bevor wir dann wirklich in den Tagesordnungspunkt eintreten und dann auch den Landesvorstand neu wählen, ist es, glaube ich, an der Zeit und auch ein guter Zeitpunkt, hier denjenigen zu danken, die sich bisher im Landesvorstand engagiert haben. Und das wird Matthias übernehmen, er hat schon ein Mikro in der Hand und dem übergebe ich dafür jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, wir möchten euch, euch Mitglieder des Landesvorstandes und des Landesparteirats hier an dieser Stelle Danke sagen für eure Arbeit, bevor wir in die Wahlen einsteigen und dafür möchte ich euch ganz herzlich auf die Bühne bitten. Der Landesparteirat ist auch gemeint. Und angesprochen, bitte auf die Bühne zu kommen, ja. Dann sollten wir vielleicht mal jemand verschwinden. Also wir wollen auf jeden Fall ein Foto. Hallo von euch und wir haben für die Mitglieder des Landesparteirates namensgebrandete Tassen, während der Landesvorstand Tulpenzwiebeln erhält. Wohl weiß ich keine Schnittblumen, wie ich mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass das ein Fauxpas wäre. Fauxpas sind keine Tulpenzwiebeln. Fauxpas sind keine Schnittblumenzwiebeln. 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 Vielen herzlichen Dank an euch. Können wir jetzt gehen? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Eine Landesvorstandssprecherin Offenerplatz, die Landesschatzmeisterin Offenerplatz sowie drei weitere Vorstandsmitglieder. Und es gilt, dass der Landesvorstand in Gänze quotiert besetzt sein muss. So weit zu dem, was wir hier wählen. Jetzt zur Frage, wie wir wählen. Und dazu habt ihr gestern eine entsprechende Änderung der Wahlordnung beschlossen. Heute Morgen den Einsatz des elektronischen Wahlsystems ebenfalls bestätigt, sodass wir danach heute verfahren können. Allerdings steht in der Wahlordnung, dass wir vorher eine Testabstimmung durchführen und wir das System in Ruhe durchgehen und erläutern. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt, indem ihr bitte alle euer Gerät zur Hand nehmt und anschließend in dieses Gerät in den seitlichen Schlitz die entsprechende Karte so einführt, dass der Chip nach oben zeigt. Nach oben heißt es, dass der Chip nach oben zeigt, wenn du ihn reinsteckst. So, dann ist das Gerät theoretisch verwendbar, wenn wir den Wahlgang eröffnet haben. Wir werden jetzt eine Probeabstimmung dahingehend durchführen. Ihr seht auch eine Erläuterung des Ganzen, dass wir versuchen, eine der großen philosophischen Fragen durch Schwarmintelligenz zu klären. Mal sehen, was die Versammlung am Ende meint, was richtig ist. Wir klären die spannende Frage, was eher da war, Henne oder Ei. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch wie oben angezeigt zu verhalten, wenn wir den Wahlgang öffnen. Das heißt, ihr könnt entweder mit der 1 euch enthalten, wenn es euch Schnurrspiep egal ist, weil es als erstes da war. Oder ihr drückt die 2, wenn er meint, das ist beides nicht richtig, da gibt es noch was drittes. Steht allerdings leider nicht zur Wahl. Oder ihr könnt dann jeweils entweder die Nummer 3 drücken, wenn er meint, die Henne war zuerst da. Oder die 4, wenn das Ei zuerst da war. Aber wichtig, ihr müsst nach der jeweiligen Stimmabgabe das mit der Enter-Taste bestätigen. Diese Enter-Taste findet ihr über dem C. Das ist dieser Pfeil, der nach links zeigt, wie eine Enter-Taste auch aussieht, wenn man genau hinguckt. Das heißt, ihr gebt das entsprechende ein, drückt also die Zahl und drückt dann Enter. Wenn ihr die Zahl gedrückt habt und meint, das ist jetzt nicht so das, was ich wollte, dann könnt ihr das so lange mit C korrigieren und ändern, bis ihr die Enter-Taste nicht gedrückt habt. Wenn ihr die Enter-Taste gedrückt habt, ist die Stimme im Karton und abgegeben. Dann könnt ihr die nicht mehr zurückholen. Ich sage schon mal jetzt, hier gibt es nur eine Stimme, hier ist es relativ einfach. Bei weiteren Wahlgängen, wo es mehrere Stimmen gibt, müsst ihr jede einzelne Stimme entsprechend mit Enter bestätigen, bis ihr dann keine Stimmen mehr habt. Das System ist intelligent. Es erkennt, ob ihr versucht, mehr Stimmen abzugeben, als ihr dürft. Also sprich, ihr gebt jetzt beispielsweise ein, dass ihr mit Nein stimmt und anschließend drückt ihr nochmal die 3. Dann wird das System das als ungültige Stimme werten. Genauso bei späteren Wahlgängen, wenn ihr mehr Stimmen abgebt, als ihr zur Verfügung habt. So läuft das grundsätzlich. Wenn ihr innerhalb des Wahlgangs merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, dann haltet ihr bitte das Gerät nach oben. Dann wird sich im Saal ein Techniker befinden, der in der Lage ist, das Gerät oder die Karten auszutauschen. Es ist wichtig, wir werden uns bei den Wahlgängen auch viel Zeit lassen, vor allem bei den ersten Wahlgängen, weil das nicht häufig ist, dass wir mit diesem System operieren. Und auch gucken, ob es Probleme gibt im Saal. Die Testabstimmung dient jetzt erstmal dazu, dass wir gemeinsam mal ein kollektives Erfolgserlebnis hier haben, in dem wir irgendwie feststellen, wir haben es alle verstanden. Oder eben auch nicht. So, gibt es erstmal Fragen dazu? Dann probieren wir das jetzt mal. Dann würde ich bitten, den Wahlgang entsprechend zu öffnen. Das wird jetzt auch angezeigt. Ihr erkennt jetzt auch, dass es grün leuchtet oben. Jetzt könnt ihr eure Stimme abgeben. Ihr erkennt jetzt auch links unten ein Kartenzeichen. Das ist quasi die Chipkarte. Bei wem die nicht angezeigt ist, bei dem ist wahrscheinlich die Chipkarte nicht richtig reingesteckt. Dann als erstes bitte noch mal Chipkarte rausnehmen und wieder reinstecken, dran ruckeln und gucken, ob ihr sie richtig rum, also Chip nach oben eingesteckt habt. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, eine entsprechende Nummer drücken. Also sprich, die 1 für Enthaltung, die 2 für Nein, die 3 für die Henne oder die 4 für das Ei. Und das entsprechend dann durch die Enter-Taste quittieren. Und darum bitte ich euch jetzt. Wenn ihr die Stimme abgegeben habt, leuchtet es kurz rot. Das noch als Hinweis, dann wisst ihr auch, dass die Stimme entsprechend abgegeben ist. Je nach Zahl der Stimmen erlischt dann auch das System gänzlich. Also sprich, es ist nicht mehr grün oder es ist noch grün, wenn ihr weitere Stimmen habt. Da ihr hier noch eine Stimme habt, ist danach oben nicht mehr grün. Das heißt, ihr könnt dann auch nichts mehr machen. Wie gesagt, noch mal der Hinweis, das Gerät bitte im Saal lassen. Wenn ihr rausgeht, die Karte mitnehmen. Sonst lockt sich das eventuell aus. So, ich frage jetzt in die Runde, gibt es irgendwo Menschen, die Probleme haben, wo das Gerät nicht funktioniert, wo ihr sagt, ich brauche da nochmal was erläutert. Wie gesagt, das ist jetzt alles die Testabstimmung. Das ist alles harmlos. Sehe jetzt hier niemanden. Dann schließe ich den Wahlgang. Jetzt erlischt auch unten dieses Kartensymbol auf euren Geräten. Das heißt, es ist auch der Wahlgang offiziell beendet. Jetzt wird es ein paar Sekunden dauern, ehe uns nur zum weiteren Verfahren, dass der schriftliche Ausdruck des Ganzen hier nach oben gereicht wird. Dann verlesen wir immer den schriftlichen Ausdruck. Und erst wenn wir damit fertig sind, werden wir das Ergebnis oben auch einblenden. Also wir lesen erst vor und blenden danach ein, weil wir hier uns beim Vorlesen auch erstmal noch bewusst sein müssen, was mit den Quoren beispielsweise dann und der entsprechenden Einhaltung ist. Ihr seht jetzt, dass der sympathische Mann von hinten nach hier vorne eilt. Der hat im Sinne eines nicht berittenen Boten das Ergebnis und übergibt uns das jetzt. Und ich kann euch sagen, dass an der Abstimmung 102 Personen teilgenommen haben. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht irgendwas kaputt mache. Okay. Also 102 abgegebene Stimmen. Es haben sich zwölf Personen enthalten. 28 Personen sind der Meinung, keins von beiden ist richtig und haben mit Nein gestimmt. 32 haben für die Henne gestimmt und 30 für das Ei. Das ist ein denkbares Ergebnis, was euch jetzt auch gleich eingeblendet wird. Ihr seht das jetzt. Das Quorum liegt bei 52 Stimmen logischerweise. In dem Fall sparen wir uns jetzt weitere Wahlgänge zur Klärung dieser philosophischen Frage, die man jetzt noch machen könnte. Ich frage jetzt nochmal in die Runde, ob es Fragen dazu gibt. Das Quorum ist nicht erreicht, aber wir müssten jetzt theoretisch einen zweiten Wahlgang machen. Auf den verzichten wir jetzt aber, wie gesagt. Gut. Das war die Testabstimmung. Gibt es Fragen? Wie gesagt, wir wären auch sonst immer die Möglichkeit, dass wir das innerhalb der jeweiligen Wahlverfahren nochmal klären. Und scheut euch bitte nicht, dass wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr meint, ich habe dann nochmal eine Frage, dass ihr euch einfach meldet, das ist wichtiger, dass ihr lieber dreimal nachgefragt wird, auch von unserer Seite, aber auch von eurer, als dass wir hier irgendwo an einer Stelle durchreiten und am Ende hat es irgendwas schief gelaufen. Gut, damit haben wir jetzt schon die erste Abstimmung des Tages gut mit dem Abstimmungssystem überstanden und wir können dann Tatsache in das weitere Prozedere gehen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir treten damit in den Wahlvorgang zur Wahl der Landessprecherin Frauenplatz ein. Wir haben das System ausführlich erläutert und getestet und wir beginnen jetzt, wie gesagt, mit diesem Platz. Hier liegt uns bisher die Bewerbung von Christine Melcher vor. Ich frage in die Runde, ob es weitere Bewerbungen gibt. Hier gibt es auch keine Bewerbungsfrist. Das vermag ich nicht zu erkennen. Dann schließe ich an dieser Stelle die Bewerbungsliste. Bevor ich jetzt zum Weiteren komme, möchte ich mit euch nochmal kurz das weitere Verfahren durchsprechen, weil es da gestern eine Änderung gab. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden jetzt sieben Minuten Zeit haben. Das gilt dann auch für die weiteren Landesvorstandssprecherinnen, um sich vorzustellen. Anschließend sind drei Fragen vorgesehen. Ihr habt gestern beschlossen, dass diese Fragen mündlich gestellt werden, statt schriftlich. Ich betone nochmal, ihr habt Fragen mündlich beschlossen. Das Präsidium wird darauf achten, ob ihr eine Frage stellt. Keine Statementrunde. Zweiter Punkt. Wir werden das dadurch handhaben, dass wir trotzdem euch bitten, hier vorne in die Boxen einzuwerfen. Weil, wenn sich jetzt mehr als drei Leute melden im Saal, die Fragen haben, ist es der Willkür des Präsidiums unterworfen, wen wir hier dran nehmen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen bitte ich euch, nicht den Fragezettel, sondern den blauen Wortmeldezettel zu nehmen. Dort einfach euren Namen drauf zu schreiben und in die Box zu werfen, wenn ihr eine mündliche Frage stellen wollt. Wie gesagt, nicht die Fragezettel, sondern die Wortmeldungszettel. Wir werden dann die drei Personen, die Fragen stellen, auslosen, sofern das notwendig ist. Und dann können die sich gerne hintereinander an das Saal-Mikro stellen, was dort zur Verfügung steht. Und diese Fragen dann auch mündlich, und das begrenzen wir jetzt hier mit maximal einer Minute Redezeit, dann auch stellen. Soweit zum Verfahren. Ich mache jetzt hier einen Hinweis, der vielleicht für das Präsidium in der Folge etwas problematisch wäre. Ich mache ihn trotzdem. Sollte hier noch jemand Änderungsbedarf an der Zahl der Fragen oder der Redezeit haben, dann möge er das jetzt artikulieren oder für den Rest der Versammlung schweigen. Zumindest für den Punkt der Landesvorstandswahlen. Weil was nicht geht, das sage ich auch schon, wenn wir einmal mit einem System angefangen haben, dass dann zwischendurch uns hier Geschäftsordnungsanträge zur Zahl der Fragen oder länger von Antwortzeiten erreichen. Deswegen gebe ich jetzt nochmal jeden drei Sekunden, in sich zu gehen und zu überlegen, ob er hier Änderungsbedarf sieht. Drei, zwei, eins, nein. Dann gibt es entsprechend keinen Geschäftsordnungsantrag dazu und wir verfahren nach dem, was wir gestern im F-Antrag, in der Abänderung des Geschäftsordnungsantrags von Dieter Rappenhöner, mit dem Verfahren zur Befragung festgestellt haben. Okay, dann sind wir mit allen Präliminarien hier am Ende, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit bitte ich jetzt die einzige Kandidatin für den Platz, schon mal sich bereit zu halten. Und jetzt komme ich noch mit einem Punkt, das Thema Redezeit. Weil es ein Problem gibt. Die sächsische Ampel funktioniert leider auch für sächsische Verhältnisse sehr schlecht. Beziehungsweise, insbesondere wenn ihr das Mikro rausnehmt und euch leicht neben das Redepult stellt, ist das Problem gegeben, dass ihr eventuell nicht seht, wann diese Ampelanlage, die nicht gerade groß ist, hier oben angeht. Deswegen haben wir ein Zusatzelement für euch eingebaut. Von uns aus links in der zweiten Reihe sitzt der René. Der René hebt gerade ein Schild hoch. Da steht zwar Kohle stoppen drauf, aber ihr könnt das gerne auch als Redezeit stoppen lesen. Wenn René aufsteht und dieses Schild hoch hält, dann wisst ihr, ab jetzt laufen 30 Sekunden. Dann geht auch dort bei euch das gelbe Licht an und René steht auf und ihr wisst, in dem Moment nur noch 30 Sekunden. Der bleibt nicht 30 Sekunden stehen, das kann ich jetzt schon mal sagen, sondern der wird in dem Moment, wo er gesehen hat, dass er das erkannt hat, sich auch wieder hinsetzen. Also bitte nicht den Trugschuss machen, wenn René sitzt, dass dann die Redezeit wieder weiterläuft. Sprich, das ist das Signal 30 Sekunden. Wenn die 30 Sekunden dann um sind, werden wir hier sehr restriktiv vorgehen. Und da bleibe ich bei dem, was ich gestern gesagt habe. Wenn ihr eine Stimme in eurem Ohr hört, die nicht eure eigene ist, dann ist die Redezeit vorbei. Und wenn ihr das Schülerücken des Präsidiums hört, dann ist der Notausgang zu eurer Linken. So, das jetzt aber wirklich mit allem, weil wir wollen hier die Kandidatinnen und Kandidaten nicht länger auf die Folter spannen. Ich rufe auf die Wahl des Platzes zur Landesvorstandsbrecherin weiblicher Platz. Es liegt die Bewerbung von Christine Melcher vor. Liebe Christine, du hast sieben Minuten und nun das Wort. Herzlichen Dank, Valentin. Liebe Freundinnen und Freunde, unzählige Zugfahrten in Sachsen liegen hinter mir. Viele Veranstaltungen und Wahlkampfstände haben wir gemeinsam gemeistert. Viele Gespräche mit Bürgerinnen haben wir geführt. Und es sind diese Gespräche, die mich zurzeit umtreiben. Wie den meisten von euch fällt mir auf, dass unter der Oberfläche guter Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten eine große Verunsicherung herrscht. Wie kann ich meine Miete in ein paar Jahren noch leisten? Wie komme ich zum Einkauf in die nächste Stadt, wenn Bus und Bahn weggekürzt werden? Wie sicher kann ich mich fühlen, wenn der nächste Polizeiposten über eine Stunde entfernt ist? Steht morgen ein Lehrer vor der Klasse meines Kindes oder droht wieder einmal Unterrichtsausfall? Diese spürbare Verunsicherung bestimmt die politische Landschaft. Nicht nur, aber vor allem auch hier in Sachsen. Viele Leute wissen über die grundlegenden Veränderungen, die mit dem Klimawandel, der Globalisierung, der Migration und mit der Digitalisierung verbunden sind. Aber sie sehen nicht, dass sich jemand ihren Herausforderungen annimmt. Die Überforderungen von Politik mit den großen Fragen unserer Zeit umzugehen, sind mit den Händen spürbar. Wie soll eine Staatsregierung mit den neuen Herausforderungen auch fertig werden, wenn sie selbst mit den grundlegenden Aufgaben überfordert ist? Das Ergebnis der Bundestagswahl hat erschreckend deutlich gemacht, dass diese Unzufriedenheit politische Kräfte Auftrieb verleiht, mit denen eine offene Gesellschaft in Gefahr ist. 27 Prozent der Menschen in unserem Land wählen eine Partei, die ausgrenzt und diskriminiert. 27 Prozent der Menschen in unserem Land wählen eine Partei, die den Klimawandel leugnet und Menschen an den Grenzen erschießen will. 27 Prozent der Menschen in unserem Land wählten eine Partei, deren einzige Antwort auf die Zukunft die Vergangenheit ist. Liebe Freundinnen und Freunde, Sachsen hat es schlicht nicht verdient, dass eine Partei an die Macht kommt, die alles zerstören will, was die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ausmacht. Sachsen hat es auch nicht verdient, weiterhin von einer Partei regiert zu werden, die längst keine klare demokratische oder christliche Haltung mehr zeigt, sondern sich als Vollstrecker von AfD-Funktionen Forderungen generiert. Ein Ministerpräsident Kretschmer, der keine klare Haltung für eine offene Gesellschaft zeigt, sondern jene toleriert, die diskriminieren, ausgrenzen und anzünden, hat Sachsen nicht verdient. Liebe Freundinnen und Freunde, die Landtagswahl wird eine Richtungswahl. Sie wird wohlmöglich eine Zäsur, nicht nur für uns in Sachsen, sondern für die gesamte Bundesrepublik. Wer jetzt nicht aufsteht, wer sich jetzt nicht einbringt, wer jetzt nicht zur Wahl geht, wer jetzt aus Spaß oder Trotz Protest wählt, hat nicht verstanden, in welchen politischen Zeiten wir leben. 2019 kommt es auf jede Stimme an. Wollen wir eine Politik mit inklusiver Haltung und offenen Meinungsstreit, eine Politik, die Partei für Minderheiten ergreift, als auch für Einkommensschwache, wollen wir eine Politik, die für ein starkes und solidarisches Gemeinwesen eintritt, eine Politik, die möglichst umfassende Teilhabe und Mitmachen ermöglicht, oder wollen wir wirklich eine Politik der Renationalisierung und Ausgrenzung, eine Politik, die daraus Profit zieht, die Schwächsten gegen die Schwächsten auszuspielen, eine Politik, die sich selbst am nächsten ist und die Parteitaktik über das Wohl des Landes stellt. Liebe Freundinnen und Freunde, starke Grüne zur Landtagswahl sind der Garant gegen ein rechtes Regierungsbündnis. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen in Sachsen progressiver sind, als uns die rechten Angstmacher glauben machen wollen. Ob Vermögensteuer, Familiennachzug, Bürgerversicherung, Ehe für alle oder Rücknahme von Hartz IV, ob Gemeinschaftsschulen, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs oder eine mietenfreundliche Wohnungspolitik. In vielen Bereichen haben wir Grüne klare gesellschaftliche Mehrheiten. Jetzt ist es an uns, aus diesen gesellschaftlichen Mehrheiten politische Mehrheiten zu machen. Es ist grüne Aufgabe, jetzt mutige Visionen für Sachsen zu entwerfen und diejenigen zu mobilisieren, die Sachsen mit progressiver und leidenschaftlicher Politik nach vorne bringen wollen. Dafür, ja, müssen wir uns als Grüne auch offensiver, streitbarer und kreativer in Sachsen einbringen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind so viele Mitglieder wie nie. 1.600 Mitglieder, Zuwachs in allen Kreisverbanden. Das ist eine gute Voraussetzung für die bevorstehende Landtagswahl. Aber jetzt müssen wir die Mitglieder auch mitnehmen, zum Mitmachen und Einmischen motivieren. Der Landesvorstand hat sich bereits auf den Weg gemacht, die ersten Weichen für die bevorstehende Landtagswahl zu stellen. Die Programmprozessgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Die vielen Landesarbeitsgemeinschaften sind am Diskutieren und sammeln die ersten Ideen für unser Sachsen. Wir haben eine Arbeitsgruppe für eine moderne Wahlkampfführung eingerichtet. Wir waren mal die Partei des Internets und wir wollen es auch wieder werden. Durch Zuverlässigkeit, Anerkennung und bessere Kommunikation haben wir die Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Partei auf eine gute Grundlage gestellt. Diese Kultur des Respekts und des Dialogs auf Augenhöhe müssen wir in alle Gliederungen unserer Partei tragen. Wir gewinnen diese Landtagswahl nur gemeinsam. Liebe Freundinnen und Freunde, das letzte Jahr war für mich sehr bewegend. Durchgearbeitete Tage und Nächte, tausende Mails, nicht enden wollende Besprechungen. Und ich habe mehr Lust denn je auf unsere Partei. Ich hoffe, dass ich euch durch Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit etwas von dem zurückgeben konnte, was ihr mir an Inspiration und Kraft gegeben habt. Ich bitte daher erneut um das Vertrauen als Landesvorstandssprecherin von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Vielen Dank, Christine. Wir werden jetzt entsprechend drei Wortmeldungen auslosen. Ein Hinweis, die Fragen sind nicht quotiert nach unserem entsprechenden Verfahrensbeschluss. Wir ziehen die jetzt alle zusammen und ziehen. Als erstes kann Ans, liebe Freundinnen und Freunde, das geht schon gut los, weil Norman Volker steht momentan noch nicht zur Wahl. Das tun wir nochmal zurückstellen. Ja, aber wir müssen ja irgendwie für die jeweiligen Kandidaten etwas ausmachen. Es ist jetzt schwierig, gerade in dem Punkt an Norman Volker eine Frage zu stellen. Aber wir beginnen mit Torsten Hans. Anschließend kann sich Gesine Mertens reithalten. Und dann haben wir, frage ich mal, gibt es noch weitere? Da haben wir offensichtlich auch nur zwei Fragen. Dann bitte als erstes Torsten Hans und dann als zweites Gesine Mertens. Jeweils eine Minute Redezeit für die Frage. Und dann hat Christine im Anschluss an die Fragen drei Minuten Zeit, sie zu beantworten. Torsten, bitte. Liebe Christine, was gibt uns die Gewissheit, dass im Landtagswahlkampf, im Vorfeld des Landtagswahlkampfs nicht das Gleiche passiert wie im zurückliegenden Jahr, also im Zeitraum des Bundestagswahlkampfs, wo ich jetzt, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, feststellen muss, dass insbesondere aufgrund deines und sicher auch Jürgens, aber der kommt später dran sozusagen, unkooperativen Führungsstils es zu verzeichnen war, dass es eine sehr starke Mitarbeiterfluktuation in der Geschäftsstelle gab. Dass also Mitarbeiter gegangen sind oder sogar denen gekündigt wurde. Und dass zum Beispiel wir, also ich war bis vor kurzem LRG-Sprecher Finanzen, als Verantwortliche, die mit diesen langjährigen Mitarbeitern zusammengearbeitet haben, noch nicht mal darüber informiert wurden, dass diese Mitarbeiter nicht mehr in der Landesgeschäftsstelle für uns zur Verfügung stehen, die langjährig den Landesverband kennen, die Mitglieder kennen und die eben auch kurzfristig bearbeiten konnten, ob jemand neu in die Liste aufgenommen wird bei uns oder nicht. Also was gibt mir die Hoffnung, dass ihr daraus vielleicht auch etwas gelernt habt? Komm bitte zum Schluss. Du hast gesagt, Kultur des Respekts, Zusammenarbeit, ich kann daran noch nicht ganz glauben. Danke, Gesine. So, noch ein Blick nach vorne. Wir werden diese Landtagswahlen nicht alleine gewinnen. Ohne die Unterstützung des Bundes kriegen wir das nicht hin. Wie seid ihr im Gespräch? Was habt ihr vor? Was habt ihr verabredet? Vielen Dank, Gesine. Damit ist die Fragerunde abgeschlossen und Christine, du hast drei Minuten auf die gestellten Fragen zu antworten. Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Wie ihr wisst und alle, die mich gut kennen, ist mir eine Anerkennungskultur in den eigenen Reihen, aber auch in den Kreisverbänden sehr wichtig und ich glaube, ich habe das auch gelebt. Grundvoraussetzung für die bevorstehende Wahl und für das weitere Vorgehen, ist, dass wir loyal miteinander umgehen und dass wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Ich glaube, dass sich der Landesvorstand gewisse Entscheidungen in der Vergangenheit nicht leicht gemacht hat, aber wir haben alle Entscheidungen gemeinsam und wohl überlegt getroffen. Die zweite Frage, Gesine, zu den Unterstützungsmöglichkeiten des Bundesverbandes. Wir sind da jetzt schon sehr lange auch im Gespräch mit dem Bundesverband, natürlich erst am Anfang, weil das natürlich auch in der Verantwortung des neuen Landesvorstandes liegt. Robert hat uns gestern die ersten Angebote gemacht, auch wirklich präsent hier in Sachsen zu sein. Britta hat heute ihr Angebot nochmal wiederholt, was sie auf der BDK schon mal ausgesprochen hat. Wir sind ferner auch in Gesprächen, dass gewisse Know-how wir uns abholen im Bundesverband, im Bereich Social Media, aber auch was Marktforschungsinstrumente und Potenzialanalysen betrifft. Micha Kellner hat uns angeboten, direkt nach der Wahl im April mit uns auf Klausur zu gehen und ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, dass wir das gemeinsam mit dem Bundesvorstand meistern. Vielen Dank, damit sind wir am Ende des Vorstellungsverfahrens. Nur nochmal der Hinweis an diejenigen, die jetzt schon einen Zettel für die nächsten Wahlen eingereicht haben. Die haben wir jetzt zurückgestellt und werfen die dann in die Urne, aber für das zukünftige bitte immer nur zu denjenigen, der gerade spricht, die entsprechenden Fragen einstellen. Einwerfen, sonst wird es hier oben etwas verwirrend und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Vielen Dank, wir kommen damit zum Wahlgang. Ihr nehmt bitte euer Gerät und aktiviert es mit dem Einfügen der entsprechenden Chipkarte. Ihr habt einen Wahlgang, in dem es eine Stimme zu vergeben gibt. Entsprechend unserer Wahlordnung, entweder Kandidatinnen wählen oder mit Nein-Stimmen oder mit Enthaltung Stimmen. Ihr habt daher jetzt die Möglichkeit, wie es auch hinter mir jetzt angezeigt werden müsste, entweder mit der 1 euch zu enthalten, mit der 2 mit Nein-Stimmen oder mit der 3 Christine Melcher zu wählen. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erreicht. Ist das in einem ersten Wahlgang nicht der Fall, folgt ein zweiter Wahlgang, in dem die relative Mehrheit, also mehr Ja-als-Nein-Stimmen benötigt wird. Ich frage erstmal, gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall, dann eröffne ich jetzt den Wahlgang, damit wird das Gerät scharf geschaltet. Bei euch aktiviert sich das grüne Licht und die entsprechende Chipkarte im Display. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, durch Drücken der entsprechenden Taste die Stimme abzugeben. Ihr habt eine Stimme und drückt dann mit Enter, damit sie bestätigt ist. Gibt es Fragen? Oder ist das eine Problemanzeige oder eine Frage? Problemanzeige da. Haltet am besten das Gerät hoch, das ist das Einfachste, dann kriegen wir mit, ob das eine Frage oder eine Problemanzeige ist. Gut, ich gucke mal in die Runde. Ich gucke mal in die Runde, ob jemand Probleme signalisiert. Das kann ich nicht erkennen, dann schließe ich hiermit den Wahlgang, bitte auszuzählen. Also zumindest technisch. Ich gucke mal in die Runde. Ich gucke mal in die Runde. Liebe Freunde und Freunde, uns liegt das Ergebnis vor. Es haben 109 Personen an der Abstimmung teilgenommen. Entsprechend liegt das Quorum für den ersten Wahlgang bei 55 Stimmen. Es gab 13 Enthaltungen, 17 Nein-Stimmen. Auf Christian Mercher empfehlen 79 Stimmen. Applaus 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 Liebe Christine, nimmst du die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Währenddessen übergebe ich hier mal für den nächsten Wahlgang das Mikro an Juliane. $iff. $iff. $fe. Applaus 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 Vielen Dank. Hier verliegen uns die Bewerbungen von Jürgen Kasek und Nomen Volker vor. Gibt es weitere bisher nicht angezeigte Bewerbungen? Das kann ich nicht sehen. Dann kann sich jetzt in alphabetischer Reihenfolge zunächst Jürgen sieben Minuten vorstellen und danach Nomen, in der während der Redezeit kann... Vielleicht nochmal der Hinweis, während der Redezeit der jeweiligen Kandidaten können hier vorne die Wortmeldungen eingeworfen werden zum jeweiligen Kandidaten. Vielleicht gratuliert einfach ein Vertreter jedes Kreisverbandes. Dann Jürgen bitte ich dich jetzt um die Vorstellung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mit einem Zitat beginnen, mit einem etwas ungewöhnlichen Zitat. Und zwar, das ist ein abgewandeltes Zitat, kämpfe für etwas oder lebe für wenig. Das ist deswegen ein ungewöhnliches Zitat, was ein Zitat von John Rambo ist. Wir haben zuletzt immer wieder betont, dass 2019 eine Richtungswahl für Sachsen wird. Aber auch für uns Grüne gilt es heute, eine Richtungswahl zu treffen und nämlich zu entscheiden, in welche Richtung sich diese, unsere Partei, entwickeln soll. Wir sind uns einig, dass wir 2019 stärker werden müssen. Wir sind uns einig darüber, dass es dafür notwendig ist, dass wir öffentlichkeitswirksam mehr und mit vielen verschiedenen Themen sichtbar werden. Wir sind uns einig, dass es darum gehen wird, mehr Menschen einzubinden, hin zu einem demokratischen, lebenswerten Sachsen, in dem jeder Mensch zu Hause sein kann und darf. Wir sind uns einig, dass es dafür notwendig ist, die alternativen Milieus in den Großstädten ebenso einzubinden, wie die Notwendigkeit, im ländlichen Raum stärker zu werden. Wir sind uns einig, dass es dafür Personen braucht, die glaubwürdige grüne Politik leben und vermitteln. Politik befördert immer auch Narzissmus. Und die Frage ist, wie narzisstisch sind wir eigentlich? Wir alle sind uns einig, dass wir neue Bündnisse knüpfen müssen. Und in unseren Strategieanträgen haben wir beschlossen, dass wir unsere Antwort in den Zielgruppen, in der Tonalität differenzieren, dass wir in der Ansprache pointierter werden müssen und dass wir uns auf unsere großen drei Leitlinien konzentrieren. Demokratie, soziale Gerechtigkeit und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Das sind die Punkte, über die wir uns einig sind. Und Demokratie ist das Verbindende wie das Trende. Und heute ist die Frage, wie machen wir das? Wie macht ihr das? Ich gehe an der Stelle nicht rein mit großen Antworten, sondern ich habe Fragen an euch. Die erste Frage. Wollen wir zukünftig eine Partei sein, die auch weiterhin selbstbewusst Themen setzt, die präsent ist, die deutlich wird? Oder sind wir zukünftig diejenigen, die Politik, die woanders gemacht wird, verwalten? Und die Frage ist, reicht das an dieser Stelle aus? Die Frage Nummer zwei. Sind wir eine offene und moderne Partei, die bereit ist, auf der Suche nach der Gestaltung der Zukunft neue Bündnisse einzugehen und ohne fertige Antworten mit den Menschen gemeinsam nach Antworten zu suchen? Oder sagen wir, dass wir das eigentlich abgeschlossen haben? Dass wir für uns eigentlich fertige Antworten haben und es nur noch darum geht, diese Antworten irgendwie nach außen zu verkaufen? Ihr habt alle gestern bei Robert Habeck geklatscht. Und Robert Habeck hat gesagt, für uns muss es darum gehen, neue Wege zu gehen. Wir sind in einer Situation, in der sich in der Partei auch das vollzieht, was eigentlich draußen im Land ein Stück weit passiert. Und das ist eine, ehrlich gesagt, auch eine unbequeme Wahrheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Im Land gibt es wirtschaftlichen Wohlstand und trotzdem haben die Menschen Zukunftsangst. Und wie sieht das eigentlich? Und deswegen, weil sie Zukunftsangst haben, tendieren sie zur Vergangenheit und sagen, mehr von dem Alten, weil die Verklärung der Vergangenheit möglicherweise eine Lösung für die Zukunft sein kann. Und was machen wir? Wir sind in den letzten Jahren deutlich in der Mitgliederzahl gewachsen. Das hat Gründe, weil wir auch präsent waren. Und in dieser Situation, in dieser, und zwar gemeinsam präsent, in der unterschiedlichen Tonalität, in der Pluralität von unterschiedlichen Menschen und Personen auf dem Stadt, in der Stadt und auf dem Land. Und in einer Situation, wo ganz viele von euch auf die Umfragen gucken und sagen, da ist eine gewisse Angst in dieser Partei zu spüren. Reicht das 2019? Wir müssen diese Frage beantworten. Wie gehen wir damit um? Ist es wirklich sinnvoll, an dieser Stelle zurück zu tendieren und zu sagen, wir müssen Politik einfach nur besser organisieren, oder müssen wir uns auf einen neuen Weg begeben? Überall in den Städten und auf dem Land sind Menschen unzufrieden. Junge Familien, Alleinerziehende, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen finden in der Stadt keinen Wohnraum mehr. Und viele Menschen auf dem Land machen sich Sorgen um ihre Kommune, weil die jungen Menschen weggehen, weil die Kommune verarmt, weil kein Arzt mehr da ist, keine Schule und sie eigentlich nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und die Frage ist, wie wollen wir diese Menschen erreichen? Haben wir den Mut, hinzugehen und zu sagen, wir haben keine fertigen Konzepte, aber wir sind eure Anwälte, wir hören euch zu und wir sind bereit, mit euch zusammen nach Antworten zu suchen? Das ist die Frage, die wir heute beantworten müssen. Und die Frage ist auch, sind wir die Partei, die auch weiterhin auf der Straße dafür kämpft, für unsere Themen, sind wir die Partei, die auch weiterhin auf der Straße diejenigen sind, die die Fahne von Humanismus hochhalten, die Seite an Seite mit den Umweltverbänden stehen oder sind wir zukünftig diejenigen, die das vom Büro aus organisieren? Ich komme langsam zu einem Ende. Wir haben gestern gesagt, das Klima kämpft und wir wollen diejenigen sein, das hat Gerd Lippold gesagt, die zusammen, Seite an Seite mit der Umweltbewegung kämpfen. Und die Frage ist, wollt ihr das auch? Ich komme, das sind die Fragen, die ich euch zu stellen habe und die ihr heute entscheiden müsst. Ich habe ganz am Ende einen Wunsch. Egal wie das heute ausgeht, wir haben vorhin den Antrag zur politischen Kultur beschlossen. Lasst uns diese politische Kultur leben. Gemeinsam. Egal wie das ausgeht und uns gegenseitig unterstützen. Ihr trefft diese Entscheidung und ganz am Ende möchte ich mit, ich habe mit einem Zitat begonnen und mit dem möchte ich auch enden. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, nur einen zum sicheren Misserfolg es jedem recht machen zu wollen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jürgen. Wir haben jetzt hier Wortmeldungen, die wir hier vorne ziehen. Mal als kleiner Hinweis, ihr habt eine Minute, eure Frage zu stellen. So, ich habe jetzt hier die Wortmeldungen von Sophia Mierniak, KV Leipzig, an das Saalmikro gehen. Dann als Nächste die Wortmeldungen von Alexander Breitenbach, KV Mittelsachsen. So, und dann habe ich noch eine von Dieter Rappenhöner, KV Vogtland. Ihr könnt euch in dieser Reihenfolge hier vorne an sein Mikro stellen. Ihr habt eine Minute. Ja, Jürgen, mich interessiert, wie deine Konzepte zur Frauenförderung in der Partei aussehen und nach Möglichkeit jetzt nicht mit weiteren Fragen wieder antworten, sondern mit Antworten. Vielen Dank. Jürgen. Hallo? Ja. Jürgen, du hast über Angst gesprochen. Ja, die Menschen haben Angst. Bei Gesprächen, die ich geführt habe mit Mitarbeitern, mit Freunden, in Sachsen, im täglichen Leben, habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich bin Grüner. Guckt es mich groß an. und dann kamen Angstfragen. Und es hat sich immer herausgestellt, sie werten uns Grüne immer an irgendeinem Punkt, wo sie nicht mit einverstanden sein können. Und deshalb, weil ein einziger Punkt ihnen aufstößt, deswegen habe ich festgestellt, wollen sie uns Grüne nicht wählen. Es ist sehr schwierig, ihnen beizubringen, dass es viel, viel mehr Punkte, negative Punkte bei anderen Parteien gibt, aber ich habe es nicht geschafft, Menschen zu überzeugen, dass sie diesen einen Punkt bei uns... Bitte eine Frage stellen. ...diesen einen Punkt bei uns vielleicht nicht so gewichten sollen. Und ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen. Hast du Antworten dafür? Ja, lieber Jürgen, du weißt, dass ich dich sehr schätze, das möchte ich vorweg schicken. Dein Engagement gegen rechts ist bemerkenswert gewesen. Du hast in deiner schriftlichen Bewerbung allerdings auch gesagt, du hast Fehler gemacht. Und die haben für meine Begriffe etwas damit zu tun, mit deiner Bindung, sehr engen Bindung an das Thema Antifa, das ging mir persönlich zu weit. Dieser Landesvorstand ist ja nicht irgendeiner, sondern der hat Wahlen zu organisieren für Europawahl, für Kommunalwahl und für Landtagswahlen und hat das Landtagswahlprogramm aufzustellen. Deswegen möchte ich die fragen, wie du in dieser Situation, mit dieser Kritik, die dir entgegen geschlagen ist, das hast du ja nur wirklich deutlich gemerkt, wie du es da schaffen willst, alle Mitglieder des Landesverbandes, dass sie geeint und willig die kommenden drei Wahlen durchführen. Und wie willst du zusehen, dass das Thema Ökologie und Klimaschutz, was dir ja sicherlich nicht fremd ist und unser eigentliches Markenzeichen sein dürfte, dominant im Wahlkampf wird. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Jürgen, du hast jetzt drei Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen. Liebe Freunde und Freunde, vielen Dank für diese Fragen. Sophia, ich kann das nur versuchen zu beantworten, wie eine Frauenförderung aussehen soll. Ich glaube, dass es dazu notwendig ist, dass wir viel mehr Raum tatsächlich für Frauen schaffen müssen und positive Rollenvorbilder brauchen, genau wie das Christine mit ihrer Tour das vorgemacht hat. Wir brauchen tatsächlich Frauen, die den Mut haben, rauszugehen, die für uns präsent sind und die gilt es an der Stelle zu unterstützen und dort tatsächlich auch den Raum zu lassen, dass das geht, um zu zeigen, dass die Grünen vor allen Dingen auch eine Partei ist, in der Frauenpolitik gemacht wird und dazu braucht es engagierte Frauen an der Spitze und dafür heißt es dann auch, dass die Männer an der Stelle mal zurücktreten müssen. Alexander, ein Punkt ist immer schwierig, weil natürlich kommen an der Stelle, da bist du gekommen, Politik ist ein Abwertungsgeschäft und natürlich versucht man immer zu erklären, was die anderen alles falsch machen. Ich glaube nicht, dass das eine überzeugende Lösung ist. Ich glaube es dann überzeugend, wenn wir den Mut haben rauszugehen, eine Haltung einzunehmen, ein Konzept einzunehmen und auch bereit sind, uns diese Antworten darauf anzuhören, auch wenn die uns im Einzelfall nicht passen und trotzdem für unsere Ideen tatsächlich zu streiten. Menschen, die sich abgehangen fühlen, überzeuge ich damit, indem ich ihnen selber ein positives Gefühl vermittle, indem ich deutlich mache, ich habe Haltung, ich habe Mut, ich will diese Zukunft gestalten und wir machen uns mit all denen auf den Weg, die diesen Mut teilen, auch wenn wir nicht in allen Fällen mit der Antwort einverstanden sind. Dieter, du hast eine völlig richtige Frage gestellt, das war ja auch vorher in der Presse zu lesen, das ist das, was immer wieder kommt, der Kasek, das ist doch der, der mit der Antifa kooperiert. Das Lustige ist an der Stelle, dass heute zwei Menschen da sind, die man, wenn man das nicht weiß, quasi als Antifa bezeichnen könnte, sind nämlich zwei Organisatoren vom Bündnis Leipzig-Nem-Platz. Dieses Bündnis Leipzig-Nem-Platz wird getragen von den Kirchen und Gewerkschaften und Parteien und es ist tatsächlich immer wieder so, dass insbesondere Konservative versuchen, all das, diejenigen, die hier in Sachsen Demokratie zu verteidigen, die hier in Sachsen Demokratie verteidigen und die Grundwerte leben als Linksextreme zu Brandmarken und damit bin ich nicht einverstanden und ich sage ganz deutlich, Gewalt, egal in welchem Zusammenhang, ist nie eine Lösung und ich persönlich grenze mich davon auch ab, ich will mit Gewalttätern nichts zu tun haben, Gewalt ist immer Teil des Problems und bei der Ökologie, wir haben uns letzte Woche beim BUND getroffen, David Krewe ist ja und Felix Eckert sind enge Freunde von mir und ganz ehrlich, ich persönlich und zwar unabhängig, wie das heute ausgeht, habe richtig viel Bock drauf, für den Kohleausstieg zu kämpfen und das Thema Ökologie in Sachsen wieder groß zu machen, auch weil es mein eigenes Thema ist. Danke. Nun bitte ich Norman mit der, auf die Bühne zur Vorstellung seiner Kandidatur. Norman, auch du hast sieben Minuten Redezeit. Danke. Danke. Und noch mal ganz kurz der Hinweis, ihr könnt die Fragen hier vorne einwerfen. Also die Wortmeldung. Liebe Freundinnen und Freunde, die Herausforderungen nächstes Jahr mit Kommunal, Europa und Landtagswahl sind zu groß, als dass wir so weitermachen können wie bisher. Wir alle wissen, dass es für einen erfolgreichen Neuanfang in der Politik oft auch neue Leute braucht. Ich habe mir die Entscheidung zu kandidieren nicht leicht gemacht, gerade weil der aktuelle Sprecher aus meinem eigenen Kreisverband kommt. Wenn wir aber Sachsen fit für die Zukunft machen wollen, was mir ein Herzensanliegen ist, dann müssen wir grün besser werden. Ich will mit unseren grünen Ideen alle erreichen, die wie ihr und ich an das fortschrittliche Sachsen glauben. Und das ist eben im Erzgebirge und in der Lausitz genauso zu finden wie in Riesa, Zwickau oder linksgrün-hippen Großstadtvierteln. Denn wir haben die Konzepte, um all diese Region für die Zukunft lebenswert zu machen. Wie der Jens Bitzker bei der letzten BDK richtig sagte, die einfachen Antworten, die können wir oft nicht geben. Aber das liegt daran, dass die Realität einfach kompliziert ist. Wir verführen die Menschen nicht mit den vermeintlich einfachen Antworten. Wir sind die Partei, die die Fakten anerkennt. Wenn Sachsen eine Zukunft haben soll, dann reicht es aber nicht, dass wir die besten Konzepte haben, sondern wir müssen sie auch besser erklären. Und genau das habe ich mit euch vor, liebe Freundinnen und Freunde. Unser zentraler grüner Markenkern, die Umweltpolitik, muss wieder in den Vordergrund rücken und mit den dringenden und sozialen Fragen der Zeit verknüpft werden. Die Wähler in Sachsen sind nicht postmaterialistisch, wie in Berlin oder Baden-Württemberg. Sie sorgen sich um die Zukunft, auch um die finanzielle. Die Globalisierung und Digitalisierung drehen sich immer schneller und machen eben vor der eigenen Haustür nicht Halt. Das kann einem Angst machen. Den Kopf in den Sand stecken ist aber keine Lösung. Die Antwort darauf kann auch nicht Protest, Rumgejammer, das Suchen nach Schuldigen oder der Erhalt des Status Quo sein, wie sie von den anderen Parteien zu hören ist. Die Antwort ist die Gestaltung des unaufhaltsamen gesellschaftlichen Wandels. Wir wollen diesen Wandel für die Zukunft gestalten. Wir sind die, die sich nicht vor der Zukunft fürchten, die nicht in die Vergangenheit zurückrollen. Dafür kämpfen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin mit Anfang 20 zu den Grünen gekommen, weil mir schon damals wichtig war, was mir heute noch immer wichtig ist, weil ich nicht möchte, dass große Teile der Welt durch den Klimawandel unbewohnbar werden, weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder nicht so viele Autoabgase einatmen wie ich, weil ich daran glaube, dass nur mehr Demokratie und mehr Europa die Freiheit garantieren können, die sich jeder Mensch wünscht, der einmal in einer Diktatur gelebt hat, auch und besonders hier in Sachsen. Ich bin aufgewachsen in der DDR und sozialisiert im CDU-regierten Sachsen der letzten 25 Jahre. Wir sehen jetzt, wie die Fehlentscheidungen von damals und heute, die wir als Grüne immer kritisiert haben, wie auch diese Fehlentscheidungen jetzt ihre faulen Früchte tragen. Sachsen ist das Land mit dem niedrigsten gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben in Sachsen Hass und Missgunst, der immer hier besser gedeiht als anderswo. Ich, liebe Freundinnen und Freude, glaube eine andere Sachsen. Ein lebenswertes Bundesland, in dem die Menschen zusammenhalten und sich nicht gegenseitig den Kopf einhauen, sondern ein Füreinander einstehen. Ich bin überzeugt, dass 2019 dafür ein entscheidendes Jahr wird. Es ist entscheidend, weil unser Bundesland ein Symbol für die gesamte Bundesrepublik werden soll. Das Symbol, dass Neid und Missgunst stärker sind als Zukunft und Gemeinwohl. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will keinen rechten Kultusminister bekommen, der dann die Lehrpläne meiner Kinder umschreibt. Kein Finanzminister, der die Gelder für die freie Kultur von Görlitz bis Blauen einstampft. Kein Verkehrsminister, der auch den letzten Bahnhof schließt und Radwege verhindert, nur um die hundertste Ortsumgehung zu asphaltieren. Wenn wir dieses Bundesland lebenswert erhalten wollen, dann müssen wir nächstes Jahr alles geben, damit diese Landtagswahl eine Wahl für die Zukunft und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wird. Das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Eine Aufgabe so groß, dass sie jeden Einzelnen von euch braucht. Das Faszinierende an Demokratie ist, dass wir alle den Unterschied machen können. Jeder von euch hat es in sich. die Wahl nächstes Jahr zu drehen. Jede von euch kann das entscheidende Argument finden, das besser erklärt, warum Umweltschutz und sozialer Ausgleich und Weltoffenheit unzertrennlich miteinander verbunden sind. Das alles möchte ich mit und für euch erreichen. Mit euch diese Partei neu aufstellen. Sie auf den Schultern vieler Mitglieder und nicht Einzelner tragfähiger und innovativer machen. Damit jeder von euch darin sein Potenzial entfalten kann und sich mit Freude und Erfolg für eine bessere Welt, ein demokratisches Europa und ein lebenswertes Sachsen einsetzen kann. Seit 2009 bin ich Stadtrat, seit 2013 Fraktionsvorsitzender. Ich bin Chef einer vierköpfigen Geschäftsstelle mit Personalverantwortung und habe davor zahlreiche Wahlkämpfe als Geschäftsführer des Kreisverbands Leipzig erfolgreich durchgeführt. Ich weiß, wie mühsam die grüne Politik gerade für uns Grüne ist. Aber ich weiß auch, es gibt wenig Schöneres, als wenn grüne Ideen Realität werden. Ich habe mit wechselnden Mehrheiten, von CDU bis Linke, unsere grünen Inhalte in der Kommune zur Wehrheit verholfen und die Zukunft der Stadt gestaltet. 100 Millionen nachhaltiges Anlagevermögen, tausende neue Bäume und Kita-Plätze, hunderte Radwege und Fahrradbügel, Dutzende neue Schulsozialarbeiter und der Beginn aus dem Ausstieg aus der Braunkohle sind grüne Errungenschaft für die Zukunft. Das ist mein Anspruch. Ach Quatsch, das muss unser aller Anspruch sein. Auch auf Landesebene zu gestalten und Sachsen grüner zu machen. Wenn ich also jetzt als euer Landessprecher kandidiere, mache ich dies für die Zukunft unseres Bundeslands und ein friedliches Zusammenleben. in gesellschaftlichen Umbruchzeiten wie jetzt, wenn die althergebrachten Mehrheiten und Gesetze zerfließen, kann die eine zündende Idee zur neuen Mehrheit werden, wenn sie nur überzeugend und glaubhaft genug ist. Lasst uns gemeinsam diese Idee formulieren und umsetzen, damit Sachsen grüner wird, damit dieses Land eine Zukunft hat. Ich bitte um euer Vertrauen. Vielen Dank, Norman. Wir kommen jetzt zur Ziehung der drei Wortmeldungen. Also wir haben jetzt hier zwei Wortmeldungen, dann rufe ich die jetzt mal auf. Das ist Dieter Rappenhöner vom KV Vogtland und Charlotte Blücher vom KV Mittelsachsen. Bitte am Saalmikro eine Minute. Ja, lieber Norman, deine Fähigkeiten auf kommunaler Ebene, die hast du unter Beweis gestellt als Fraktionsvorsitzender und als Fraktionsgeschäftsführer davor. Daran, glaube ich, besteht überhaupt kein Zweifel in diesem Saal. Du hast sie aber natürlich sehr dünn gemacht, was das Thema Landespolitik betrifft. Ich weiß, das hat vor allen Dingen private Gründe gehabt, die sind auch verständlich, aber das ist natürlich trotzdem ein Schritt von der kommunalen Ebene auf die Landesebene und dann gleich in vorderste Position zu kommen dazu. Ich möchte dir deshalb folgende Fragen stellen. A, wie willst du es schaffen, dass unsere breit gefächerten Themen, die ja schon mehrfach benannt sind, Ökologie, Soziales, Demokratie, Integration etc., etc., dass die dominant im Wahlkampf auch vorkommen? Wie willst du das organisieren? Und gerade, weil du aus der Kommunikation kommst, die sehr groß ist in Sachsen, es gibt den schönen Spruch, der ist glaube ich oft geteilt worden, wir gewinnen als grüne Wahlen in den Städten, wir können sie aber auf dem Land verlieren. Und deswegen möchte ich die Fragen, wie willst du das organisieren, dass das auch auf dem platten Land gut passiert? genau, hallo Norman, erstmal danke für deine Rede und deine Kandidatur, mich interessiert vor allem, wie du dich für Frauenförderung bei uns einsetzt, aber auch wie du junge Menschen in der Partei fördern möchtest und ich würde mir wünschen, dass du ein paar knackige Punkte nennst und nicht so so schwafe, schwafe. Vielen Dank, Norman, du hast jetzt drei Minuten Zeit, auf die Fragen zu antworten. Signal, sollte man zukünftig vielleicht darauf aufpassen. Des Weiteren glaube ich, dass wir in Sachsen bisher immer relativ gute Mentoring-Programme gemacht haben. Ich selber habe für verschiedene Frauen als Mentor zur Verfügung gestanden, das hat auch immer sehr gut funktioniert, eine zumindest ist davon hier, Gesine Mertens ist jetzt Stadträtin und vielleicht habe ich sie einfach zu gut betreut, sie hat bei der Kommunalwahl auf meiner Liste dann sogar, ich glaube, so 200 Stimmen mehr bekommen als ich. Und des Weiteren, wenn ich bei mir in die, in meine Stadtratsfraktion gucke, wir sind dort sieben Frauen und vier Männer, von daher haben wir, glaube ich, das Thema Frauenförderung auch als ich Fraktionsvorsitzender war, durchaus ernst genommen und gehen damit Beispiel voran. Was junge Leute angibt, das ist natürlich dasselbe, junge Leute müssen unterstützt werden, sie müssen angeführt werden, aber es muss ihnen auch die Freiheit gelassen werden, entsprechend die Fehler zu machen, die wir Altgrün vielleicht nicht mehr machen sollten. Und ich glaube, die grüne Jugend tut gut daran, immer stachlich zu sein und auch mal uns den Spiegel vorzuhalten. Und ja, ich würde mich über eine gute Zusammenarbeit mit der grünen Jugend. Was Dieter angeht, ja, das ist richtig, der Schritt in die Landespolitik erfolgt jetzt, erfolgt vielleicht auch ein bisschen plötzlich, aber du hast recht, das hat ja nicht nur private Gründe. Ich habe als DAX-Geschäftsführer ja Kommunalpolitik auf dem Lande immer mitverfolgt und auch mit betreut, da weiß ich schon, was in Sachsen so los ist, auch was landespolitische Weichenstellungen für Kommunen oder welche Weichenstellungen für Kommunen wichtig sind. Es hatte natürlich auch private Hintergründe. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe einen Job und ich bin Stadtrat. Uh, jetzt wird es knapp. Und da fragt man sich ja schon, ob man die Zeit hat. Jetzt ist es so, meine Eltern sind in Rente und erheben Anspruch auf die Enkel, sodass ich jetzt einen gewissen zeitlichen Spielraum auch habe und dann gesagt habe, ich wage jetzt den Schritt in die Landspolitik, ich wurde die letzten Jahre schon immer gefragt. Was die Organisation in den ländlichen Kreisverbanden angeht, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir ein vernünftiges Erwartungsmanagement machen mit den Leuten vor Ort, dass es wichtig ist, dass wir von oben nicht sagen, wie wir die Politik gestalten sollen, sondern dass wir mit euch ausmachen, wie wir unsere Inhalte nach vorne bringen und vor allen Dingen auch, dass wir die Leute, die in Sachsen für unsere Inhalte stehen, auch gut nach aus dem Verkauf. Danke. Guten Tag. So, damit sind wir jetzt am Ende der Vorstellung und können zur Wahl kommen. Bitte nehmt dazu die Geräte zur Hand und steckt eure Karte ein. Auf der Leinwand wird nun angezeigt, wie ihr stimmen könnt. Ihr habt eine Stimme und ihr könnt entweder mit der 1 euch enthalten, mit der 2 mit 9 Stimmen, mit der 3 könnt ihr Jürgen Kasek wählen und mit der 4 nur mit Volker. Danach wieder sozusagen die Enter-Taste drücken und abwarten, wie das Ergebnis ausfällt. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Das kann ich nicht sehen, dann würde ich jetzt den Wahlgang eröffnen. Gibt es irgendwie Probleme irgendwo bei einem Gerät, was nicht funktioniert? Sehen wir nicht? Wir warten jetzt mal noch einen kleinen Moment, dass alle auch ihre Stimme abgeben können und wir die Spannung erhöhen. Dann würde ich sagen, schließen wir den Wahlgang und warten auf das Ergebnis. Der Bildschirm ist eingefroren, deswegen. Okay, mir liegt nun das Wahlergebnis vor. Teil genommen haben 112 Personen, Delegierte, haben ihre Stimme abgegeben. Das Quorum liegt bei 57 Stimmen. Wir haben acht Stimmenthaltungen, zwei, fünf, äh, fünf Nein-Stimmen. Auf Jürgen Kasek fielen 31 Stimmen und auf Norman Volker fielen 68 Stimmen. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen erst mal warten, bis Norman so weit ist, dass wir die Wahl annehmen. Vielen Dank. So, nun haben alle gratuliert. Norman, Norman, ich hätte gerne deine Aufmerksamkeit. Ich frage dich noch, ob du die Wahl annimmst. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben jetzt hier eine Anfrage von Jürgen, ob er sozusagen nochmal ein kurzes Statement abgeben darf. Wir würden jetzt die Landesversammlung fragen, ob sie damit einverstanden sind, Jürgen sozusagen für ein kurzes Statement hier oben auf der Bühne zu sehen. Deswegen frage ich, wer ist dagegen? Bei einer Stimmenthaltung? Ich habe vorhin gesagt, ihr habt eine Entscheidung, ich habe gesagt, dass wir gemeinsam diese politische Kultur, die wir beschlossen haben, die wir nach außen tragen wollen, auch nach innen leben. Dass wir die Haltung, die wir draußen einfordern, auch nach innen leben. Und genau das ist der Punkt. Ich bin nicht, ich mache nicht Politik, weil ich bei den Grünen bin, sondern ich bin bei den Grünen, weil ich Politik mache. Und Demokratie braucht Menschen, die sich einmischen und die sich engagieren. Und nicht unbedingt in Parteien, sondern überall. Und deswegen ist die Frage ganz klar. Ihr habt euch entschieden und das, was ich kann, das werde ich auch weiterhin in den Dienst der Partei stellen und gemeinsam mit euch kämpfen und gemeinsam auch Norman und Christine unterstützen, dass wir für die Landtagswahl 2019 gestärkt herausgehen. Und ich glaube, ich kann dazu was beitragen und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam machen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Jürgen, für dieses Statement. Liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen jetzt zur Wahl der Landesschatzmeisterin. Dazu liegt uns nur die Bewerbung von Sascha Tümmler vor. Ich frage zuerst, gibt es weitere Bewerbungen, die bisher nicht angezeigt sind? Das ist nicht der Fall. Sascha kann sich jetzt sieben Minuten vorstellen und während der Rede von Sascha können hier wieder die Wortbeiträge bzw. die Wortmeldungen eingeworfen werden. Es sind drei Fragen am Ende zulässig. Sascha, du hast sieben Minuten. Bitte. Vielen Dank. Ihr Lieben, ich bewerbe mich heute erneut als Schatzmeister unseres Landesverbandes. Und als ich über diese Kandidatur, es ist meine dritte, wie schnell die Zeit vergeht, nachgedacht habe, ist mir so einiges durch den Kopf gegangen. Ja, die letzten Monate waren anstrengend für mich und für uns alle und zwar in jeder Hinsicht. Und ich habe mir das angegessen. Und so ist meine Bewerbung heute auch ein wenig von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Aber eben auch von der Freude, die mir dieses Amt macht. Und ich verspüre Lust, meine Arbeit für euch fortzusetzen. Denn ich bin noch nicht fertig. Ich möchte gemeinsam mit den Kreiskassiererinnen unsere eigene finanzielle Aufstellung hinterfragen und klarer fassen. Zum Vorteil für die Kreisverbände und für den Landesverband. Und ich möchte darüber hinaus das Liquiditätsmanagement und das Wahlkampfcontrolling verbessern. Denn wir müssen insbesondere in Wahlkampfzeiten besser über unsere finanziellen Verhältnisse Bescheid wissen. So können wir auf aktuelle Entwicklungen flexibel und angemessen reagieren. Und natürlich bleibt immer noch das Thema, und das ist von meiner ersten Bewerbung an, ob und wie wir an unseren Finanzgebaren ablesen können, dass wir einzelne Menschen oder Gruppen in unserer Partei benachteiligen und dies für Planungen fruchtbar machen. Und nicht zuletzt möchte ich im Bundesfinanzrat und im Bundesfinanzausschuss daran mitarbeiten, dass wir auch in Zukunft finanziell in der Lage sind, notwendige Strukturen vorzuhalten und ausreichend Wahlkampfvorsorge zu treffen. Aber ich bin auch noch nicht fertig mit unserem Land. Ein Mitglied aus Chemnitz hat einmal vor Jahren zu mir gesagt, warum sind wir so leise, die machen unsere Erde kaputt. Wir können und wir wollen nicht länger hinnehmen, wie Sachsen in eine Sackgasse geführt wird. Und um das zu ändern, braucht es uns Grüne. Dass die anderen das nicht können, das ist schon am entsprechenden Verkehrsschild ablesbar. Da ist vor allem blau und dazu brauche ich einfach nichts weiter zu sagen. Und dann gibt es dort einen roten Querbalken, der ist für die, die entweder mit ihrer Verantwortung offensichtlich nichts anfangen können oder für die, die wahrscheinlich gar keine Verantwortung übernehmen wollen. Und für die, die weder klare Zeichen noch Hinweise verstehen, wird dann darunter ein Schild gehängt, auf dem steht geschrieben, keine Wendemöglichkeit. Und das ist dann in schwarz. Nur wir Grüne haben konkrete Vorstellungen davon, wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, die notwendigen Ressourcen für ein gutes Leben bereitstellen und menschengerecht handeln. Das möchte ich gern mit euch gemeinsam den Menschen vermitteln und sie überzeugen, dass wir es sind, die für das gute Leben kämpfen. Dabei sind wir alle notwendig und es gibt mehr als genug zu tun an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich möchte das meine gern beitragen und das nicht in der ersten Reihe. Als Landesschatzmeister kann ich daran mitarbeiten, dass unsere finanziellen Verhältnisse weiter solide sind, sinnvoll bewirtschaftet werden und in der Ausführung und Planung transparent bleiben. Ich bedanke mich bei der Kreiskassiererinnenkonferenz, den Rechnungsprüferinnen, unserem Basisvertreter im Bundesfinanzrat, den Leuten in der Landesgeschäftsstelle und den Mitgliedern des Landesvorstandes für die gute Zusammenarbeit und außerdem bei meinem Kreisverband Chemnitz für das überzeugende Votum. Vielen Dank. Euch bitte ich jetzt um euer Vertrauen und eure Stimme. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Sascha, auch für deine Rededisziplin und Zeitdisziplin. Mir liegt bisher eine Frage vor. Gut, dann bleibt es bei einer Frage und ich bitte Lea ans Mikrofon. Auch in Bezug auf deine gestrige Rede, hättest du, oder deinen Rechenschaftsbericht, hättest du mal eine Definition für uns, wie du solide Finanzen definierst? Ich werde das versuchen. Solide Finanzen stehen für mich, und das habe ich versucht anzudeuten in meiner Rede, auf zwei Säulen. Das eine ist, dass wir finanziell in der Lage sind, in unserem Land, in unserer Partei, Strukturen vorzuhalten, die ein Arbeiten ermöglichen, die sowohl eine Arbeit als grüne Partei ermöglichen, die die Kreisverbände unterstützen, die die Verwaltung erledigt und die uns aber auch im täglichen Geschäft die Gelegenheit gibt, nach außen wirksam zu werden. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ausreichend Vorsorge für Wahlkämpfe zu treffen. Denn nur das ist das, womit wir an Einfluss gewinnen können und für grüne Politik nicht nur streiten, sondern sie auch umsetzen können. Und das sind für mich diese zwei Säulen solider Finanzpolitik. Das eine, unsere notwendigen Strukturen zu erhalten und möglichst aufzubauen, um eine Präsenz zu zeigen und auf der anderen Seite Wahlkämpfe ausreichend zu finanzieren. Vielen Dank, Sascha. Ich sehe keine weiteren Fragen. Wollen wir ihm jetzt noch zwei Minuten geben zum Reden? Nein, wir lassen ihn. Damit kommen wir zur Wahl. Bitte nehmt wieder eure Geräte zur Hand und auf der Leinwand wird wieder angezeigt, wie gewählt werden kann. Nummer 1 für Stimmenthaltung, Nummer 2 für Nein und mit dem Drücken der Nummer 3 wählt ihr Sascha Tümmler zum Landesschatzmeister. Gibt es Fragen? Nicht? Dann können wir den Wahlgang eröffnen, bitte. Hier ist eine Meldung. Könnte das Problem behoben werden? Ja. Dann sehe ich nichts weiter und bitte darum, den Wahlgang zu schließen. Und wir warten auf das Ergebnis. Ja. Danke. Ja. Dann. Ja. Dann noch ein paar Mal. So, das Ergebnis der Wahl steht fest. Es haben 89 Delegierte an der Wahl teilgenommen. Es gab drei Stimmenthaltungen. Eine Nein-Stimme und 85 Ja-Stimmen. Das Quorum liegt bei 45. Sascha, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Das Schiffshorn hat uns zumindest Aufmerksamkeit organisiert. Nur noch ein Hinweis, versucht bitte möglichst die Telefone, also Mobiltelefone von den Geräten und Karten wegzuhalten. Das ist eines möglicherweise der Probleme, warum manchmal Geräte... Ja, trotzdem versucht sie da ein bisschen fern von zu halten. Das sichert ein bisschen die Integrität des Systems. Das sollen wir nochmal ansagen. Jetzt übergehe ich Herrn Achim für den Punkt der weiblichen weiteren Vorstandsmitglieder. Der René achtet jetzt bitte auf den Valentin. Der stoppt jetzt nämlich statt meiner. Und jetzt würde ich gerne zur Wahl der weiblichen Vorstandsmitglieder überleiten. Um die Gesamtquotierung zu gewährleisten, müssen wir zwei Beisitzerinnen wählen und uns liegen die Bewerbungen von Katja Meier und Christiane Seewald vor. Ich frage, ob es weitere Bewerbungen gibt. Dem ist nicht so. Dann können sich jetzt die Kandidatinnen nach dem bisherigen Verfahren vorstellen, mit dem Unterschied, dass sie jetzt fünf Minuten Redezeit haben. Katja, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir sind alle Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen, weil wir die Welt besser machen wollen. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine Welt hinterlassen, in der sie saubere Luft atmen, gesunde Lebensmittel essen, auf breiten und sicheren Radwegen fahren, in Vielfalt und Freiheit aufwachsen können und unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern lernen können. Ich glaube, in den Zielen sind wir uns einig. Aber wie gießen wir genau diese Ideen und diese Vorstellungen um konkrete Konzepte? Die Programmprozessgruppe, an der ich auch mitarbeite oder in der ich auch mitarbeite, hat nicht nur schon einen konkreten Fahrplan aufgestellt, wie wir da hinkommen, sondern auch schon eine konkrete Aufgabenstellung für die Landesarbeitsgemeinschaften formuliert, wie wir genau da hinkommen. Und wir wollen uns am Bundestagswahlprogramm hier orientieren, daran anknüpfen und mit sehr konkreten Schlüsselprojekten in die Wahl gehen. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sollen eine klare und vor allem greifbare Vorstellung davon bekommen, wofür wir Grüne stehen. Und vor allem sollen sie wissen, mit welchen konkreten Konzepten wir in die Wahl gehen wollen und was sie bekommen, wenn sie Bündnis 90 die Grünen wählen. Aber dafür ist es auch dringend notwendig, dass wir aus unserer grünen Soße mal rauskommen. Und ich will, dass die Landesarbeitsgemeinschaften gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Vereinen, aus Verbänden und aus der Zivilgesellschaft hier diskutieren und hier gemeinsam Konzepte entwickeln. Aber ein Riesenfund sind auch unsere vielen neuen Mitglieder. Und sie sollen und müssen wir ganz dringend genau in diesen Programmprozess auch einbinden. Und das nicht nur sozusagen in den LAG, sondern auch online. Und der Bundesverband hat hier schon, und die Frage ist ja heute auch schon gestellt worden, wie wir mit dem Bundesverband im Gespräch sind, hat hier schon ein entsprechendes Tool entwickelt. Und ich will, dass wir dieses Tool auch in unserem Programmprozess einsetzen und hier für uns nutzbar machen. Das Bundestagswahlergebnis hat ja viele Leute, insbesondere hier in Sachsen, auch aufgeschreckt. Und für viele war es auch tatsächlich eine Initialzündung, Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen zu werden. In Meißen, wo ich Mitglied bin, haben wir in Kürze zur Zeit mehr als sechs Mitglieder aufnehmen können. Und das ist natürlich für die vielen Kreisverbände, für die großen Kreisverbände, aber insbesondere auch für die Flächenkreisverbände, natürlich im Hinblick auf die anstehenden Wahlen, sage ich, also Kommunal, Europa und Landtagswahlen eine Riesenunterstützung. Aber die vielen neuen Mitglieder sind natürlich auch eine Herausforderung. Und hier braucht es eine persönliche Ansprache, um genau herauszufinden, was die neuen Mitglieder umtreibt. Ist es eher die Bundespolitik, die Landespolitik oder ganz konkret vor Ort die Kommunalpolitik? Und hier sehe ich auch den Landesvorstand und auch die Landesgeschäftsstelle in der Pflicht, die KVen bei der Betreuung der neuen Mitglieder zu unterstützen. Und ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich gebe zu, in den letzten Monaten ist einiges in der Landesgeschäftsstelle nicht ganz reibungslos gelaufen. Und sicher ist auch das eine oder andere liegen geblieben. Und das darf natürlich nicht sein. Und ich hoffe, dass wir dadurch niemanden verloren haben. Als ich vor einem Jahr im März 2017 in den Landesvorstand gewählt wurde, lag schon einiges im Argen in der Landesgeschäftsstelle. Wir mussten kurz vor der Bundestagswahl uns vom Landesgeschäftsführer trennen. Und mit Valentin haben wir jemanden gefunden, der den Bundestagswahlkampf, ich glaube, mehr als herausragend organisiert hat. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Ich glaube, zu wissen und beurteilen zu können, was da auch für Entbehrungen dranhängt. Jetzt haben wir aber mit Matthias einen neuen Landesgeschäftsführer, der sich innerhalb von zwei Monaten wahnsinnig schnell hier eingearbeitet hat. Das seht ihr nicht allein an der Organisation dieser LDK. Und ich glaube, mit ihm haben wir jemanden gefunden, der einen klaren Blick hat und der vor allem auch ein kreatives Potenzial hat, uns gemeinsam durch diesen Landtagswahlkampf zu schiffen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, es ist immer noch nicht alles im Lot in der Landesgeschäftsstelle. Und ich persönlich hätte mir im Verfahren und im Umgang sicher einiges anders und besser gewünscht. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in diesem Landesvorstand alle Entscheidungen gemeinsam getroffen, nachdem wir sehr ausführlich darüber diskutiert haben. Und ich hoffe und ich setze mich auch dafür ein, dass wir hier nochmal tatsächlich in die Aufarbeitung gehen, aber vor allem, dass wir künftig in gestraften und vor allem klaren Strukturen arbeiten. Denn nur mit einem schlagkräftigen Team, wo man sich aufeinander verlassen und vertrauen kann und über alles miteinander reden kann, können wir einen guten Wahlkampf organisieren. Mit der Wahl einer Landtagsabgeordneten im Landesvorstand sind wir natürlich beim letzten Mal ein Novoneingang. Und ihr müsst heute da entscheiden, ob ich sozusagen die Erwartungen erfüllt habe. Und ich habe in schwierigen Situationen immer versucht, eine gemeinsame Sprache hier zu finden und lieber einmal mehr als einmal weniger zum Telefonhörer gegriffen. Und daran möchte ich gerne anknüpfen und meine letzten Sätze. Bis zur Landtagswahl haben wir noch einiges vor, Landesliste aufstellen und natürlich das Programm verabschieden. Und es ist nicht mehr viel Zeit, die Leute von uns zu überzeugen. Ich möchte gerne daran mitarbeiten, dass wir das schaffen und würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Danke. Ich frage nochmal nach, aber es liegen in der Tat keine Fragen vor. Katja hätte aber die Möglichkeit, die nicht gestellten Fragen innerhalb von drei Minuten zu beantworten. Ja. Das ist so. Ich gebe zu, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe das in meiner schriftlichen Bewerbung ausführlich gemacht und jetzt aber in meiner Rede nicht erwähnt. Aber weil heute auch schon viele Fragen zur Frauenförderung gekommen sind. Mir ist das wirklich ein wichtiges Anliegen und ich würde auch gerne wollen, dass wir jetzt in diesem Jahr auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen wieder ein Mentoringprogramm organisieren. Mein Mentee, die Ulrike, ist hier. Ich war das erste Mal sozusagen Mentorin. Und ich will auch, dass es sozusagen nicht nur darum geht, dass man mit Mentorin gemeinsam ein Projekt entwickelt, sondern dass es tatsächlich auch um eine strategische Beratung geht. Nämlich, wie kriegen wir Frauen tatsächlich in Ämter und was für strategische Entscheidungen sind zu treffen. Und ich würde gerne wollen, dass wir hieran anknüpfen. Und dann geht es natürlich auch darum, wie können wir die vielen neuen Mitglieder, insbesondere auch die Frauen, mit anderen Formaten ansprechen. Also ist es wirklich sinnvoll, immer Mitgliederversammlungen abends um acht zu machen oder ist es vielleicht auch mal sinnvoll, mal auf eine andere Uhrzeit, auf einen anderen Wochentag zu gehen. Und ich glaube, hier gibt es schon viele Ideen in Kreisverbänden und ich glaube, da braucht es einen besseren Austausch und dafür würde ich mich auch gerne einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank und wir kommen zur Bewerbung von Christiane Seewald. Auch sie hat jetzt fünf Minuten, sich vorzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin sozusagen hier ein bisschen neu und ich will gerne mit euch zusammen in der Funktion als Beisitzerin, wenn ihr mich wählt, aufbrechen. Aufbrechen in eine große Herausforderung, in eine schwierige Zeit, nämlich in einen Wahlkampfmarathon, wie ich ihn schon einmal in den Endneunzigerjahren erlebt habe. Ich bewerbe mich bei euch und habe im Prinzip drei Themen, die ich mitbringe. Als erstes möchte ich neu vielleicht für das Thema Selbstständigkeit stehen. Die sogenannten Kleinstunternehmen machen in Sachsen 90 Prozent aus. Das heißt, wir haben im Umfeld auch von Grünen, Wählerinnen und Wählern eine Menge Menschen, die selbstständig sind, die kleine Unternehmen haben, auch größere. In meinem Umfeld als Unternehmensberaterin habe ich natürlich dazu einen besonderen Kontakt. Die Selbstständigen haben oftmals auch existenzielle Probleme und Fragen. Sie fühlen sich oftmals auch alleingelassen von der Politik, wenn sie nicht gerade zu den großen Leuchttürmen in Sachsen gehören. Ich denke, dass wir darauf auch politische Antworten geben sollen und ich würde mich bereit erklären, diesen inhaltlichen Punkt auch in den nächsten Wahlkämpfen mit zu betreuen. Deshalb bitte ich euch um euer Vertrauen, auch diesem Bereich vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken zu können. Denn wenn wir deren Belange und Interessen berücksichtigen, bin ich davon überzeugt, dass auch unsere Inhalte, nämlich die Nachhaltigkeit und die umweltschonende Wirtschaften, mit zurück in die Betriebe fließen wird. Ein zweiter Punkt, und das ist jetzt schon in den letzten Statements relativ weit ausgeführt worden, ist das Thema Frauen, für das ich stehe. Frauen, ja, ich habe gemerkt in meiner Biografie, sie steht ja in der Bewerbung mit dabei, ich habe schon eine ganze Menge berufliche Stationen hinter mir und mich bewegt es, dass wir eben immer noch nur noch ein Drittel Frauen in unserer Partei haben. Deshalb auch hier nochmal wiederhole ich die Frage, die vielleicht Katja jetzt schon mitgestellt hat, aber welche strukturellen und politischen Aspekte führen dazu, den Frauenanteil in unserer Partei wirklich zu erhöhen? Wie können wir die wertvollen Kompetenzen, Ideen und Erfahrungen von Frauen in unsere Partei wieder noch mehr hineinholen? Das heißt auch, wie ist es uns eigentlich gelungen, in den letzten Monaten Frauen tatsächlich wieder als neue Mitglieder zu gewinnen? Und da bin ich auch selbst beteiligt gewesen und ich habe gerade noch so ein Gespräch von einer Frau im Kopf, die Mitglied geworden ist, die hat gesagt, also weißt du, für mich ist jetzt irgendwie mal dran und wir haben so viel geredet und du hast immer gesagt, mach doch mit und dann hat sie gesagt, ich glaube, jetzt mache ich es einfach, aber ich weiß irgendwie noch nicht so richtig was. Und ich denke, an der Stelle ist es wirklich so, wir können nicht so viel von den neuen Mitgliedern verlangen, sondern wir müssen warten, bis sie bereit sind, auch für uns Zeit einzusetzen, für die Parteiarbeit. Ich denke, viele Frauen sind begeisterungsfähig. Es wäre doch toll, wenn diese Begeisterungsfähigkeit nicht nur dazu führt, dass wir sie gewinnen und dass sie Mitglied wären bei uns, sondern dass sie diese Begeisterungsfähigkeit auch in den neuen Wahlkampf voll mit einbringen können. Dafür möchte ich gern etwas tun. In den Regionen, also nicht nur in meiner Funktion sitzen bleiben als Beisitzerin, sondern losgehen in die Kreisverbände, mit den Kreisverbänden gemeinsam überlegen, wo können wir vielleicht kleine Pflänzchen ansetzen und Menschen einladen, mit uns aktiv zu werden. Da bin ich beim letzten Punkt, nämlich, wie will ich dort arbeiten als Beisitzerin? Ich bin mir sicher, dass es um eine wirkliche Zusammenarbeit geht, der ganz unterschiedlichen Ebenen in unserer Partei. Das heißt, ich möchte gerne ein bisschen auch seismograf mit sein, wie es vielleicht zu, ich sage es jetzt mal, oder wie es auch in schwierigen Zeiten ist, Problemanzeigen nicht nur zu machen, sondern die ernst zu nehmen und sie zu bearbeiten. Und da bringe ich natürlich als Organisationsentwicklerin eine ganze Menge Know-how mit. Dort ist auch in der Organisationsentwicklung Kommunikation ein zentraler Schwerpunkt. Ich stehe dafür ein, dass ich mich professionell und verbindlich für Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb und außerhalb des Vorstands einsetzen will. Meine beruflichen Dinge, es leuchtet nämlich schon, die entnehmt mir einfach nochmal bitte in meiner schriftlichen Bewerbung oder meiner Homepage. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen gebt. Und ich bin auch ganz schön aufgeregt, weil ich ja so lange nicht hier war. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christiane. Während Valentin versucht, das Licht auszumachen, gucken wir, ob es Fragen gibt. Und auch du hast die Möglichkeit, jetzt drei Minuten lang die ungestellten Fragen zu beantworten. Du musst es nicht, du kannst es. Vielleicht noch ein Satz. Es ist vorhin gefragt worden, wie so die Zusammenarbeit gerade von den Sprecherinnen und Sprechern zwischen der grünen Jugend und uns als Vorstand, wenn ich denn gewählt werde, sein kann. Und ich muss sagen, für mich ist das, ich sage es jetzt mal so ziemlich platt, aber das Generationsthema wirklich auch ein ganz entscheidendes innerhalb unserer Partei. Also es geht mir, klar, es geht mir um Männer und Frauen und um viel Respekt. Aber es geht mir tatsächlich auch um wirklich Respekt zwischen den Generationen und unserem Umgang miteinander. Insofern bin ich hochinteressiert daran, dass ich denke, als Beisitzerin auch mir Zeit zu nehmen und zu, ja, erstmal zu erfahren, was die grüne Jugend, was euch bewegt. Und wo ich vielleicht erstmal zuhören muss, eine ganze Weile, um zu verstehen, wo ihr euch überall so aktiv einsetzt. Der zweite Weg wäre für mich dann natürlich, dass wir in einen Austausch kommen, dass wir in der Lage sind, miteinander auch wirklich kritische Themen anzusprechen, wo wir vielleicht auch ganz divergierende Ansichten haben. Und das aber eben zum Beispiel in einer guten Gesprächskultur, wo wir bestimmte Regeln auch für unsere Kommunikation, dann unsere gute Kommunikation, unsere faire Kommunikation zwischen den Generationen einfach ganz, sage ich mal, verantwortungsvoll gestalten. Das würde ich mir sehr wünschen und dafür stehe ich offen da und würde mich freuen, wenn ihr von der grünen Jugend auch auf mich mit zukommt. Ich werde auf jeden Fall auf euch zukommen. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur Wahl und jetzt lohnt es sich vielleicht nochmal genauer zuzuhören, weil ihr merkt, dass wir die Komplexität hier allmählich steigern und vor allen Dingen dann, wenn wirklich die Listen länger werden und so, ist es sinnvoll, dass man technisch gut aufgepasst hat. Den Wahrengang kann man, ihr könnt oben sehen, was eure Optionen sind. Also erstmal grundsätzlich habt ihr zwei Stimmen. Ihr könnt jetzt folgendes machen. Ihr könnt euch enthalten. Wenn ihr die Eins gedrückt habt, könnt ihr nichts anderes mehr drücken. Also ihr könnt euch nicht enthalten und eine Kandidatin anschließend wählen. Dasselbe gilt, wenn ihr mit Nein stimmt. Also wenn ihr die Zwei gedrückt habt, könnt ihr nicht anschließend die Drei oder die Vier wählen. Und dann könnt ihr eure Stimme, wenn ihr euch weder enthalten noch mit Nein gestimmt habt, könnt ihr eure Stimmen Katja Meier und Christiane Seewald geben oder aber auch nur Einzelnen, je nachdem. Wenn ihr beiden eure Stimme geben wollt, und das ist jetzt wichtig, drückt ihr die Drei, Enter und die Vier und nochmal Enter. Also ihr müsst dann zweimal Enter drücken. Falsch wäre, drei, vier, Enter. Also drei Enter, vier Enter, wenn ihr beide wählen wollt. Das wird alles noch komplizierter, je länger die Listen werden und je spannender die Wahlen. Deswegen ist das ein super Testlauf. Und ich schaue ins Rund, ob es Fragen gibt. Sascha, dann wählst du die Ziffer, die dazugehört und drückst Enter. Und legst das weg. Genau. Ja, bitte. Oder ist die Reihenfolge wichtig? Wir fragen nochmal. Ist es nicht? Aber vielleicht ist es ja, so wie man vielleicht denkt, einfacher, wenn man die Reihenfolge, so wie man es in der Grundschule gelernt hat, verfolgt. Gut. Also entweder ich habe es gut erklärt oder ihr bildet euch eines verstanden zu haben. Wir werden sehen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, eröffne ich hiermit den Wahlgang. Ich glaube, bei mir hat es funktioniert. So, ich gucke mal, ob hier noch Leute am Abstimmen sind. Gibt es denn Menschen mit Problemen? Gesine? Hier vorne. Und dort. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch da hinten, Gesine, da hinten zu der Dame im gestreiften Pullover. Es gilt immer noch, Handys weghalten von den Dingern und grundsätzlich trage das Ding nicht aus der Halle raus. Die Karte könnte raustragen, aber nicht das Gerät. So, sind die Probleme gelöst? Frage ich, gibt es noch jemanden, der Probleme mit der Stimmabgabe hatte? Sehe ich nicht. Dann erkläre ich den Wahlgang für geschlossen. Das ist noch jemanden, der Probleme mit der Stimmabgabe hat. Herzlichen Dank. Und es liegt ein Ergebnis vor. Es haben 110 Delegierte an der Abstimmung teilgenommen. Es gab eine Enthaltung und vier Nein-Stimmen. Auf Katja Mayer entfielen 91 Stimmen. Ach, das Quorum war übrigens 56. Auf Katja Mayer entfielen 91 Stimmen und auf Christiane Seewald 73 Stimmen. Damit sind beide Kandidatinnen gewählt. Und bevor ihr denen jetzt um den Hals fallt, frage ich Katja, nimmst du die Wahl an? Sie sagt ja. Und Christiane, nimmst du die Wahl an? Sie sagt auch ja. Und jetzt könnt ihr ihnen um den Hals fallen. Liebe Freunde und Freunde, die Prozessionen werden zwar etwas kürzer, aber wir warten noch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich... Nein, das war... Okay. Es fehlte noch im Aufbruchssignal. Okay. Wir warten noch ein paar Sekunden, bis wir weiter fortsetzen. Dann werde ich ja probieren. Wir sind doch alle nur selber. Gut, liebe Freundinnen und Freunde. Dann würden wir in die Besetzung des letzten, noch nicht besetzten Platzes im Landesvorstand übergehen, einen... Haben wir schon abgefragt, lieber Martin. Die Wahlannahme ist abgefragt worden. Passt halt einfach mal besser auf. Alles gut. Besser, wir fragen zweimal nach, erst dass wir es vergessen. So wie die CDU die Enthaltung bei der Koalitionsantragsabstimmung. Deshalb fragen wir jetzt nichts, sondern wir treten das Vorstellungsverfahren ein für... Das ist das Signal, wenn ihr das hört, dass irgendwas passiert, vermute ich mal. Das kriegen wir alles noch heute hin. Wir treten ein in die Wahl des offenen Platzes unter den weiteren Vorstandsmitgliedern. Und dazu liegen uns die Bewerbungen in der alphabetischen Reihenfolge des Nachnamens von Uwe Ketnis, Markus Scholz und Martin Wandrei vor. Ich frage, ob es weitere bisher nicht angezeigte Bewerbungen gibt. Das scheint mir bitte nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich hier die Bewerbungsliste. Und wir kommen auch hier zum entsprechenden Vorstellungsverfahren in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, zuerst erhält Uwe Ketnis für fünf Minuten das Wort. Dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Anschließend dann Markus Scholz für fünf Minuten. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann Martin Wandrei und es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Noch mal der Hinweis, immer bitte jeweils zum entsprechenden, der sich hier vorstellt, die Fragen in die Box einwerfen und nicht schon zum nächsten oder übernächsten. Und wenn das geklärt ist, können wir damit auch in das Vorstellungsverfahren eintreten. Lieber Uwe, du hast fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Vielen Dank. Hallo in die Runde. Es ist ja gar nicht so einfach, nach den vielen klugen Reden heute und gestern noch eine zündende Vorstellungsrede zu halten, die ganz neue Aspekte, Metaphern, Wortbildern beinhaltet. Ich möchte euch etwas darüber sagen, warum ich persönlich möchte, dass wir nächstes Jahr erfolgreich in der Landtagswahl sind. Wir haben auf dieser Versammlung einen Leitantrag beschlossen mit dem Titel Auf grün kommt es an. Dieser Antrag war nicht nur richtig und notwendig, sondern er kam auch zum absolut richtigen Zeitpunkt. Wir beschreiben nicht nur unsere Vorstellung von einer demokratischen Zukunft in Sachsen, sondern wir formulieren den Anspruch, dass wir diese Zukunft mitgestalten. Liebe Freundinnen und Freunde, nächstes Jahr ist ja nicht nur Kommunalwahl und Landtagswahl. Nächstes Jahr ist auch das Jahr 30 nach der Friedlichen Revolution. Und das ist das Jahr, in dem es endlich Zeit wird, dass wir Bündnisgrünen Regierungsverantwortung übernehmen. Es reicht nicht mehr nur, Opposition zu sein. Es reicht nicht nur, auf Missstände hinzuweisen. Es reicht aber auch nicht nur, kluge Ideen und Konzepte zu entwickeln. Das haben wir in den vielen Jahren Oppositionsarbeiten aller Ausführlichkeit gemacht. Deshalb sind wir inhaltlich auch gut aufgestellt. Nun ist es Zeit, diese Vorarbeit all dieser Jahre in Regierungsarbeit einzubetten. In den nächsten Jahren wird es maßgeblich auf uns ankommen, um all die gesellschaftlichen und institutionellen Verkostungen in Sachsen aufzubrechen. Wer bitteschön in Sachsen sollte es denn sonst tun? Die Regierungspolitik der CDU, der auch die mitregierende SPD nicht wirklich etwas Substantielles entgegensetzt, hat einen gesellschaftlichen Rollback befördert, der uns an den Rand vordemokratischer Zeiten zurückgebracht hat. Im ganzen Land hat sich auf erschreckende Weise Nationalismus, Rassismus und in Gestalt der AfD eine unerträgliche rechtsextreme Partei breitgemacht und grundiert ist diese Entwicklung von einer geradezu irrationalen Zukunft und Abstiegsangst vieler Menschen in Sachsen. Aber auch wenn uns diese Ängste und die Unzufriedenheit befremden, wenn sie sich auch im Widerspruch mit den Wirtschaftsdaten von Sachsen befinden, so gibt es doch ein immer stärkeres Gefälle an sozialer wie kultureller Teilhabe und nicht zuletzt an Einkommensgerechtigkeit. Und ich will das an einem Beispiel illustrieren. Der Erzgebirgskreis, in dem ich zu Hause bin, ist unglaublich stolz darauf, die größte Industriedichte in Sachsen zu haben. Wir haben mittlerweile auch die geringsten Arbeitslosenzahlen in ganz Sachsen. Und selbst die Fortpflanzungsrate ist die höchste und nicht in Sachsen, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Gleichzeitig aber haben die Menschen in meiner Heimat das niedrigste Durchschnittseinkommen von allen Landkreisen Deutschlands und zusätzlich sind die Frauen im Erzgebirge, die gegenüber den Männern mit den schlechtesten Einkommen ausgestattet. Und das ist der Boden, auf dem die Spaltung der Gesellschaft gedeiht und die Bereitschaft zur Abschottung wächst. Liebe Freundinnen und Freunde, selbstkritisch müssen wir feststellen, dass wir uns als Partei diesen sozialen Gerechtigkeitsfragen zu wenig zugewendet haben. Das Feld haben wir ohne Not in den letzten Jahren der Linken und der SPD überlassen. Und ich meine die Frage nach einer gerechten Gesellschaft, in der jeder Einzelne eine gute Perspektive für sich und seine Familien sieht, wird zu einer zentralen Frage bei der Wahlentscheidung 2019 sein. Die Wähler in Sachsen erwarten zu Recht, dass wir tragfähige politische Antworten liefern. Auch unter diesem Aspekt bin ich froh, dass wir diesen Antrag auf Grünkommendes anbeschlossen haben. Er beschreibt nämlich auch, dass es zwischen der Entwicklung einer demokratischen, liberalen Bürgergesellschaft und der sozialen Gerechtigkeit einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es keine demokratische Entwicklung. Ohne Lohngerechtigkeit gibt es kein ökologisch vertretbares Verbraucherverhalten. Und ohne sozialen Ausgleich gibt es keine erfolgreiche Klimapolitik. Und ohne grüne Angebote und Antworten auf die sozialen Gerechtigkeitsfragen, die die Menschen in Sachsen bewegen, wird es keinen grünen Wahlerfolg in Sachsen geben. Liebe Freundinnen und Freunde, zu diesem, unserem gemeinsamen Wahlerfolg würde ich gern mit meinen Kräften beitragen und deswegen bitte ich euch um eure Stimme bei der Wahl des Beisitzers. Vielen Dank. Applaus Herzlichen Dank, Uwe. Applaus Herzlichen Dank. Landesvorstand hineintragen und eben da hinein aus dieser Position auch für den Wahlkampf herauswirken. Ja, lieber Uwe, mich würde interessieren, wie du die Zusammenarbeit mit der grünen Jugend dir vorstellst und auch vor allem die Rolle der grünen Jugend im Landtagswahlkampf und auch im Europawahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank, Uwe, du hast jetzt drei Minuten, um zu antworten. Ja, leer. Funktioniert? Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, dass wir für die ländlichen Räume, die demografisch vollkommen anders gestrickt sind als die großen Städte in Sachsen, dass wir dort eine thematische Anschlussfähigkeit herstellen und auch eine habituelle, das heißt, mit welchen Worten, mit welchen Bildern, mit welcher Sprache sprechen wir die Wähler an, um sie für uns zu gewinnen. Dort habe ich lange Erfahrung. Ich bin 55, ich bin schon mein ganzes Leben im ländlichen Raum politisch aktiv unterwegs und ich glaube, dass sich diese Aspekte, die sich eben manchmal in Aspekten unterscheiden, nicht in der Sache an sich, aber wie mache ich was, dass ich da durchaus Sichtweisen einbringen kann, die möglicherweise repräsentativ sind für den ländlichen Raum und ich bin auch durchaus in den ländlichen Kreisverbänden so vernünftig vernetzt, dass ich dort im Gespräch bin und auch das aufnehmen kann, was andere gerne in diese Arbeit des Landtagswahlkampfes einbringen möchten. Das ist zum einen die Rolle der grünen Jugend. Ich glaube, die grüne Jugend spielt eigentlich eine Rolle, die gut ist in unserem Landesverband, die uns, jetzt sage ich mal wirklich nicht Alten, so fühle ich mich nicht, die uns Ältere in einen Diskurs zwingt über einzelne Sachfragen, auch über solche habituellen Fragen und ich bin jemand, der streitfähig ist, der auch keine Auseinandersetzungen scheut und ich glaube, dass uns das beide Seiten voranbringt, dass es eigentlich nur zwei verschiedene Aspekte desselben Wollens der politischen Gestaltung in Sachsen sind, ich habe damit überhaupt kein Problem, ich stelle mich dem gern und ich bin tatsächlich auch jemand, der sagen kann, ihr habt recht und ich bin auf dem falschen Dampfer gewesen und das würde ich als Kultur innerhalb der Partei gerne so weiterführen, dieses Verständnis. Danke. Jetzt sind wir aber hier. Also, ja, gut. Liebe Freunde und Freunde, vielen Dank an Uwe. Als nächstes ist dann Markus Scholz mit der Vorstellung an der Reihe. Markus, auch du hast fünf Minuten und dann entsprechend habt ihr jetzt die Möglichkeit, während des Redebeitrags Fragen an Markus hier vorne einzuwerfen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne haben viele gute Ideen. Wir wollen einen ÖPNV stark machen, bei dem man nicht mehr zwanghaft verpflichtet ist, wenn man von A nach B will, mit dem Auto zu fahren, weil entweder A, die Zugverbindung seit Jahren stillgelegt wurde, obwohl heute es ein massiver Drang nach dieser Verbindung gibt oder B, die letzte Busverbindung bereits 17 Uhr gefahren ist. Wir wollen zweitens eine verbesserte Bildungspolitik, eine Politik, die alle Kinder und Jugendliche mitnimmt. Egal, ob sie in Deutschland geboren wurden oder nicht. Egal, ob ihre Eltern einen Arbeitsplatz haben oder nicht. Egal, ob sie in Dresden-Gurbitz, in Pirna-Sonnenstein oder in Freiberg-Friedeburg zur Schule gehen oder nicht. Und all das wollen wir mit dem großen grünen Ziel der Umwelt und der Gerechtigkeit verbinden. Und das wollen wir nicht, weil wir irgendwie denken, dass das andere nicht machen könnten. Sondern wir sind die Einzigen, die das machen, die Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit miteinander in Verbindung bringen. Und dazu braucht es uns in diesem Land. Wir sind die Partei mit den richtigen Themen in wichtigen Zeiten. Denn wir wollen die Lebensqualität von allen Menschen verbessern. Wir machen ein Angebot für alle. Wir wollen alle mitnehmen. Und wir sind keine Klientelpartei. Aber man muss auch kritisch sagen, dass wir da noch viel besser werden können. Und wir wollen auch besser werden. Wir wollen mehr Menschen für unsere grüne Politik begeistern. Und wir wollen noch mehr Grün in kommunale Parlamente schicken. Und um all das zu erreichen, müssen wir erstens natürlich gewählt werden. Aber wie werden wir denn gewählt? Wir müssen Leute von uns und unserer Politik überzeugen und sie erreichen. Und wir erreichen Leute nur, wenn wir gut organisiert und strukturiert sind. Und genau für diese Organisation und Struktur braucht es meines Erachtens in diesem Landesverband zwei Dinge. Erstens, einen intensiveren Austausch untereinander. Wir müssen endlich wieder intensiver miteinander reden, um auf der einen Seite den Hilfebedarf von KVs und auf der anderen Seite die Unterstützungsmöglichkeiten der einzelnen KVs herauszufinden. Denn nur, wenn wir einander vertrauen können, und das hat ja die Debatte gestern so gezeigt, da ist ein kleiner Kitt hier und den müssen wir ganz dringend schließen für das nächste Jahr. Denn nur, wenn wir einander vertrauen können, können wir auch andere Menschen für unsere Politik begeistern, sodass sie im besten Falle am Ende sogar bei uns mitmachen. Und zweitens brauchen wir eine gut strukturierte und organisierte Partei. Eine Partei, die eine lebendige Debattenkultur hat und Menschen wirklich wertschätzt. Und bei der man am Ende richtig Lust auf Arbeit hat. Bei diesen zwei Punkten sehe ich bei uns das größte Potenzial zur Verbesserung. Denn wir stehen vor sehr, sehr wichtigen Monaten, gerade wenn wir auf die Kommunal- und Landtagswahl im nächsten Jahr blicken. Wenn die Sprecherinnen in den nächsten Wochen, aber vor allem im heißen Wahlkampf unserer Partei und unsere grünen Inhalte auf Marktplätzen, in Diskussionsrunden und Interviews außenwirksam vertreten, dann braucht es auch Menschen, die innerhalb der Partei organisieren und Gespräche mit den KVs suchen, damit sich die KVs endlich wieder mitgenommen und abgeholt fühlen. Ich will für euch zuverlässig anpacken und einen kontinuierlichen Beitrag zu einer funktionierenden Landesvorstandsarbeit leisten. Damit wir den Aufbruch, den wir jetzt auch mit einem neu gewählten Sprecher wirklich ehrlich und miteinander in die kommenden Wahlkämpfe mitnehmen können. Politik ist für mich Teamarbeit. Das bedeutet, das sind genau zwei Worte, Team und ich habe richtig Bock auf dieses Team und Arbeit und ich habe richtig Bock auf diese Arbeit. Ich bitte euch um euer Vertrauen. Vielen Dank, Markus. Wir gucken jetzt mal in die Box. und wir haben was gefunden. Ostern ist ja auch bald. Es gibt eine Frage von Nils Gröber, Grüne Jugend, beziehungsweise KV Dresden und das ist auch die einzige, die als Wortmeldung eingeworfen wurde. Lieber Nils, bitte ans Saalmikro. Lieber Markus, du hast in deiner Rede die Bildung angesprochen. Wen betrifft Bildung denn? Also junge Menschen vor allem und da stellt sich mir auch nochmal, wie bei Uwe die Frage, wie stellst du dir die Kommunikation zur Grünen Jugend vor und in dem Moment auch die Einbindung der Grünen Jugend im Landtagswahlkampf und im Europawahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus, was ist drei Minuten darauf zu antworten? Danke Nils für die Frage. Bildung betrifft alle, Kinder und Jugendlichen und das fängt in der Kita an, geht in der Grundschule weiter, über die Oberschule und das Gymnasium und da kann ich sagen, da kenne ich mich aus, ich studiere Lehramt, ich mache Praktika, ich bin in den Schulen und ich weiß, wie es da aussieht. Und wenn wir Bildung betreiben wollen, die wirklich alle mitnimmt und das hat Stefanie heute schon angesprochen, dann müssen wir da ran, dann müssen wir mehr Mitmachmöglichkeiten bieten und das fängt in der Kita an und das hört am Ende im Gymnasium nicht auf, da geht es weiter mit der Berufsschule und mit dem Studium. Das heißt, Bildung betrifft alle und Bildung geht sogar noch weiter, denn wir lernen ja ein ganzes Leben lang. Die grüne Jugend, zur Frage der grünen Jugend, ich glaube, ihr macht ziemlich coole Wahlkämpfe, ihr macht Dinge, die ungewöhnlich sind, die manchmal über Grenzen hinausgehen, aber genau das brauchen wir, denn wir brauchen die Debatte und mir hat die Debatte heute mit dem Wahlalter sehr gut gefallen. die Debattenkultur ist in den letzten Monaten bei uns stark zurückgegangen und das müssen wir unbedingt wieder befeuern und wir müssen miteinander reden, wir müssen miteinander streiten, auch ob 14 oder 16, das ist gut so und dafür sehe ich euch in einer ganz wichtigen Position. Vielen Dank, Markus. Dann würde jetzt die Trias schließen, die Vorstellung von Martin Wandrei, ebenfalls fünf Minuten und ihr könnt ab jetzt Fragen an Martin hier vorne einwerfen. Wir warten noch mal kurz. Ja, ich leite heute jetzt auch mal die Digitalisierung bei mir ein und halte heute mal eine Rede vom Tablet. Hoffentlich funktioniert es. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Martin Wandrei, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere seit Oktober wieder an der TU Dresden im siebten Semester Medizin. Ich bin aber relativ neu in der großen Stadt und auch relativ neu jetzt im Landesvorstand der Grünen Jugend Sachsen. Vorher habe ich zwei Jahre Politik bei den Bündnisgrünen in Brandenburg gemacht, dort war ich Sprecher der Grünen Jugend, Co-Sprecher der Grünen Jugend, habe die Grünen Jugend dort wieder mit aufgebaut und habe zuletzt in Bundestagswahl im September 2017 in meinem Heimatwahlkreis 56 im äußersten Nordwesten direkt kandidiert. Ich komme halt aus einem kleinen 2000, 2500 Einwohnerstädtchen namens Friesag, so circa 70 Kilometer nordwestlich vom Berliner Stadtrand. Also richtig flaches Land. Und dafür schlägt auch mein politisches Herz. Dafür möchte ich mich auch im Landesvorstand der Grünen hier in Sachsen engagieren für die ländlichen Räume. Denn ich sehe, wir Grünen haben die richtigen Inhalte. Markus und Uwe haben es auch teilweise schon angesprochen. Wir sind für den flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr in jedes Dorf und in jede Kleinstadt. Wir sprechen die großen Probleme der Strukturwahlens in der Lausitz oder im Erzgebirge an. Gerade wenn es mit Lausitz geht, haben wir als Brandenburger und sächsische Grünen Jahr 2005 wirklich ein gutes, komplexes Strategiepapier für eine neue Zukunft dort vorgelegt. Aber wir tun es manchmal auch ein bisschen schwer, mit der Kommunikation unsere Botschaften im ländlichen Raum rüberzubringen und manchmal unsere Präsenz auch ein bisschen dürftig. Da ist uns bei uns einiges ganz gut gelungen. Wir haben es tatsächlich geschafft, bei uns im Wahlkreis acht Prozent, fast acht Prozent Zweitstunden dazu zu gewinnen, bei den Erststunden noch mal deutlich mehr. Und das, obwohl wir gerade ziemlich einen Gegenwind im Osten verspürt haben zur letzten Bundestagswahl als Grüne, gerade in den ländlichen Räumen. Ich glaube, unser Erfolgsrezept war halt einfach ein Präsenzzeigen in der Fläche, überall Stände zu machen oder eine tolle Wahlkampftour, die wir gemeinsam mit der Grünen Jugend durch meinen Wahlkreis organisiert haben. Aber auch wirklich die Diskussion mit allen Menschen, mit allen verschiedenen Menschen zu suchen, aber auch Verbänden. Ich habe mich da auch vom Bauernverband verkloppen lassen mit unseren grünen Positionen, unseren vermeintlich ideellen, idealistischen grünen Positionen. Und, was auch ganz wichtig ist, gerade in den kleinen ländlichen Kreisverbänden einfach nochmal den Leuten Mut zu sprechen, sie zu mobilisieren, ihnen klarzumachen, worum geht es und sie dafür zu begeistern, Wahlkampf zu machen. Denn meine beiden Kreisverbände hatten da jeweils nur 20 und 40 Mitglieder. Also da musste man wirklich jeden Mann und jede Frau einen Stand holen. Und das, was wir dort geschafft haben, das möchte ich jetzt auch hier in Sachsen einbringen. Möchte ich hier bei uns im Landesvorstand vom Bündnis 90 die Grünen mit einbringen. Ich glaube, die erste Feuertaufe für uns wird sein die Doppelwahl im Frühjahr 2019, die Europa und die Kommunalwahl. Gerade die Kommunalwahl ist für uns zentral und ich glaube, da sind wir auch als Landesvorstand, als neuer Landesvorstand gefragt, alle Kommunalos und Kommunalas vor Ort zu unterstützen. Denn nicht mit jedem Wahlprogramm muss das Rad neu erfunden werden. Da können wir, glaube ich, für eine Menge Austausch quer durchs Land sorgen. Und auch unseren Beitrag zur Mobilisierung leisten, dass wir vielleicht mal dafür sorgen, dass auch mal Leute aus unseren Hochburgen, aus unseren großen Städten mal ins Land fahren und unsere Kommunalos vor Ort unterstützen. Und worauf ich mich persönlich besonders freue, ist wirklich der Programmprozess, den wir jetzt starten. Der läuft ja im Hintergrund schon so ein bisschen an und ich möchte da wirklich tatkräftig und fleißig mitarbeiten. Vor allem bei meinen drei Kernthemen. Das ist vor allem die Verkehrspolitik, die Gesundheitspolitik und ihr habt es gestern vielleicht auch schon mal bei meiner Rede gehört, die Landwirtschaftspolitik. Am Verkehr müssen wir uns ganz klar dafür einsetzen, dass es endlich einen einheitlichen Sachsen-Tarif gibt. Dass man nicht, wenn man von A nach B fahren will, dass man drei verschiedene Tickets kaufen muss. Und wir müssen endlich dafür sorgen, dass das Mehr an Regionalisierungsmitteln, was Sachsen bekommen hat, gerade im letzten Jahr nach der neuen Verhandlungsrunde, nicht dazu genutzt wird, um Haushaltslöcher zu stoppen, sondern wirklich, um mehr Busse zu bestellen und um mehr Schienen auf die Gleise zu bekommen. Äh, mehr Züge auf die Gleise zu bekommen. Bei der Gesundheitspolitik sehe ich unsere Baustelle vor allem daran, in der Pflege. Sachsen hat den zweitschlechtesten Durchschnittslohn in der Pflege. So können wir den Pflegenotstand hier nicht lösen und da müssen wir auf jeden Fall handeln. Und auch, wenn es um die flächendeckende gesundheitliche Versorgung geht, müssen wir handeln. Es kann nicht sein, dass Krankenhausstandorte schließen müssen oder dass hausärztliche Praxen schließen müssen, weil der Hausarzt keine Nachfolgerin mehr findet. Bei der Landwirtschaft ist mir vor allem wichtig, den Ökolandbau zu stärken, denn der sorgt für eine ordentliche Wertschöpfung in der Region und damit für eine Perspektive für die Menschen vor Ort. Ihr seht, wir Grünen haben klare Inhalte und wir haben vor allem eine einzigartige politische Kultur in diesem Freistaat, eine Mitmachkultur, eine kommunikative Kultur, von der sie andere Parteien eine Scheibe abschneiden können. Und die Leute sehen doch die Probleme, die die unionsgeführten Staatsregierung hier hinterlassen haben, wahlweise mit Tolerierung der FDP oder der SPD. Sie sehen den hausgemachten Lehrerentmangel, vor dem wir vor zehn Jahren schon hingewiesen haben. oder den Strukturwandel in der Lausitz, auf dem man blind zufährt und nicht handelt als Landesregierung. Und das Abgehängtsein, wenn kein Bus mehr fährt, wenn der Hausarzt oder wenn die Schule schließt. Leute, wir versprechen keine blühenden Landschaften, aber lasst uns Sachsen 2019 begrünen. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Auch hier gucken wir, ich habe gesehen, dass Nils sich noch mal eingeworfen hat. Ob es noch weitere Wortmeldungen gab, es gibt zwei. Dann haben wir hier zwei Wortmeldungen. Die gehen auch beide schon zum Mikro. Gut, ist ja logisch, dass sie drankommen. Tobias Fritsch, Kreisverband Dresden, Martin und Nils Gröber, Grüne Jugend, KV Dresden. Ihr habt das Wort für jeweils eine Minute, um Fragen zu stellen. Lieber Martin, du hast ganz viele verschiedene Rollen, das hast du gerade deutlich gemacht. Du bist, sage ich mal, der ländliche Großstädter. Du hast die Anbindung an die Grüne Jugend. Du bringst Wahlkampferfahrungen in schwierigen Verhältnissen mit. Ich denke, mit deiner Person haben wir einen sehr guten Kandidaten für das Amt. Ich gehe davon aus, Nils wird noch mal was fragen Richtung Anbindung an die Grüne Jugend. Ich würde gerne von dir wissen, was vielleicht die zentralen Themen oder die zentralen Problemfelder, die wir vielleicht auch im Wahlkampf bearbeiten müssen, mit Blick auf die Großstädte in deinen Augen sind. Vielen Dank, Martin. Du bist ja Beisitzer im Landesvorstand der Grünen Jugend Sachsen. Wirst du dieses Amt dann weiterführen, wenn du gewählt werden würdest und dann auch fairerweise auch die Frage an dich, die ich den anderen gestellt habe, wie stellst du dir die Kommunikation mit der Grünen Jugend vor und vor allem die Anbindung im Landtagswahlkampf und im Europawahlkampf. Vielen Dank. Danke, Nils. Dann Martin, drei Minuten. Okay, dann fange ich mir erst mal gleich mit Nils Frage an. Wenn ich gewählt werden sollte, werde ich wohl nicht mehr im Landesvorstand der Grünen Jugend mitarbeiten, weil ich mich dann wirklich auf die Arbeit für unsere Partei konzentrieren werde. Aber ich werde natürlich trotzdem noch der Grünen Jugend als Mitglied, als tatkräftiges Mitglied erhalten bleiben und möchte natürlich auch ganz besonders den Draht zur Grünen Jugend pflegen, dass ich auch Dinge aus der Grünen Jugend mit in den Landesvorstand reinbringen kann und umgekehrt. Komme ich noch zu der Frage, ja auch so genau, was die Wahlen angeht. Da habe ich ja ganz, ganz gute Erfahrungen mit der Grünen Jugend gemacht, dass die Grünen Jugend echt eine super mobilisierungsfähige Truppe ist und da freue ich mich auf jeden Fall mit der Grünen Jugend dann kreuz und quer, Land auf, Land ab, Aktion zu planen und ich glaube, da ergänzen sich die Kompetenzen von Partei und Grüner Jugend wirklich super, wenn es da um Wahlkampfmobilisierung geht. Komme ich mal zu den Fragen von Tobias. Ja, es stimmt, ich habe primär Politik im ländlichen Raum gemacht in den letzten Jahren, aber natürlich wohne ich jetzt ja auch in einer großen Stadt und sehe die Probleme, die wir da haben und ich denke, die Probleme, die wir Grüne da ansprechen müssen, sind auf jeden Fall ureigengrüne Umweltproblematik, die wir in den Städten haben. Das ist vor allem die Thematik des öffentlichen Personennahverkehrs, dass wir da ran müssen, dass wir da viel verbessern müssen, gerade was Stadt-Umland-Anbindungen anbelangt und wir müssen auch das Thema saubere Luft, da sind wir Grüne die einzige Partei, die da immer dran ist und da müssen wir aber dabei bleiben und immer dafür eintreten, notfalls auch, wenn Maßnahmen mal wehtun sollten. Was aber noch in Städten hier, aber auch zunehmend in Kleinstädten ein Problem ist, ist das Wohnungsproblem und ich glaube, da müssen wir Grünen ganz, ganz deutlich sagen, Wohnen ist kein Kapitalmarktobjekt, das ist nichts zum Geldverdienen, es ist vor allem was, was unsere Städte am Leben erhält und was für alle zugänglich sein muss, was durchmischt sein muss. Dafür brauchen wir hier in Sachsen einen funktionierenden, attraktiven sozialen Wohnungsbau, der klare Rahmenbedingungen setzt und halt auch durchmischte Stadtviertel, die für alle Menschen zugänglich sind, möglich macht und wo wir glaube ich auch unterstützen müssen, ist wirklich, wenn es um Bildung geht, gerade in Städten, Kinderbetreuungsplätze schaffen, da muss das Land glaube ich auch nochmal Geld in die Hand nehmen, um die Kommunen dabei zu unterstützen, sowohl genug Schulkapazitäten als auch Kinderbetreuungskapazitäten zu schaffen. Und, das ist für mich ein Narrativ, ich weiß, das ist schwer zu verkaufen, aber das liegt mir als Stadtbewohner auch mega am Herzen, nämlich, dass wir den öffentlichen Raum neu erfinden. Wir haben seit Jahren so eine gewisse Abgrenzungsprobleme in der Stadt, dass die Stadt immer weiter eingeteilt wird in kommerzialisierte Räume, in Shoppingmalls, in Straßen und wir müssen mehr dazu hinkommen, öffentliche Räume zu schaffen, öffentliche Räume zu denken, wo Menschen zusammenfinden können, wo sie sich in der Stadt wohlfühlen können. Und das Narrativ möchte ich gerne auch für den oberen Raum verbreiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Damit sind wir am Ende der Vorstellungsrunde angekommen und wir treten in den Wahlgang ein. Dazu nehmt ihr wieder das Gerät und hinter mir müsst ihr jetzt aufleuchten, dass ihr folgende Möglichkeit habt. Ihr habt jetzt eine Stimme. Entweder ihr enthaltet euch, dann drückt ihr die 1 oder ihr stimmt mit Nein, dann drückt ihr die 2. Wollt ihr Uwe Ketnis wählen, dann drückt die 3. Wollt ihr Markus Scholz wählen, ist das mit der 4 möglich. Und wollt ihr Martin Wann 3 wählen, so drückt ihr die 5. Jeweils im Anschluss Enter. Ihr habt wie gesagt eine Stimme. Gibt es dazu Nachfragen? Das kann ich nicht sehen. Dann eröffne ich hiermit den Wahlgang. Bitte signalisiert durch Hochhalten des Gerätes, wenn ihr irgendwo technische Probleme habt oder durch Arm aufheben, wenn ihr Verständnisprobleme habt. Das scheint beides nicht der Fall zu sein. Es scheint sich jetzt auch niemand mehr in den Saal hinein zu begeben. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Ich muss mich jetzt aufhören. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, uns liegt das Ergebnis jetzt vor. Es haben 108 Personen an der Abstimmung teilgenommen. Das Quorum liegt damit bei 55 Stimmen. Es gab eine Enthaltung, keine Nein-Stimmen. Auf Uwe Kettniss entfielen exakt 55 Stimmen, auf Markus Scholz 30 Stimmen und auf Martin Wann3 22 Stimmen. Damit hat Uwe Kettniss mit 50,93 Prozent das Quorum erreicht. Lieber Uwe, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde. Während jetzt die Prozession zu Uwe beginnt, frage ich mal in Richtung des Landesgeschäftsführers, ob jetzt ein Gruppenbild des soeben vollständig gewählten Landesvorstandes gewünscht wird hier oben und ob dies technisch dann dadurch möglich ist, dass auch alle anwesend sind. Ihr versucht es sicherzustellen. Gut, dann Blick auch auf die Uhr, dass wir momentan gut in der Zeit liegen. Können wir das dann auch vollziehen? Dann machen wir jetzt als nächstes hier oben ein Gruppenbild des Landesvorstandes. Dazu bitte ich noch mal alle innerhalb der vergangenen, naja, guten zwei Stunden gewählten Mitglieder des Landesvorstandes nach oben auf die Bühne. Wenn das Gruppenbild durch ist, dann setzen wir hier mit der Wahl des Landesparteirates fort. Dazu machen wir mal kurz eine Pause hier im Präsidium. Wir wären für ein Gruppenbild, glaube ich, nicht benötigt. Nein, das Forum ist erreicht. Uwe hat 55 Stimmen, 55 ist Forum. Hält ich mich so an? Schnellst du ein scheiß Foto oder was für die Zuschauer? Moment, du scheiß Foto. Was machen wir? Komm her. Geht los. Hi. Ja, irgendjemand mitmacht. Wir können ja auch, weil wir die großen nachdenken. Das brauchen wir ja noch mal. Wo ist es? Wo ist es? Laschach! Uwe! Uwe! Ist es schon, dass ich schon hier drinnen? Ja, und? Vorher nicht, hör auf! Mach doch nicht schon Fotos ohne Uwe! Ja, ja, das ist gut. Uwe! Ja, ja, das ist gut. Ja, vielleicht hinten kann man sagen. Das ist nicht so schwer, aber das ist halt. Ja, das ist bald. Ich würde vorschlagen, die Sprecher sind nicht in die Mitte. Ja, ja. Wieder? Wieder? So ungefähr. Robert? Wieder? Ja. 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 Ich würde mal gerade hinstellen, damit ich es zurückkomme. Warte mal ganz kurz, ich höre, weil noch so eine Flüge ist. Warte mal. Ja. 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 Ich würde mal die Arme hochschmeißen. Ein, zwei, drei. Wuuu! Boah! Das wird sprengen. Bist du, warte. Bist du, warte. Oh! Ja, cool, aber. Ich bin ein, zwei, drei, drei. Ich bin ein, zwei, drei. Ich bin ein, zwei, drei. Noch mal. Ein, zwei, drei. Dann muss... Wuuu! Irgendjemand muss einzählen. Irgendjemand muss einzählen. Ja, noch muss einzählen. Ah! Ah, Hänner dreht ein. Ein, zwei, drei. Wuuu! Ich bin auch noch einmal. Oh, Gott. Ich bin ein, zwei, drei. Wuuu! Zu viel? Ja. Da ist es zu viel. Ich bin ein, zwei, drei. Genau, genau. Ich bin ein, zwei, drei. Ich bin ein, zwei, drei. Ich bin ein, zwei. Sie bin ein, zwei, fünf, 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 ne? Ich bin ein, zwei, drei, drei. Und in leicht geänderter Präsidiumsbesetzung würden wir hier oben jetzt auch fortfahren wollen und in den nächsten Tagesordnungspunkt einsteigen, den wir heute vor uns haben. Wir liegen momentan ganz gut in der Zeit. Das ist allerdings der Zeitplan, der eher vom Worst Case ausgeht. Von daher, wir schaffen das, dass wir heute nicht ganz so, nein, wir schaffen nicht den Worst Case. Wir schaffen, dass wir heute noch rechtzeitig hier fertig wären. Da sind wir sehr zuversichtlich. Dazu treten wir jetzt als nächstes oder ein in den Tagesordnungspunkt 12. Wahl des Landesparteirates. Hierzu ein paar vorausschickende Bemerkungen. Ich hatte euch auf der LDK in Glauchau versprochen, dass ich euch nie wieder versuchen werde, die Zusammensetzung des Parteirates zu erklären unter den damaligen Bedingungen. Also dann hatten wir in Glauchau die Satzung schon entsprechend geändert. Und wir wählen jetzt nach der neuen Zusammensetzungsregelung des Parteirates, wie sie in Glauchau 2016 beschlossen wurde und zwar zum ersten Mal. Demnach werden durch die Landesversammlung 14 Mitglieder des Parteirates gewählt. Diese werden in zwei getrennten Wahlvorgängen gewählt, nicht zu verwechseln mit Wahlgängen. Im ersten Wahlvorgang werden acht Personen aus einer Vorschlagsliste gewählt, für die jeder Kreisverband und die Grüne Jugend maximal je eine Person vorschlagen können. Wenn ihr richtig zählt, werdet ihr feststellen, diese Vorschlagsliste kann maximal 14 Personen groß sein, weil wir 13 Kreisverbände und die Grüne Jugend haben. Das heißt, im ersten Wahlvorgang werden acht aus 14 gewählt, maximal 14 können auch weniger sein. In einem zweiten Wahlvorgang werden dann sechs weitere Plätze gewählt. Hier kann ohne Einschränkungen und ohne, dass man auf einer entsprechenden Vorschlagsliste steht, kandidiert werden. Die Plätze sind so zu besetzen, dass der Parteirat insgesamt quotiert zu besetzen ist. Damit beginnen wir als erstes mit der Wahl der Plätze, die aus der Vorschlagsliste zu besetzen sind. Und hier galt eine Bewerbungsfrist, das ist übrigens noch die einzige Bewerbungsfrist, die wir in Satz- und Geschäftsordnung bzw. Wahlordnung haben, von 24 Stunden vor Beginn der Versammlung. Diese ist am 22.03. um 18 Uhr abgelaufen. Für die Vorschlagsliste haben folgende Kreisverbände fristgemäß vorgeschlagen. Der Kreisverband Bautzen, Jens Bitzka. Der Kreisverband Chemnitz, Susann Martin. Der Kreisverband Dresden, Thomas Löser. Der Kreisverband Landkreis Leipzig, Monika Lazar. Der Kreisverband Leipzig, Claudia Meicher. Der Kreisverband Meißen, Thoralf Möhles. Der Kreisverband Vogtland, Gerhard Liebscher. Der Kreisverband Zwickau, Franziska Laube. Der Kreisverband Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge, Hannes Merz. Und die Grüne Jugend Sachsen, Anne Kämmerer. Ich schaue in die Runde. Gibt es weitere Personen, die meinen, durch ihren Kreisverband vorgeschlagen worden zu sein und die ich gerade nicht aufgerufen habe? Das ist nicht der Fall. Dann operieren wir mit dieser nun auch festgestellten Vorschlagsliste. Wir treten, um die Mindestquotierung des Parteirats zu sichern, zuerst nach der Wahlordnung in jene vier Plätze ein, die ausschließlich mit Frauen besetzt werden können. Und zwar die vier Plätze in dem ersten Wahlvorgang. Also acht im ersten Wahlvorgang. Davon logischerweise die Hälfte mit Frauen zu besetzen. Also vier. Vier Frauen aus der Vorschlagsliste werden im ersten Wahlvorgang, im ersten Wahlakt gewählt. Entsprechend liegen hierfür die Bewerbungen von Anne Kämmerer, Franziska Laube, Monika Lazar, Claudia Meicher und Susann Martin vor. Also fünf Bewerbungen auf die vier Plätze. Die genannten Bewerberinnen haben jetzt die Möglichkeit, sich in alphabetischer Reihenfolge vorzustellen. Nach der Vorstellung gibt es die Möglichkeit, bis zu zwei Minuten auf Fragen zu antworten. Wobei wir jetzt hier, und da bitte ich dann auch wirklich darauf zu achten, in das schriftliche Fragesystem übertreten. Sprich, wer eine Frage an eine Kandidatin oder einen Kandidaten hat, der schreibt die bitte hier vorne auf den Fragezettel. Wir losen das dann entsprechend, zwei Fragen, und werden dann durch das Präsidium diese Fragen vorlesen. Das setzt zwei Dinge voraus. Der Zettel sollte vollständig sein, also sprich Name, Kreisverband und eine Frage, wohlgemerkt eine Frage enthalten. Und wir bitten darum, dass er zumindest mit geringer Anstrengung lesbar ist für uns. Also nicht, dass wir noch beim LKAA anrufen müssen und einen Graphologen beschäftigen. Das ist das Ziel, was bei den Fragestellungen entsprechend zu vollziehen ist. Das zu den allgemein vorausgelegenden Bemerkungen. Und wir beginnen damit das Vorstellungsverfahren mit Anne Kämmerer. Da haben wir jetzt die Situation, dass Anne aus Krankheitsgründen heute nicht da sein kann. Ihr habt gestern in einer Auslegungsentscheidung der Wahlordnung beschlossen, dass Fremdvorstellungen möglich sind. Und uns ist angekündigt worden, dass Sophia die Vorstellung für Anne übernimmt. Damit entfällt bei Anne allerdings auch der Möglichkeit, hier in irgendeiner Weise Fragen zu stellen. Sophia, du hast drei Minuten. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe die ganz großartige Ehre, Anne Kämmerer vorzustellen. Das ist auch ein bisschen eine Herausforderung, nur drei Minuten, eine Person mit so vielen Facetten abzubilden. Ich probiere es trotzdem. Anne ist vielen von euch auf jeden Fall sicherlich schon bekannt, als Sprecherin der LRG Demokratie und Recht, als Mitglied im Vorstand des KV Meißen, als ehemalige Sprecherin der GJ Sachsen und als Mitglied, das seit vielen, vielen Jahren dabei ist und deren Herz für diese Partei schlägt. Anne ist niemand, die die schwierigen Fragen, die wir uns hier in Sachsen zu stellen haben, versucht irgendwie einfach zu beantworten. Sei es das Thema Wolfsschutz und Stärkung der Weidetierhaltung, sei es der Kampf gegen jede Art von Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie, den wir eben durch Stärkung der Zivilgesellschaft begegnen wollen und nicht durch verfassungswidrige Verbotsverfahren. Unsere Haltung bringt Verantwortung mit sich. Und um aus Annes Rede, die sie eigentlich jetzt hier an dieser Stelle halten wollte, zu zitieren, gegen Nazis zu sein, reicht eben nicht, man muss es ihnen auch schon sagen. Das ist Annes klare Position. Ja, auf jeden Fall. Das ist Annes klare Position. Protest zu unterstützen, ist ebenso wichtig, wie politische Konzepte gegen den Rechtsruck immer tiefer in die Gesellschaft hineinzuentwickeln. Ich kann euch das sagen, Anne tut das, was in Sachsen wirklich bitter nötig ist. Sie kämpft den Kampf gegen Rechts leidenschaftlich. Zudem möchte Anne auch dazu beitragen, sich noch besser mit anderen Menschen zu vernetzen, die genau wie wir für eine solidarische Zukunft arbeiten. Und dafür ist Anne in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bündnissen aktiv. Und aus diesen Bündnissen heraus bringt sie auch immer wieder neue Ideen, Debatten, Ansätze in die Partei zurück. Anne möchte die kommenden Jahre im Parteirat dafür arbeiten, dass die Vernetzung der Mitglieder unserer Partei und der Kreisverbände verbessert wird und auch die Vernetzung mit der Grünen Jugend bestärkt wird. Dazu können regelmäßige Stammtische gehören, um Barrieren abzubauen oder um einfach Kontakte zu knüpfen. Aber es geht auch darum, sich im Kleinen zu vernetzen und immer wieder Ideenwerkstätte auf die Beine zu stellen, um gemeinsam Projekte zu ermöglichen. Anne will Kleines und Anne will auch Großes mit der Partei gemeinsam erreichen. Das heißt, sie wurde von der Grünen Jugend für diese Wahl für den Landesparteirat vorgeschlagen und will auch als Kopplung zwischen grüner Jugend und Grünen fungieren, um den Wahlkampf, der schließlich auf uns zukommt, voller Energie und auch Junggrün zu bestreiten. Jetzt möchte ich als Sophia noch ein ganz persönlich abschließendes Wort dazu sagen. Ich habe bereits intensiv mit Anne zusammengearbeitet und ich weiß, dass das viele von euch auch gemacht haben. Sei es in der LRG, sei es im Kreisverband Meißen, sei es in der Grünen Jugend, sei es in den unterschiedlichsten Bündnissen oder sei es wirklich direkt auf der Straße, auf Demonstrationen, im Wahlkampf und bei den unterschiedlichsten Projekten. Und diese Arbeit, das kann ich persönlich berichten und ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht, die Arbeit war stets verlässlich, war stets überdurchschnittlich engagiert und stets von Visionen geprägt. Anne steckt unglaublich viel Energie, Zeit und auch Nerven in diese Partei. Bitte gebt ihr eure Stimme für den Landesparteirat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch mal der Hinweis, wir sind momentan nicht in der Lage zu klären, woran die immer wieder auftretenden Übersteuerungsstörungen liegen. Wir müssen uns damit also arrangieren. Ich glaube aber, das kriegen wir hin. Vielen Dank für die Vorstellung der Block. Nachfragen und Weiterbeantwortung entfällt hier. Ihr seid eine Versammlung, die nicht gut aufpasst, muss ich sagen, weil es hat sich keiner gemeldet, als mir gerade ein Lapsus passiert ist. Es sind vier Minuten Vorstellungszeit und nicht drei Minuten. Von daher, ich hoffe, ich hatte was von drei Minuten gerade erzählt, aus Versehen. Ich hoffe, dass sich jetzt niemand hier begonnen hat, jetzt die Rede unnötig einzukürzen. Deswegen, ihr habt vier Minuten, tut mir leid, ich gehe damit weiter in der Bewerbungsreihenfolge. Franziska Laube wäre dann als nächstes dran und sie hätte vier Minuten Vorstellungszeit. Ach, da ist sie schon. Immerhin bin ich zu sehen. Gerade so. Liebe Freundinnen und Freunde, ich versuche mich mal ein bisschen größer zu machen, damit ich nicht hinter diesem Pulk verschwinde. Lauter? Mikro. So, dann etwas lauter. Ich habe 2008 mein Staatsexamen, Lehramt, Gymnasium in Leipzig gemacht, an der Universität. Ich habe vorher schon mit dem Regierungspräsidium, war ich in Kontakt, also mit der Bildungsagentur in Leipzig und habe gefragt, wie es denn aussieht wegen der Referendariatsstelle. Hat mir gesagt, also mindestens zwei Jahre Wartezeit. Ich habe gesagt, gut, schlecht, in der Zeit habe ich kein Geld. Habe mich dann schweren Herzens in anderen Bundesländern beworben, bin nach Baden-Württemberg gegangen, die mich mit Kusshand genommen haben, weil sie gesagt haben, auch die Lehrämter aus Sachsen, ja, die sind fähig, die können wir direkt vor die Klassen stellen, die können arbeiten. Ich habe daraufhin Referendariat und zweite Staatsexamen mit Auszeichnung in Baden-Württemberg gemacht. Baden-Württemberg hat mich daraufhin binnen von drei Jahren verbeamtet auf Lebenszeit und ich habe dann trotzdem, nachdem ich meine Tochter bekommen habe, beschlossen, ich würde gern wieder zurückgehen und habe wieder in Sachsen angefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Als Beamter so und so keine Chance und auch generell brauchen wir eigentlich gerade niemanden. Das war 2013. Dann bin ich nach Thüringen gegangen, weil Thüringen hat mich genommen. Dann habe ich immer wieder gefragt, wie sieht es denn aus in Sachsen? Wie wäre es denn, wenn ich auf den Beamtenstatus verzichte? Könnte man sich dann vorstellen, mich in Sachsen einzustellen? Ja, ich wohne in Zwickau, vielleicht in Klingenthal. Ich meinte, gut, Gera, wo ich jetzt arbeite, ist dann aber näher und besser zu erreichen. Und vor allem muss ich nicht die ganzen Nachteile in Kauf nehmen, die der Schuldienst in Sachsen sonst noch mit sich gebracht hätte. Schlechtere Bezahlung, schlechtere Arbeitsbedingungen etc. Also stehe ich nach wie vor in Thüringen vor Klassen, obwohl ich eigentlich gerne in Sachsen arbeiten würde und für Sachsen ausgebildet worden bin. Ich beobachte das weiter von außen, weil ich denke, dass die Bildungspolitik sich in Sachsen ändern muss. Und ja, es gibt jetzt ein Bildungspaket und nein, das wird nicht ausreichen. Dieses Bildungspaket setzt gute Schwerpunkte, bringt vielleicht die Verbeamtung, die aber mit Sicherheit nicht das Allheilmittel ist, weil ich weiß, vielen Lehrämtern ging es nicht um die Verbeamtung. Vielen ging es darum, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, dass wir die mit Familien koordinieren können, dass wir wohnortnah eingesetzt werden können, dass wir unserer Schulart eingesetzt werden. Und all das ist aber immer noch nicht passiert. Wir wollen moderne Unterrichtsformen verwenden, wollen da eine Freiheit haben und auch das haben wir nicht. Und hier kommen die Grünen ins Spiel, weil ich denke, dass die bildungspolitischen Ideen, die die Grünen haben, die können Antworten geben auf das, was Sachsen momentan im Bildungssystem braucht. Und ich denke auch, dass das ein ganz großer Wert sein wird in der Landtagswahl, dass wir damit groß punkten können, weil es gibt unglaublich viele Leute, die Angst haben zur Zeit, wie, wer, wer vor allem soll ihre Kinder beschulen und vor allem mit welcher Qualifikation darf jetzt jeder ran, darf jetzt jeder unsere Kinder unterrichten und welche Folgen hat das? Können Quereinsteiger, so groß der Respekt vor denen ist das, dass sich jemand überhaupt antut, aber können die wirklich einschätzen, wie Kinder zu bewerten sind, wie sie pädagogisch zu fördern sind, wie sie psychologisch einzuschätzen sind und vor allem können sie dem Druck standhalten, den Eltern, Schulleitungen und so weiter auch sie ausüben. Ich glaube, da braucht es andere Antworten und genau dafür würde ich gerne mein Wissen, was ich nun aus mittlerweile drei Bundesländern im Bildungssystem erworben habe, in den Parteirat einbringen. Außerdem, ich sehe schon, ich bin zu lang, geht es mir noch um die Demokratiearbeit, weil das war der Grund, warum ich bei den Grünen eingetreten bin. Als 2016 der Sternenmarsch in Zwickau war und fünf Jahre nach dem NSU, nach der Selbstentarnung, Leute mit Hass und Menschenverachtung durch die Stadt liefen. Das kann ich nicht ertragen, das hat mich erst mal verzweifelt und das hat mich irgendwo handlungsunfähig gemacht und ich wollte aber wieder Handlungen ergreifen und deswegen in die Partei eintreten und da agieren. Und als letztes, als letztes möchte ich gerne zeigen, als Frau im Parteirat, ja, dass auch Frauen, ganz normale Frauen, mit Familienleben, Arbeitsleben etc., Parteiarbeit leistet werden. Deine Redezeit ist oben. Gut. Vielen Dank für die Vorstellung. Vorstellung. Es sind hier genau null Fragen eingeworfen worden. Entsprechend hättest du jetzt noch mal die Möglichkeit, zwei Minuten auf nicht gestellte Fragen zu antworten, wenn du das möchtest. Du kannst auch zwei Minuten noch mal erzählen, was du möchtest. Also du hättest noch mal zwei Minuten Redezeit. Sagen wir es mal so. Das wiederum hätte man ja fragen können. Naja, also ich sehe jetzt allerdings auch hier kein Run zur Fragebox. Gut, dann hast du jetzt zwei Minuten. Was ich noch wichtig finde, ich habe vorhin gesagt Demokratie verteidigen. Und ich finde gerade im Hinblick auf das, was ich in Baden-Württemberg gesehen habe, gerade an unseren Schulen müsste Demokratie noch mal ganz anders gelehrt werden. Wir brauchen viel mehr Stärke in der Schülermitverantwortung und eine wirkliche Schülermitverantwortung, die mitgestaltet, die Entscheidungsprozesse, dass sie eingebunden ist, dass sie mitmachen darf im schulischen Leben und daran wirklich erlebt, wie Demokratie abläuft, daran lernt, wie Demokratie sein kann. Weil wenn wir die Demokratie wirklich voranbringen wollen und erhalten wollen mit all den Bürgerrechten und so weiter, dann muss das, glaube ich, in der Schule beginnen. Im Kindergarten, in der Schule und im gesamten Bildungsbereich. Ja. Recht herzlichen Dank. Dann würden wir in der Vorstellung fortfahren mit dem, weiter im Buchstaben L, mit Monika Lazar. Vier Minuten, Monika. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte wieder für den Landesparteirat kandidieren, weil ich meine Erfahrung, die ich in den vielen Jahren als Parteimitglied gesammelt habe, einbringen will. Ich bin Anfang der 90er Jahre eingetreten. Das waren Zeiten, wo es für uns Grüne hier im Osten und auch im Sachsen sehr schwer war. Und ich erinnere mich an meine erste Direktkandidatur zum Bundestagswahlkampf 1998. Das wären dieses Jahr 20 Jahre. Ich habe hier im Landkreis Leipzig kandidiert. Und eine Veranstaltung ist mir da noch sehr gut im Gedächtnis geblieben. Das war in Borna, das Wahlforum. Und da ging es unter anderem um den Neubau des Braunkohlekraftwerks Lippendorf. Und das war schon irgendwie damals noch so als junge Kandidatin schon ein Gefühl, wenn so gefühlt der ganze Saal gegen einen war und man immer gesagt hat, aber das Braunkohlekraftwerk ist irgendwie dann doch nicht so gut. Also man hat als Parteimitglied hier in Sachsen Höhen und Tiefen erlebt. Uns ging es schon mal von der Stimmung besser. Und deshalb ist es wichtig, wenn auch Leute mit weiter im Parteirat dabei sind, die, sage ich mal, in den 90er Jahren auch, sage ich mal, gestählt wurden. Denn ich glaube, das nächste Jahr wird nicht ganz so einfach für uns. Dabei ist mir wichtig, dass man auch auf Landesebene sich weiter engagiert. Ich bin in verschiedenen LAGen aktiv, LAG Geschlechterpolitik und LAG Soziales. Versuche ich so als Erweiterung meines Themenspektrums, was ich in der Bundestagsfraktion bearbeite, hier, sage ich mal, verstärkend mitzuvernetzen und mitzubearbeiten. Ihr wisst ja, in der Bundestagsfraktion bin ich schon seit vielen Jahren für das Engagement gegen Rechtsextremismusverantwortung, habe da ja auch leider immer viele Erfahrungen mitzugeben, aber durchaus auch sehr gute Akzente zu setzen. Bin auch für den Themenbereich Sportpolitik verantwortlich. Und die gute Zusammenarbeit mit der Bundesebene ist ja wichtig. Und wir haben ja vorhin auch wieder gehört, dass wir ja aus der Bundestagsfraktion und von der Bundesebene viel Unterstützung dann mit in den Wahlkämpfen für das nächste Jahr bekommen wollen. Das heißt, da ist es auch ganz gut, wenn man die Leute schon so direkt kennt und irgendwie anfragen kann. Und ich muss sagen, es gab einige, die haben auch schon sich angeboten, uns zu unterstützen, was natürlich sehr schön ist. Auf die werde ich dann auch rechtzeitig wieder drauf zukommen, dass sie nicht nur sagen, ich möchte es gerne, sondern dann auch im nächsten Jahr daran erinnert werden. All das mache ich gerne weiterhin im Parteirat. Die Arbeit im Parteirat hat mir in all den Jahren sehr viel Spaß gemacht, auch in der bunten Zusammensetzung, die wir haben. Und in den nächsten anderthalb, zwei Jahren haben wir ja auch sehr viel zu tun, denn die Wahlkämpfe müssen vorbereitet werden, müssen durchgeführt werden. Und wir wollen ja alle ein gutes grünes Ergebnis bekommen bei all den Wahlen. Und deshalb möchte ich die ganze Erfahrung, die ich habe, euch damit zur Verfügung stellen und deshalb mein Angebot, weitere zwei Jahre im Parteirat mitzuarbeiten. Deshalb würde ich mich über eure Stimme und über euer Vertrauen freuen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Monika. Auch hier gibt es keine Fragen und du möchtest auch nichts weiter erzählen. Gut, dann fahren wir fort in der Reihenfolge nach dem Alphabet. Und als nächstes erhält Claudia Meicher für vier Minuten das Wort sich vorzustellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bewerbe mich erneut als Mitglied zum Landesparteirat. Und zwar, weil ich Lust habe, die Herausforderung der nächsten Jahre in Vorbereitung der Wahlkämpfe mitzugestalten. Wir haben Ergebnisse, wir haben Umfragen, wo über 70 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, der Klimawandel ist die größte politische Herausforderung. Es ist das größte Problem, was endlich angegangen werden muss. Und wir haben über 60 Prozent der Menschen, die sagen, die Grünen, das sind die, die die größte Kompetenz haben, die Klimapolitik umzusetzen. Aber wir haben einstellige Wahlergebnisse. Und das macht mich nachdenklich. Und ich möchte gerne die nächsten Monate mit euch nutzen, darüber nachzudenken, woran das liegt und wie wir das ändern können. Wir haben außerdem in Sachsen 2015, im September 2015, Umfragen gehabt, wo fast 50 Prozent der Menschen gesagt haben, wir wollen gerne in Sachsen mehr Geflüchtete aufnehmen. Und fast die Hälfte hat damals gesagt, ich kann mir auch persönlich vorstellen, mich zu engagieren. Und auch diese Menschen sind doch in Sachsen. Und auch sie sind noch da, auch wenn es in einem schwierigeren Umfeld vielleicht jetzt ist, aber auch die könnten wir viel mehr erreichen. Und ich weiß, die eine oder andere wird jetzt sagen, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Schönfärberei und man darf da die Augen nicht verschließen. Ja, das stimmt, wenn wir uns die Zahlen und die Einstellungen zum Beispiel beim Sachsenmonitor angucken, ihr habt es sicherlich verfolgt, wie tief in die Gesellschaft hinein rassistische, fremdenfeindliche Einstellungen gehen, dann ist das besorgniserregend. Und es erschreckt mich, dass in Sachsen viele Menschen das Thema Asyl und Ausländer als gravierenderes Problem sieht, als die Bildungspolitik und den krasierenden Lehrermangel. Und das sind alles Situationen, vor denen wir überlegen müssen, wie gehen wir in den Wahlkampf, wie geben wir Antworten, wie können wir tatsächlich Menschen gewinnen. Und ich glaube, wir können das, indem wir auch die Menschen im Blick nehmen, die gemeinsam in Bündnissen, in Initiativen etwas positiv verändern wollen, die etwas gestalten wollen und die mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sein wollen und selber sich engagieren. Wir haben jetzt oft Debatten, wo es eigentlich immer um die Opfer der Wende geht, um diejenigen, um die man sich kümmern muss. Und ich möchte gern, dass wir Grüne eine Kraft sind, die diesen positiven Veränderungswillen mit aufnehmen und die sagen, nein, wir können etwas bewegen und das wollen wir auch. Und ein weiteres Thema wird eine Rolle spielen. Das ist immer die Frage, das ist auch hier schon diskutiert worden, die Frage Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und da gibt es die, die sagen, Zusammenhalt ist dann, wenn möglichst alle homogen, alle gleich sind. Und ich sage, nein, wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Mein Nachbar, meine Nachbarin redet, denkt und handelt anders. Und es ist gut so. Und ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo man akzeptiert, dass Vielfalt da ist, dass Unterschiedlichkeit da ist, dann ist der größte Zusammenhalt möglich. Und deswegen denke ich, wir sollten auch überlegen, wie können wir da positiv für werben, dass genau ein anderes Klima entsteht und nicht Gleichmacherei, Uniformismus und Einheitszwang, weil das hatten wir in Sachsen schon lange genug. Und ich denke, die Aufgabe im Landesparteirat ist, den LAFO, den neuen LAFO, politisch-strategisch mit zu beraten. Auch die Programmprozessgruppe spielt eine Rolle. Ich bin Mitglied der Programmprozessgruppe, aber auch die Wahlkampfgruppe wird natürlich da ein gutes Miteinander sein. Und deswegen möchte ich gern als Leipzigerin, als MDL, also als Fraktionsmitglied, die auch den Austausch mit der Fraktion führen kann und eben auch als Mitglied der Programmprozessgruppe und mit den Erfahrungen der letzten Wahlen, auch im letzten Landtagswahlkampf, was machen. Ganz kurz, ein kurzes Motto, ich gebe mir immer ein Motto jedes Jahr, ist, die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine. Von Alice Walker, Menschenrechtsaktivistin. Und ich finde, das können wir leben und das können wir einbringen und das möchte ich gern, wenn ihr mich wählt. Dankeschön. Vielen Dank, Claudia. Auch hier die Frage. Keine Frage. Claudia, willst du nochmal zwei Minuten das Wort ergreifen? Du verzichtest. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, damit wäre jetzt als nächstes Susanne Martin an der Reihe. Auch die kann heute nicht direkt zu uns sprechen, hat uns aber eine Videobotschaft hinterlassen, die wir jetzt versuchen abzuspielen. Ich bin gespannt, ob das mit der Digitalisierung dieser Partei funktioniert. Dann mal los. Ja, wir hören keinen Ton, das ist schon mal schlecht. Ich fang mal bitte von vorne nochmal an. Ich bin gespannt, ob das mit der Digitalisierung ist. Wir haben dort über Bremsenfreiheit, für Ungarn mit Minderheiten und Grundstrukturen diskutiert. Als Europas-Studentin spielte EZO für Neuropa seit Beginn meines Studiums eine immer ernste, liebe Rolle. Was uns immer nur die anderen waren, das seht ihr noch hier. Neuropa, in Deutschland, im Land, im geografischen Herzen war super. Ich habe keine Lust in die Zukunft, um deine Küche wegwollern zu lassen. Weder von irgendwelchen Fällen, Fähigkeiten, Fässern, Bilder sogar für sonst aller Heiden, noch von irgendwelchen Kohlewollern. Ich streite über ein gutes Leben für alle. Vom Geflüchteten über den Wolf, bis zum Rentnerinnen, die Chemnitz mit ihrem Rollator frei, nicht mal in die Straßenbahn einbauen kann. Ich freue mich für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank, dass das ermöglicht werden konnte. Ja, genau, jetzt kommen die Fragen an die Kandidatin. Das findet sich dann bestimmt auch jemand, der die beantwortet. Nein, in dem Fall fällt das aus. Damit können wir in den Wahlgang übergehen. Ihr nehmt bitte eure Geräte zur Hand. Wir besetzen jetzt vier Plätze. Entsprechend gibt es hier die Möglichkeit, vier Stimmen abzugeben. Und es müsste jetzt auch gleich die Liste eingeblendet werden. Wir warten noch eine Sekunde, bis die Liste eingeblendet wird. Alles gut. So. Ihr seht jetzt vor euch auf der Wand hinter uns die Liste. Und ihr habt vier Stimmen. Das heißt, ihr könnt entweder die Eins drücken und euch enthalten oder die Zwei- und mit Nein-Stimmen oder die Stimmen, bis zu vier Stimmen, auf die Kandidaten geben. Wobei ihr maximal eine Stimme pro Kandidat, beziehungsweise pro Kandidatin, abgeben könnt. Also, sprich, ihr könnt nicht alle wählen, sondern maximal vier. Sprich, ihr drückt die Nummer der Kandidatin, die ihr wählen wollt, dann Enter, nächste, die ihr wählen wollt, Enter und so weiter, bis die Höchstzahl von vier erreicht ist. Wenn ihr weniger wählen wollt, was möglich ist, auch nach unserer Wahlordnung, dann legt ihr nach dem ersten, zweiten oder dritten Wahlversuch in Form des Drückens der Enter-Taste einfach das Gerät zur Seite. Sobald ihr vier Stimmen abgegeben habt, wird das Gerät sowieso rot. Also, bis zu vier Stimmen oder Nein- oder Enthaltung. Es ist so, dass hier auch beim Parteirat im ersten Wahlgang ein Quorum von 50% der Stimmen vorgesehen ist. Erreichen das nicht genügend Kandidatinnen, um die Plätze zu besetzen, folgt dann ein zweiter Wahlgang. Gibt es Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann eröffnen wir hiermit den Wahlgang. Gut. Haben alle ihre Stimmen abgegeben? Nein. Okay. Naja, wir warten. Es sind ja diesmal ein paar mehr. Gibt es irgendwo technische Probleme? Das ist nicht der Fall. So, dann frage ich es nochmal in die Runde. Gibt es jemand, der oder den noch nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang. Das ist nicht der Fall. Also, ich bin hier ein paarodu Colonel K Link Dann schließe ich mich selber und mir, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich bin hierherego vor in die Runde. glaube ich, 2017 Sie gerne. Ich bin hierher meiner Seite bearbeitet. Wir brauchen mal eine Sekunde, um den Zettel auszuwerten. Wir brauchen mal eine Sekunde, um den Zettel auszuwerten. Wir brauchen eine Sekunde, um den Zettel auszuwerten. Es gab keine Enthaltung und keine Nein-Stimmen bei 104 abgegebenen Stimmen. Das Quorum lag entsprechend bei 53. Es entfielen auf Anne Kämmerer 62 Stimmen, auf Franziska Laube 83 Stimmen, auf Monika Lazar 61 Stimmen, auf Claudia Meicher 77 Stimmen und auf Susanne Martin 69 Stimmen. Da alle Kandidaten das Quorum erreicht haben, ist diejenige nicht gewählt, die das schlechteste Wahlergebnis hat. Das ist im konkreten Fall Monika Lazar. Die anderen vier Frauen sind damit in den Parteirat gewählt. Herzlichen Glückwunsch. So, ich frage in die Runde. Franziska, nimmst du die Wahl an? Ja. Und Claudia, nimmst du die Wahl an? Von Anne Kämmerer und Susanne Martin liegen uns schriftlich die Informationen vor, dass sie im Falle ihrer Wahl die Wahl auch annehmen. Dementsprechend haben wir jetzt die ersten vier Plätze im Parteirat besetzt und für die nächsten vier Plätze, nämlich die offenen Plätze, gebe ich an Juliane ab. Okay. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Wahl über die Vorschlagsliste. Wir besetzen nun die weiteren Plätze aus der Vorschlagsitze und das sind insgesamt vier. Das sind offene Plätze. Auf der Vorschlagsliste liegen folgende Kandidatoren vor. Jens Bitzker, Gerhard Liebscher, Thomas Löser, Hannes Merz und Thoralf Möhles. Ich frage erstmal noch, ob sozusagen noch Bewerberinnen, die im ersten Wahlgang oder auf den Frauenplätzen nicht gewählt worden sind, auch auf diesen offenen Plätzen antreten wollen. Monika, möchtest du jetzt nochmal auf den offenen Platz antreten? Dann haben wir jetzt außerdem noch Monika, die auf den offenen Plätzen antritt. Die genannten Bewerber und die genannte Bewerberinnen, die hat sich allerdings schon vorgestellt, haben jetzt nochmal die Möglichkeit, sich in jeweils alphabetischer Reihenfolge hier vorne innerhalb von vier Minuten vorzustellen. Also jeder hat vier Minuten und danach besteht auch wieder die Möglichkeit, bis zu zwei Minuten auf Fragen zu antworten. Hierfür werden wir hier vorne auch wieder die Fragen ziehen. Wir bitten sozusagen auch um Einwurf der Fragen hier vorne. Liebe Freundinnen und Freunde, am Donnerstag hat der Grüne Kreisverband Bautzen solch einen Brief bekommen. Also Kreisverbandsvorsitzende, was ist in so einem Brief normalerweise drin oder könnte Schönes drin sein? Ja, genau, Neumitglied. Also im Brief war ein Aufnahmeantrag zum Beitritt bei Bündnis 90 die Grünen. Über sowas freue ich mich natürlich als Kreisvorsitzende besonders. Über sowas freue ich mich als Kreisvorsitzender natürlich sehr, auch wenn wir seit der Bundestagswahl nicht so viele neue Parteimitglieder bekommen haben wie die anderen Kreisverbände in Sachsen. Aber seit der Wahl im September haben wir immerhin fünf neue Parteimitglieder bekommen und sind jetzt wieder auf 45. Als Grüner in einem ländlichen Kreisverband seit 1993 Mitglied in unserer Partei, der viele Höhen und Tiefen unserem Landesverband mitgemacht hat, habe ich gelernt, mich auch über kleine Erfolge zu freuen. Und jeder, so ein Brief ist einem für mich eine riesige Freude. Aber wie ist die Lage bei uns im Landesverband konkret? Wir haben über 1600 Parteimitglieder, noch nie hatten wir so viele. Aber dennoch sieht man sich unser Landesergebnis bei der Bundestagswahl und die Umfragen zur Landtagswahl an, ist unser Wiederanzug in den Landtag noch nicht sicher. Jetzt sollten wir aber keinesfalls wie der Osterhase vor der Schlange erstarren. Ich war viermal Landtagsdirektkandidat 1999, 2004, 2009, 2014 und nie war der Wiedereinzug in den sächsischen Landtag sicher. Und immer war der Wahlkampf hart, hart, hart. Wir haben aber etwa 18 Monate bis zur Landtagswahl und können in dieser Zeit gemeinsam viel schaffen und im Herbst 2019 mit starken Frauen und starken Männern wieder in den sächsischen Landtag einziehen. Neben der Arbeit unserer Abgeordneten in Bund, Land und Kommunalbereich, den Mitgliedern in den verschiedenen Parteigremien, sind die Mitglieder ohne Amt und Mandat, also die Basismitglieder, sehr wichtig. Diese Basismitglieder haben vielfältige Kontakte, zum Beispiel zu Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und können authentisch überall dafür werben, bei den Wahlen grüne Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen. Es kommt auf uns alle in der Partei an. Jedes Parteimitglied von den 1620 muss dafür kämpfen, dass wir im nächsten Jahr sehr gute Wahlergebnisse erhalten. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Wahlen im nächsten Jahr optimal vorzubereiten, aktive Wahlkämpfe durchzuführen und mit einem guten Kommunal- und Europaergebnis im Rücken im Herbst den Wiedereinzug in den Landtag hinzubekommen. Für dieses Ziel will ich weiter im Parteirat mitarbeiten und bitte um euer Vertrauen. Grün bricht auf, heute geht es los. Vielen Dank, Jens. Es sind keine Fragen eingeworfen worden. Du hast jetzt noch mal Zeit, wenn du willst, die nicht eingeworfenen Fragen zu beantworten. Okay, möchte er nicht wahrnehmen. Dann mache ich jetzt hier noch mal eine kurze Korrektur. Monika hat uns gerade noch mal mitgeteilt, dass sie erst im zweiten Wahlgang, als wenn der zweite Block an Plätzen für den Landesparteirat gewählt wird, noch mal antritt. Also jetzt auf den offenen Plätzen in diesem ersten Wahlgang bleibt es bei den Bewerbungen der Männer, die ich vorhin vorgelesen habe. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Bewerbungsrede. Ich bitte, das ist Gerhard Liebscher. Du hast das Wort. Vier Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Gerhard Liebscher, Kreisverband Vogtland. Und auch ich möchte mich für den Parteirat bewerben, wieder bewerben. Ich war das schon mal. Und ich möchte mich wieder für grüne Politik aktiv einsetzen. Gerade mit dem Blick auf die nächsten Wahlen, was wir heute schon öfters und auch gestern gehört haben, halte ich es für sehr wichtig, dass wir all unsere Ziele, all unsere Programme bei der Bevölkerung in Sachsen anbringen und bekannt machen. Nicht nur die drei wesentlichen Hauptpunkte, sondern wir müssen uns, das ist meine ganz feste Meinung, regierungsfähig zeigen. Denn ich denke, dass die Konstellation bei der nächsten Wahl sehr wohl so sein könnte, dass diese Frage auf uns zukommt. Und wir sollten dieses Mal, nicht wie beim letzten Mal, schon vorher darauf vorbereitet sein, besser vorbereitet sein und das auch klar zum Ausdruck bringen. Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person, da mich von früher nicht mehr alle kennen. Ich bin 62 Jahre alt, stamme aus Heidelberg und bin 2005 nach Sachsen eingewandert. Ich bin Mitglied der Grünen seit 2008, war 2010 bis, glaube ich, 2014 Mitglied im Parteirat und war 2009 und 2014 jeweils Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Plauen. Beruflich habe ich vielleicht einen etwas anderen Lebenslauf als die, die wir bisher gehört haben. Ich war bis Ende 2016 Geschäftsführer der Vosla GmbH in Plauen. Das ist eine Firma mit ungefähr 330 Mitarbeitern, die hauptsächlich Autolampen herstellt. Davor, von 2005 bis 2012, war ich in dem gleichen Werk Werkleiter von Philips. Philips wollte das Werk dann schließen und wir haben die Vosla GmbH gegründet und sie gibt es noch heute. Davor war ich hauptsächlich in der Halbleiterei unterwegs, einmal bei IBM und bei Philips in dem Halbleiterwerk in Böblingen und von dort aus war ich auch über fünf Jahre in den USA abgestellt und habe dort gearbeitet für die beiden Firmen. Wir sind eine Partei, die sich über ihr Parteiprogramm definiert und gerade das halte ich für besonders wichtig, wenn man sich so umschaut, scheinen wir die Letzten zu sein, die ein Programm haben und dafür auch gerade stehen und das nicht jede zwei Stunden umschweißen. Und deswegen möchte ich mich auch auf die Verbreitung dieser Werte und Ziele konzentrieren. Wir müssen deutlich machen und das kommt einem in Sachsen auch immer entgegen, dass grüne Politik nicht dazu führt, dass die Leute ihren erschaffenen Wohlstand verlieren. Man wird oft darauf angesprochen, dass ihr habt tolle Ziele, aber was heißt es für mich persönlich? Und wir müssen wirklich klar machen, oder umgekehrt, ein schönes Beispiel ist dabei die Windkraft und Braunkohle. Dort haben wir in Sachsen eher den Ruf, dass wir Landschaft und Arbeitsplätze vernichten. Und genau das ist es nicht. Grüne Ziele und Werte im Wirtschaften schaffen Zukunft und dieses müssen wir der Bevölkerung vermitteln. Ein anderes Thema, das mich sehr anspricht, ist der ländliche Raum. Ich fand es faszinierend, wie der Landrat gestern davon gesprochen hat, wie dieser Raum hier mittels Infrastruktur mit Verkehrsverbesserungen plötzlich aufgewertet wurde und wächst und gedeiht. Ich wohne im oberen Vogtland, in einem Ort, der hat den schönen Namen Lottchengrün. Stolze 161 Einwohner und keine Infrastruktur. Weit und breit nichts in Sicht. Und wenn man dort kein Auto hat, ist man hoffnungslos verloren. Oh, okay. Und richtig schlimm wird es, wenn man kein Auto mehr fahren kann. Also, wo war mein Schlusssatz? Ach ja, ich möchte mich bei der Christiane Seewald noch einmal bedanken, dass sie als Einzige in den letzten zwei Tagen das Wort Wirtschaft in den Mund genommen hat. Und das möchte ich auch. Ich möchte mich für die Wirtschaftspolitik einsetzen und ich möchte, dass die Grünen bitte zum Schluss kommen. dass die Grünen als kompetente Partner in der Wirtschaft angesehen werden. Vielen Dank. Endgültig ab. Hier sind keine Fragen eingeworfen worden. Möchtest du die Gelegenheit noch einmal nutzen, auf die nicht eingeworfenen Fragen zu antworten? Ach ja, der ländliche Raum. Du hast zwei Minuten. Also es lebt sich schon sehr schön in so einem kleinen Dorf, wenn man einen fahrbaren Untersatz hat. Und ich fände es richtig toll, wenn das Land Sachsen, statt es in Straßen zu investieren, in Busverbindungen investiert, im ländlichen Raum. Bei uns fährt sehr wohl ein Bus, aber der fährt morgens um sieben, um die Schüler wegzubringen und bringt die um zwei wieder zurück. Das war es. Und ich muss ungefähr drei Kilometer laufen, um eine andere Busverbindung zu erreichen. Das schaffe ich vielleicht sogar, aber um heute hierher zu kommen, wäre ich einen Fastentag unterwegs. Und das kann innerhalb von Sachsen nicht sein. Das geht nicht. Jetzt habe ich auch mein Schlusswort wiedergefunden. Es muss uns gelingen, die Bevölkerung in Sachsen davon zu überzeugen, dass Grünes wirtschaften, und ich meine wirklich wirtschaften, von der Wirtschaft bis zur Industrie, von der Medizintechnik bis zur Pflege, der richtige Weg ist, um eine wohlhabende, tolle Zukunft für Sachsen zu schaffen. Und daran möchte ich als Parteirat mitarbeiten. Dankeschön. Vielen Dank. Als Nächster hat Thomas Lösauer das Wort. Du hast vier Minuten. Ja, liebe Leute, mein Name ist Thomas Lösauer. Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. Ich glaube, ich bin vielen unbekannt noch. Ich arbeite seit 15 Jahren im sächsischen Bildungssystem als Lehrer, zunächst in Bautzen, jetzt seit vielen Jahren in Radeberg. Ich bin Stadtrat in Dresden, Kreisverband Dresden, seit 2009, und da auch mit meiner geschätzten Kollegin Christiane Pius-Jene, die dort sitzt, jetzt als Fraktionsvorsitzender tätig. Wir sind in Dresden gemeinsam mit Linke und SPD in einer, ich sag mal, Art Regierungsfunktion und versuchen dort, grüne Politik sehr anschaulich und effektiv tatsächlich umzusetzen. Ich will nur sagen, wie ich eigentlich zu den Grünen gekommen bin. Ich bin eigentlich aus der Bürgerbewegung in Dresden, das Welterbe erhalten, zu den Grünen gekommen und habe mich dort sehr eingebracht, weil wir versucht haben, diesen Elbraum, diesen sehr schönen Elbraum, zu schützen und vor allen Dingen zu verhindern, dass das UNESCO-Welterbe in Dresden aberkannt wird. Leider ohne Erfolg. Diese drei Sachen, diese möchte ich gern einbringen, weil ich glaube, das sind Erfahrungen, die ich im Parteirat auch dann mitverwenden kann. Ich will mal sagen, wie ich das so bewerte als Lehrer, in den sächsischen Lehrerzimmern glaube ich, dass die Stimmung mies ist. Ich glaube, das ist ein Thema, was die Leute wirklich angeht. Es sind ja nicht nur die Lehrer, es sind die Schüler, die dann in die Schulen gehen. Es sind die Eltern, die die Kinder fragen, was, heute schon wieder nach dem dritten Schluss, was habt ihr dann gemacht? Fernsehen gucken, ach so, aha. Und es sind vor allen Dingen, aus meiner Sicht, der Umgang mit der Personalpolitik, die Sachsen hier, und da will ich es ganz klar sagen, wir müssen in den Fokus stellen, wer dafür verantwortlich ist, das ist CDU und jetzt auch SPD, die aus meiner Sicht hier ein Totalversagen in der Personalpolitik hingelegt haben. Und ich glaube, wir müssen als Grüne das ganz deutlich in diesem Wahlkampf nach vorne stellen. Wer ist verantwortlich für diese gescheiterte Bildungspolitik und sie ist gescheitert, gnadenlos. Ich habe letzte Woche jemanden aus meiner Schule mitgenommen, der Referendar ist oder gesagt, ich dachte immer, er ist Referendar, habe dann gefragt, was machst du eigentlich bei uns? Ich habe ihn immer so wahrgenommen und sagte, naja, ich bin hier Seiteneinsteiger. Ach so. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, gar nicht. Ja, wie geht denn das? Und die haben mir gesagt, ich mache jetzt 10 Stunden Chemie. Und dann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Hat er gesagt, ja, ja, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man, dass diese Bildungspolitik, Personalpolitik wirklich ganz doll verantwortungslos ist, weil mein Gefühl ist, von diesen Leuten, wir haben sehr viele Seiteneinsteiger, ohne Ausbildung, 30 Prozent von denen, die bleiben in der Schule, weil sie das hinkriegen, einfach so. Die anderen 60 Prozent sind ganz doll genervt und es ist ein schweres Erlebnis, sage ich mal, von der Klasse auch zu scheitern, als Lehrer, der das werden will, zu scheitern. Und wir vergeben dort im Prinzip eine ganz große Chance, indem wir diese Seiteneinsteiger eben nicht qualifiziert haben. Und das liegt daran, dass die CDU über Jahrzehnte dieses Thema ganz schlimm verpennt hat. Der Volkmar Zschocke hat gestern gesagt, wir sollen positive Bilder zeichen. Das glaube ich, das stimmt. Und ich finde, ich nehme das ja wahr, wie die Fraktion im Landtag, da in Dresden arbeitet, das macht sie auch sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen ganz deutlich herausstellen, dass wir, wenn wir diese positiven Bilder zeichen, auch sagen müssen, wir sind in der Opposition zu euch, die ja da sitzt, und es ist gerade SPD und es ist gerade CDU, und wir grenzen ab von euch, ganz deutlich. Ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen. Jetzt sage ich vielleicht dann die anderen Sachen noch im Nachhinein und warte jetzt einfach ab. Thomas, vielen Dank. Wir haben keine Fragen in unseren Boxen drin, deswegen hast du jetzt noch mal zwei Minuten. Das ist nett, ich versuche das auch einzuhalten. Ich will noch was sagen zur Frage Bundestagswahl, Verlust an Die Linke vor allen Dingen. Wir haben das in Leipzig, Dresden und Chemnitz recht schmerzhaft erlebt. Ich bedauere, dass die Bundespartei aus meiner Sicht, so wie ich das warne bis jetzt, das auch nicht aufgearbeitet hat. Wir müssen das aufarbeiten, denn wir brauchen in den Kommunen ein starkes Ergebnis. Wir haben es in Leipzig und Dresden, wir müssen es unbedingt halten. Und da sage ich mal, da müssen wir auch diskutieren, wie gehen wir denn mit der Linke um. Und ich glaube, das kann nicht sein, dass wir sozusagen die Linke nicht kritisieren, weil wir auch um linksgrüne Wähler kämpfen, sondern wir müssen auch sehr deutlich machen, wo dann die Unterschiede sind zwischen links und grün. Und ich sage mal, in Dresden konkret versuchen wir gerade einzuführen die Direktwahl der Ortsbeiräte. Und die Linke macht da zum Teil nicht mit, weil sie eben dieses Mehr an Demokratie sich nicht leisten will. Und wir müssen das sagen, dass die Grünen die sind, die das machen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn wir über die Frage reden, wie kriegen wir auch diese Milieus zurück. Ich würde mir auch von der Bundespartei wünschen, dass sie mal analysiert, wie die das in Holland gemacht haben mit grün-links in den Städten. Denn dort haben sie einen großen Erfolg eingefahren. Wir müssen das wissen, auch im Parteirat, um zu schauen, wie wir die Strategien dann dort aufstellen. Letzter Gedanke, es ist zweimal schon genannt worden, ich glaube, wir müssen unbedingt tatsächlich formulieren, dass wir Gestaltungsanspruch haben, dann wählen uns die Leute. Es nützt nichts nur zu sagen, wir sind gut, sondern wir müssen ganz klar sagen, wir wollen hier mitregieren und wir müssen es der CDU verdammt nochmal schwer machen, irgendwie auch nur zu denken, dass sie mit der AfD das nächste Mal hier die Regierung bildet. Dann müssen wir aber klar sagen, wir sind die Grünen, wir sind bürgerlich, wir sind liberal, wir sind auch links und wir wollen hier mit euch gemeinsam dieses Sachsen auch neu verändern und das hat es verdammt, verdammt notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Wir kommen zur nächsten Vorstellung. Es stellt sich jetzt vor, Hannes Merz. Du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, Bündnis 90 in Grün, die Grünen in Sachsen ist eine Bürgerinnenrechtspartei. Ich glaube, das müssen wir offensiver vertreten. Wir sind die einzige Partei in Sachsen, die diesen Anspruch an sich selbst hat und die diesen Anspruch auch versucht umzusetzen. In unserer täglichen Arbeit, in allen Räten, angefangen vom Bundestag, über den Landtag, bis in die kommunale Ebene. Wir sind Bürgerrechtspartei. Wir wollen eine starke Bürgerinnenschaft in diesem Land. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden können, was in diesem Land passiert. Sei es im Landtag, sei es in den kommunalen Räten, sei es auch, wenn es darum geht, ob die Straße vor dem Haus geteert wird, geflastert wird oder wie sie auch immer aussieht. Wir haben diese Konzepte. Wir wissen, wie wir ansetzen können, wo wir ansetzen können. Und wir müssen das immer wieder sagen. Wir sind die einzige Partei in Sachsen, die Bürgerinnenrechtspartei ist. Die anderen haben diesen Anspruch schon länger aufgegeben. Die FDP bewegt sich ganz klar Richtung AfD. Die CDU war nie eine Bürgerinnenrechtspartei in Sachsen und sie wird es verdammt noch mal nie mehr werden. Die SPD ist es auch nicht, obwohl ich natürlich anerkenne, dass es in der SPD auch viele Leute gibt, die sich für Bürgerinnenrechte einsetzen. Aber in ihrer aktuellen Konstitution als Anhängsel der CDU ist sie es nicht. Und sie wird es wahrscheinlich schwerlich wieder werden. Deshalb müssen wir diesen Punkt sehr stark betonen. Und Bürgerinnenrechtspartei heißt auch, dass wir uns einsetzen, dass wir mit Menschen reden, dass wir Menschen zuhören, dass wir auch mal, ich sage es mal so etwas salopp, in Diskussionen ordentlich Zunder kriegen, dass wir Widerspruch kriegen, dass uns die Leute hart angehen, dass uns die Leute auch mal Vorwürfe machen. Aber das müssen wir aushalten und das halten wir aus. Ich weiß das, ich weiß, ihr haltet das alle täglich aus in Diskussionen, sei es in eurem privaten Umfeld, sei es bei Ständen und sei es in den Räten. Das macht uns stark, dass wir das aushalten können, weil wir für uns wissen, dass wir Bürgerinnenrechte vertreten und dass wir wissen, dass auch dieses Aushalten dazugehört. Das heißt, diskutieren, reden, zuhören, aber auch sagen, Leute, okay, ich habe euch zugehört, aber bis hier und nicht weiter, was ihr da erzählt, ist Mist. Und das müssen wir den Leuten auch ganz klar sagen, wenn sie anfangen zu hetzen, wenn sie anfangen, Lügen zu erzählen, egal, ob sie Uwe Tellkamp heißen oder der Nachbar von nebenan ist. Das ist für uns die Klarheit, die wir an die Leute richten. Und wir müssen den Blick wieder etwas weiten, nicht nur aus Sachsen sehen, sondern auch und wir müssen den Blick weit, nicht nur über den sächsischen Tellerrand, nicht nur über den deutschen Tellerrand, wir müssen auch sehen, was passiert in unseren Nachbarländern, was passiert in Polen, was passiert in Tschechien. Wir haben viele Probleme, die wir nur in Verbindung mit unseren Nachbarländern lösen können, sei es Verkehrsprojekte, sei es Umwelt, aber sei es auch Projekte für eine gemeinsame Europäische Union. Und dafür möchte ich mich auch einsetzen, dass wir diesen Blick wieder weiter richten. Dankeschön. Vielen Dank. Auch du hast die Gelegenheit, auf nicht eingeworfenen Fragen zu antworten, wenn du möchtest. Möchtest du nicht? Gut, dann kommen wir hier zur nächsten Bewerbung, das ist die von Thoralf Möhlis. Thoralf, bitte Thoralf, vier Minuten. Okay, Zeit läuft. Ihr Lieben, ich bin Thoralf Möhlis, bin seit 1989 bei euch und ich bin immer noch da. Das bedeutet, mir gefällt es bei euch. Danke. 1989 war ja so Aufbruchszeit, viele, die jetzt hier mit versammelt sind, waren damals noch in anderen Gruppen, in anderen Bewegungen. Wir haben uns zusammengefunden in Sachsen so, ich über grüne Partei der DDR, weil seit 80 habe ich im Osten lebend als Student immer die Westgrünen beobachten können durch Connections, weil ich mal Programme gekriegt habe. Ich fand die schon immer cool und richtig, was die Ziele, was die Vision waren und bin deswegen heute noch hier. aber es sind nicht immer Themen, die ich teile, nicht immer Sachen, die wir unter uns reden, die ich teile. Ich will aber Rabbin Dranath Tagore zitieren, der mal gesagt hat, ich mag nicht alles teilen, was du sagst, aber ich werde mein Leben geben, dass du es sorgen kannst. Und das ist für mich sehr wichtig und auch Leitlinie. Mir gefällt auch vieles, was ich von pöbelnden Leuten auf der Straße um die Ohren gehauen kriege, aber ich versuche zuzuhören, mache auch mal einen Cut, ganz unerträglich wird, aber ich versuche, den Bürgern zuzuhören. Und das ist, was Hannes für uns auch sagte, total wichtig, nämlich diese Bürgernähe, auch Bürgerrechte zu achten und dafür einzutreten. Das sind auch wir Grünen. Wir haben viele wichtige Themen, beispielsweise Energiewende, Klimawandel, Atomausstieg, für mich persönlich ganz wichtig. Aber wir haben auch viele kleinere Themen, wie eben auch die Bürgerrechte, die eigentlich riesig groß sind von der Problematik her. Und wir hatten gerade in den letzten Wochen in meinem Heimatkreisverband in der Kleinstadt in Sachsen ein Beispiel, wo Bürger im Rahmen von Bürgerbeteiligung und Bürgerrechte an dem Planfeststellungsverfahren teilnehmen und eine Sammeleinwendung machen und dann eine Strafanzeige von der Stadtverwaltung kriegen wegen Urkundenfälschung und die unterzeichneten Bürger zur Polizei vorgeladen werden von der Zeugenaussage und bestätigen müssen, ihr merkt, meine Stimme vibriert, das regt mich immer noch auf, die müssen bestätigen, dass sie das unterschrieben haben und dass sie Kenntnis von der Sachlage haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann wundern sich Leute in der Politik, dass Politikverdrossenheit und Misstrauen in Regierungen und Parteien bestehen und Verwaltung unglaublich. Und da kommen wir ins Spiel, da haben wir nämlich durch unsere Katja Mayer im Sächsischen Landtag Megapower bekommen, durch unsere Mitarbeiter im Regionalbüro, wo ich auf unsere Strukturen auch zu sprechen komme, wo wir Möglichkeiten hatten, sofort zu reagieren. Dank Katja ist das in die Öffentlichkeit gekommen, hat einen Weg in die Presse gefunden und ist sachsenweit auch beachtet worden. Und das ist total wichtig, dass man auch mal sieht, dass die Bürger auch sehen, die nämlich zu uns kamen und sagten, ich unterschreibe so etwas nie wieder, wenn ich dann zur Polizei muss. Und durch unsere Arbeit haben wir den gezeigt, guckt mal, so geht es nicht und ihr habt Unterstützung. Und das möchte ich auch, dass wir das weiterführen. Ich werde mich im Parteirat selbstverständlich auch dafür einsetzen, dass wir nächstes Jahr sowohl in den Kommunalparlamenten punkten und weiter unsere Interessen vertreten können, als auch im Sächsischen Landtag einziehen. Ganz klar, aber dafür müssen wir einiges tun. Ich verspreche euch, ich möchte den neuen Landesvorstand im Parteirat unterstützen, begleiten. Für mich zählt immer, weil es immer um Menschen geht und so gehen wir auch miteinander um. Und dafür stehe ich, ich bringe meine Erfahrung aus den letzten 28 Jahren ein, so gut ich kann, so sehr, wie es auch gewollt ist. und bin eher ein Mann der leisten Töne, während ich rumpol, wenn ich meinen Müll nie kriege. Aber ich sage, was zu sagen ist. Ich bitte euch, lasst mich weiter im Parteirat arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Thoralf. Hier sind auch keine Fragen eingeworfen worden. Dann kommen wir jetzt mit der letzten Bewerbung zum Ende des Vorstellungsverfahrens und treten in den Wahlgang ein. Bitte nehmt eure Geräte zur Hand. Es werden vier Plätze vergeben. Ihr habt also vier Stimmen. Mit der 1 könnt ihr, so wie auch in den letzten Wahlgängen, euch enthalten, mit der Nummer 2. Könnt ihr mit Nein stimmen. Und dann folgt in der Reihenfolge, das müsste auch angezeigt werden, ich sehe es von hier aus nicht, mit der 3 Jens Bitzka, mit der 4 Gerhard Liebscher, mit der 5 Thomas Löser, mit der 6 Hannes Merz und mit der 7 Thoralf Möhles. Vielleicht nochmal zum Ablauf. Ihr könnt bis zu vier Stimmen vergeben, bestätigt dann sozusagen immer die einzelne Stimmenabgabe mit der Enter-Taste. Jetzt eine kurze Frage. Gibt es noch Fragen dazu? Dann eröffne ich jetzt den Wahlgang. und dann ein paar Mal. Ich bin bitte jetzt den Wahlgang. Wie sieht es aus? Habt ihr alle schon eure Stimmen abgegeben? Gibt es irgendwo Probleme? Das kann ich nicht sehen. Wie sieht es aus? Hat jemand seine Stimmen noch nicht abgegeben oder ist noch dabei? Das sieht gut aus. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. Liebe Freundinnen und Freunde, während der Drucker das Ergebnis ausdruckt, ein Hinweis, es ist ein altes Gesetz der Serie auf Landesparteitagen, dass mit zunehmender Dauer die Technik aussetzt. Jetzt hat uns die nicht mehr funktionierende oder nur noch teilweise funktionierende sächsische Ampel vollkommen verlassen hier vorne. Das heißt, wir müssen jetzt auf manuelle Ampelschaltung durch René umstellen. Also ihr kriegt jetzt kein... Wer macht das schon seit drei Stunden und es funktioniert? Soviel zum Thema analoge Alternative. Die sollte man immer bereithalten. Also bitte achtet nicht mehr darauf, ob das Ding gelb angeht oder ausgeht, sondern einzig und allein, ob sich in eurem linken Seefeld René erhebt und ein Schild hochhält, dann sind noch 30 Sekunden Zeit. Das vielleicht für das weitere Verfahren. Vielen Dank. So, dann liegt uns jetzt hier das Wahlergebnis vor. Es sind 106 Stimmen abgegeben worden. Das Quorum liegt daher bei 54 Stimmen. Mit Entscheidung und Nein stimmte keiner. Auf Jens Bitzka verfielen, entfielen, danke Valentin, 79 Stimmen. Auf Gerhard Liebscher entfielen 69 Stimmen. Auf Thomas Löser entfielen 55 Stimmen. Hannes Merz hat 66 Stimmen erhalten und Thoralf Möhlis 84 Stimmen. Damit sind gewählt in den Landesparteirat in diesem Wahlgang Jens Bitzka, Gerhard Liebscher, Hannes Merz und Thoralf Möhlis. Thomas Löser ist nicht gewählt worden. Dann jetzt noch die Frage an die Gewählten. Nehmt ihr die Wahl an? Ich sehe zwei Daumen. Noch ein Jahr. Noch ein Jahr. Und auch da hinten ein Jahr. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir nun in den nächsten Wahlvorgang. Ich muss blättern. So, jetzt haben wir die Plätze aus der sogenannten Vorschlagsliste gewählt. Und es kommen jetzt die weiteren, insgesamt sechs Plätze für die, Kein Vorschlag erforderlich ist, der offene Teil der Liste. Und wir beginnen mit den weiblichen Kandidaturen. Und da liegen uns jetzt vor die Bewerbungen von Gesine Mertens, Charlotte Blücher und Monika Lazar jetzt für diesen Wahlgang. Gibt es weitere Bewerbungen? Gibt es weitere Bewerbungen? Ne, kann es ja gar nicht geben. Achso, doch, die kann es geben. Da gibt es keine Frist. Okay. Letzte Chance. Vorbei. Damit können wir zu der Vorstellung der Kandidatinnen kommen. Als erste hat Gesine das Wort. Wie alle anderen vier Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe im letzten Jahr im Parteirat mitgearbeitet und stehe sehr, sehr gern wieder zur Verfügung. Als strategisches Gremium und Kontrollgremium hat dieser Parteirat natürlich eine Perspektive nach innen. Und die ist es mir sehr wichtig. Ich denke, wir haben hier eine ganz neue Landesgeschäftsstelle. Und ich werde den Aufbau aufmerksam, konstruktiv, aber auch kritisch begleiten. Wichtig für mich ist es da, dass wir personelle und finanzielle Ressourcen für die Unterstützung der grünen Jugend zur Verfügung stellen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Sowohl für die Arbeit der grünen Jugend als auch für die Arbeit in den grünen Hochschulgruppen. Danke. Natürlich kennt ihr mich auch als eine Vertreterin der Gleichstellungsperspektiven. Ihr wisst, wir werden mehrheitlich von Frauen gewählt. Und wir haben bei den letzten Wahlen, gerade bei den Frauen zwischen 30 und 40, viel verloren. Es gilt, unser Profil in Gleichstellungsfragen zu schärfen. Aber vor allen Dingen gilt es, in den Fachthemen die Geschlechterperspektive neu aufzubauen. Denn Geschlechterarbeit und Gleichstellungsarbeit ist Zielgruppenarbeit. Und als dritte Perspektive bringe ich die der Stadträtin ein. Ich möchte im Parteirat dafür arbeiten, dass wir die Kommunalpolitik in den Gemeinden, in den Ortschaften und in den Städten stärken. Vor der Landtagswahl hat ja die Gesetzgeberin die Kommunalwahl gesetzt. Und in den Kommunen, da wird die konkrete Politik, unsere grüne Politik konkret erlebbar. Da kommen wir mit den Menschen zusammen und da erreichen wir Zustimmung und Mitarbeit. Wir brauchen ein großes, ein starkes kommunalpolitisches Ergebnis. Das wird unser Tor in eine gute Landtagswahl sein. Und ich möchte, dass wir als Parteirat, als LAFO, daran arbeiten, dass wir diese Kommunalwahlen wirklich mit ganzer Kraft vorantreiben und uns, ich sage nicht darauf konzentrieren, aber dass wir da wirklich ein großes Gewicht reinlegen. Das sind meine drei Ziele für die nächsten zwei Jahre. Und darum bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Die Möglichkeit auf nicht gestellte Fragen, darauf verzichtest du. Dann haben wir die nächste Kandidatur, das wäre Charlotte Blücher. Die ist doch da, oder? Da ist sie. Hört ihr mich gut? Ja. Liebe Freundinnen, zuerst einmal, ich bin Charlotte Blücher, ich bin 20 und studiere Politik und Erziehungswissenschaften. Ich möchte, dass innerhalb der Partei das Thema Inklusion stärker diskutiert wird. Sachsens Förderschulsystem ist unter aller Sau. Menschen mit Behinderung werden unter dem Bundesdurchschnitt inklusiv beschult. Das heißt, es ist hier in Sachsen viel schwieriger, für behinderte SchülerInnen auf eine sogenannte Regelschule zu gehen. Diese SchülerInnen sind nicht behindert, sie werden behindert. So sinken die Chancen auf einen guten Schulabschluss und später die Qualifikationen für den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Aber, und das ist vielleicht viel wichtiger, auch die Chance auf Unabhängigkeit und ein selbstbestimmtes Leben. Aber auch wir hier in der Partei müssen uns fragen, ob wir inklusiv sind und alle Menschen teilhaben können. Leider haben wir im letzten Landesvorstand das Thema Inklusion nicht vollständig bearbeiten können. So haben wir als Grüne Sachsen immer noch keine Webseite in leichter Sprache. Lasst uns das als ein wichtiges Anliegen mitnehmen, denn Demokratie heißt, dass auch alle mitmachen können. Noch eine Sache, für die ich wirklich brenne, ist Diskriminierung abbauen, und zwar auf allen Ebenen. Das bedeutet nicht nur, die Ehe für alle zu verteidigen oder für gleiche Bezahlungen für Männer und Frauen auf die Straße zu gehen, sondern auch, sich gegen die subtile, alltägliche Diskriminierung einzusetzen. Denn wenn wir um alternative Formulierungen bitten, wenn wir fordern, dass gendergerechte Sprache benutzt wird, dann machen wir das nicht auf Spaß oder weil wir Menschen etwas verbieten möchten. Nein, es geht darum, Menschen mit einzubeziehen, die, die durch unsere Sprache ausgeschlossen und diskriminiert werden. Diese sprachliche Diskriminierung erleben Betroffene jeden Tag. Jeden Tag wird durch Sprache ausgedrückt. Du gehörst nicht dazu. Und eigentlich finden wir es auch gut, dass du nicht dabei bist. Und oft sind genau die Menschen, die von Gendergaga oder Sprachpolizei sprechen, die, die von der Diskriminierung nicht betroffen sind, die, die sich in ihren Privilegien, die sie durch ihre Hautfarbe, ihr Geschlecht oder ihre Sexualität bekommen, nicht bewusst sind. Sprache ist Macht. Und sie hat auch die Macht, auszuschließen oder einzubeziehen. Deswegen müssen wir Menschen, die uns als Sprachpolizei bezeichnen, oder uns mit dem System der DDR vergleichen, entschieden entgegentreten und sagen, nein, wir machen das nicht, wir machen das, weil wir niemanden ausschließen möchten. Wir solidarisieren uns mit denen, die ausgeschlossen werden, mit denen, die teilnehmen möchten. Und teilzunehmen ist ihr absolutes Recht. Um Partizipation und Mitbestimmung auf allen Ebenen zusammen mit der Partei anzugehen, bitte ich um eure Stimme für den Landesparteirat. Vielen Dank. Charlotte, es gibt wieder keine Fragen. Du hast die Möglichkeit, die nicht zu beantworten. Die zu beantworten, die auch nicht zu beantworten. Du nutzt die Gelegenheit, sie nicht zu beantworten. Und wir haben dann noch die Kandidatur von Monika Lazar. Die hat sich bereits vorgestellt, deswegen ist jetzt hier kein Redebeitrag mehr nötig oder auch möglich. Und wir können in der Tat in das Wahlverfahren einsteigen. Ich gucke mal, ob ihr was oben seht. Jetzt seht ihr was. Die freien Bewerbungen für die Frauenplätze. Ihr habt drei Stimmen, also entweder eins Enthaltung, zwei Nein. Oder, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr eure Stimmen verteilen auf drei Charlotte Blücher, vier Monika Lazar und fünf Gesine Mertens. Haben das alle verstanden? Gibt es dazu noch Fragen? Ich warte noch, bis Karl-Heinz sein Gerät erjoggt hat. So. Jetzt sind alle startklar und der Wahlgang ist eröffnet. Und jetzt schon mal die obligatorische Frage. Gibt es irgendwo Schwierigkeiten bei der Stimmabgabe? Kann ich nicht erkennen. Haben alle abgestimmt. Wer hat noch nicht abgestimmt? Es haben alle abgestimmt, damit ist der Wahlgang geschlossen. Und jetzt sind alle abgestimmt, damit ist der Wahlgang der Stimmabgabe. Hört, hört, hört. Annunzio Hobbes. Gaudium Magnum. Es haben 101 Delegierte abgestimmt. Damit liegt das Quorum bei 51 Stimmen. Enthalten haben sich zwei, mit Nein gestimmt haben drei. Charlotte Blücher erhielt 70 Stimmen. Monika Lazar erhielt 70 Stimmen. Und Gesine Mertens 75 Stimmen. Damit sind alle drei Kandidatinnen gewählt. Und ich frage, ob Sie die Wahl annehmen. Charlotte, Monika, Gesine haben alle die Wahl angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank Achim. Dann setze ich jetzt fort für den Wahlvorgang der offenen Plätze unter den ungebundenen im zweiten Wahlvorgang. Hier sind jetzt noch die letzten drei Plätze des Parteirates zu besetzen. Es handelt sich um offene Plätze. Das heißt, es können sowohl Frauen als auch Männer kandidieren. Und uns liegen schriftlich bisher die Bewerbungen von Stefan Kühn, Sebastian Walter und Volkmar Czocke vor. Ich frage, ob es weitere Bewerbungen gibt. Markus Scholz und Thomas Löser sehe ich. Gut. Dann frage ich jetzt nochmal eine ganz kurze Sekunde. Nein, es bewirbt sich niemand weiteres für diesen Wahlvorgang. Dann haben wir die Reihenfolge der Vorstellungen, die da lautet, als erstes erhält Stefan Kühn das Wort für vier Minuten. Dann entsprechende Fragerunde, anschließend Markus Scholz für vier Minuten. Und nochmal der Hinweis, das ist jetzt ein anderes Amt, als sich Markus heute Morgen drauf beworben hat. Deswegen hat er hier nochmal die Möglichkeit, sich vorzustellen, bloß um da eventuellen Fragen vorzubeugen. Anschließend auch da die Fragerunde, dann Sebastian Walter, Fragerunde. Und als letztes erhält dann Volkmar Czocke die Möglichkeit, sich vorzustellen. Thomas Löser hat sich innerhalb dieses Amtes schon mal beworben, weswegen hier keine separate Vorspillung mehr erfolgt. In diesem Sinne erhält jetzt Stefan Kühn für vier Minuten das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben nächstes Jahr nicht nur eine Landtagswahl, sondern wir haben Ende Mai auch eine Kommunalwahl und eine Europawahl. Auf Thomas Löser empfehlen 81 Stimmen, auf Markus Scholz 84 Stimmen und auf Volkmar Czocke 84 Stimmen. Da sind alle Bewerber gewählt. Lieber Thomas, nimmst du die Wahl an? Das war ein Ja. Markus, nimmst du die Wahl an? Das war auch ein Ja. Und Volkmar, nimmst du die Wahl an? Das war auch ein Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Glückwunsch. Wir haben den Parteirat vollständig besetzt. Dann kann ja nichts mehr schief gehen in dieser Partei. So, liebe Freunde und Freunde, wir bitten den gewählten Parteirat nach oben, hier auf die Bühne. Wir werden jetzt hier einen Präsidionswechsel dann nochmal vollziehen und anschließend in den Tagesordnungspunkt Verschiedenes mit einer Vielzahl von Anträgen eintreten. Da wir die ganzen Wahlen hinter uns haben, ist es mir ein persönliches Anliegen, denjenigen zu danken, die dieses elektronische System betreut haben in der letzten Reihe. Das lief super und reibungslos. Habe ich selten so gut erlebt. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat uns, glaube ich, den Tag heute sehr erleichtert. Ich hoffe, wir brauchen es dann nicht nochmal. In diesem Sinne gehen wir jetzt erstmal runter. Der Parteirat kommt hoch und irgendwann kommt dann die letzte Präsidionsschicht für heute auch nach oben. Vielleicht noch ein Hinweis, weil die Frage kommt, ob ihr die Geräte schon zurückgeben solltet. Ich würde davon ein bisschen abraten, weil sollte es wieder erwartend unter den Anträgen noch eine schriftliche Abstimmung geben, würden wir die auch mit den Geräten durchführen. Also bitte gebt die Geräte erst ab, wenn ihr endgültig geht, beziehungsweise wenn die Versammlung dann beendet ist. Das wird in der Noten nicht in Zügigkeit abgearbeitet werden. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Susan Meder vom KV. Eure Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt. Das sehe ich jetzt nicht. Dann gibt es Änderungsanträge. Und da hat Stefan. hat Stefan Kühn. bringt den einen. Ihr habt, was Fernverkehr angeht, einen Änderungsantrag, der versucht hat, den doch sehr schlank gehaltenen Ursprungsantrag etwas zu qualifizieren und politische Forderungen in Richtung Landesregierung zu adressieren, weil es glaube ich nicht hier der Punkt ist, dass die Kreisverbände und der Landesverband sich in dem Thema engagiert, das tun wir seit Jahren, sondern weil wir mit einem Antrag, wenn wir den hier beschließen, Druck auf die Landesregierung ausüben müssen, endlich zu handeln. Die Thüringer machen es uns nämlich vor, sie haben erstens die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung durchgekämpft und zweitens haben sie eben eigene Mittel in die Hand genommen, damit ab Fahrplanwechsel im Dezember wieder Fernverkehr auf der Mitte-Deutschland-Verbindung fährt. Allerdings nur bis Gera und nicht bis Chemnitz. Und hier ist die Landesregierung Sachsen gefragt, sich mit der Bahn und mit dem Freistaat Thüringen dahin zu verständigen, dass diese Züge eben nicht in Gera enden, sondern bis Chemnitz nach hinten verlängert werden. Und dann würde mit Fahrplanwechsel die Möglichkeit bestehen, dass Chemnitz endlich wieder an Fernverkehr angebunden ist. Es gibt keine andere Region von der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung, die vom Fernverkehr abgehangen ist, wie Chemnitz. 1,6 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu Fernverkehrsangeboten haben. Und das könnte man beheben, dieses Problem, wenn der Freistand endlich aus dem Knick kommen würde und sich mit der Bahn in Verbindung setzt. Wir haben eine kleine Studie im letzten Jahr gemacht, die deutlich macht, dazu braucht es gar nicht viel Geld, sondern vor allen Dingen politischen Willen. Und diesen politischen Willen, den gilt es jetzt sozusagen mit so einem Beschluss zum Ausdruck zu bringen, dass der Freistaat an der Stelle endlich handeln muss. Es reicht nicht, die Chemnitzer immer darauf zu vertrösten, die Strecke Chemnitz-Leipzig zu elektrifizieren und irgendwann mal in ferner Zukunft, und das wird nicht vor 2025 sein, ICE-Verbindung zu bekommen. Sondern jetzt besteht die Möglichkeit, Chemnitz an den Fernverkehr anzubinden. Diese Chance sollte nicht ungenutzt bleiben, darum bitte ich euch, diesen Änderungsantrag zu übernehmen, weil er eine klare Forderung an die Landesregierung stellt. Vielen Dank, Stefan. Wir haben jetzt noch mal eine Frage an die Landesgeschäftsstelle, beziehungsweise die Antragskommission. Es gibt noch einen Antrag von Jens Reichenmann, redaktioneller Veränderung, wurde der übernommen oder wird der noch eingebracht? Der wurde übernommen, okay. Gut, gibt es noch Redebedarf zum Änderungsantrag? Möchte noch jemand sprechen? Das sehe ich nicht. Doch. Lass mal machen. Ich kann diesen Antrag nur unterstützen. Das Wochenende, als Leipzig aufgrund von Eisregen zu war, gab es keine Möglichkeit, aus Chemnitz wegzukommen. Nur wieder zurückzufahren. Es war einfach zu. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Ferne zu fahren, ging von Chemnitz überhaupt nicht. Danke. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt in die Abstimmung zum Änderungsantrag kommen. Wer für den Änderungsantrag stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Dann ist der Antrag mit einer großen Anzahl von Pro-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Antrags und der Einbeziehung des Änderungsantrags. Ich bitte euch um das Kartenzeichen. Wer stimmt für den Antrag V01? Vielen Dank. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Dann machen wir gleich weiter mit dem Antrag V02. und Tobias Peter bringt ein. So, das geht ja rasant jetzt. Ich nehme es mal ab. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Franziska hat ja vorhin schon sehr eindrucksvoll darauf hingewiesen, wie schwer es Lehrern in Sachsen gemacht wird, sollte zu werden. Und tatsächlich, ihr alle kennt das Problem, Lehrermangel in Sachsen ist sicherlich das größte, entscheidende Problem an den sächsischen Schulen. Wir brauchen jedes Jahr so um die 2000 Lehrkräfte mit Händen und Würgen, hängen und Würgen, kriegt die Staatsregierung es hin, vielleicht so um die anderthalb Tausend jedes Jahr einzustellen und davon sind vielleicht ungefähr die Hälfte Seiteneinsteiger. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile kaum noch eine Schule in Sachsen, die nicht dieses Problem hat an so wenigen Lehrkräften. Das ist ein Ergebnis eines systematischen Versagens der letzten Jahre und ich habe mir mal angeschaut, in den letzten Jahren, wie viele der grünen Forderungen, die ja jetzt in dem Handlungsprogramm der Staatsregierung tatsächlich versucht werden umzusetzen, eigentlich grüne Forderungen waren in den letzten Jahren. Ich nenne mal drei Beispiele. Ein Beispiel, 2005 hat die grüne Landtagsfraktion ein Personalkonzept, Lehrerentwicklung an sächsischen Schulen gefordert. Wir können jetzt rechnen, es hat also offensichtlich 13 Jahre gedauert, bis das mal umgesetzt wurde, überhaupt etwas Ernsthaftes vorzulegen. Wir haben 2009-10 gefordert, dass die Lehramtskapazitäten aufgestockt werden. Wurde als absurd abgetan. 2012 ist es dann umgesetzt worden. Und wir fordern schon seit vielen Jahren in den Landtagsfragenprogrammen eine gleiche Vergütung für alle Lehrer. Jetzt wird es so langsam angegangen. Liebe Freundinnen und Freunde, die sächsischen Schulen können sich diese Politik des zu spät Handelns, des zu spät Seins nicht mehr leisten. Wir müssen im nächsten Jahr tatsächlich das versorgen, dass wir die richtige Politik endlich mal zur richtigen Zeit machen. Und dafür müssen wir im nächsten Landtagswahlkampf auch Bildungspolitik und Lehrkräftemangel in den Mittelpunkt stellen. Wir haben ein paar Forderungen hier aufgestellt in diesem Sieben-Punkte-Plan, auf den ich kurz eingehen will. Ihr alle habt es mitbekommen. Es soll die Möglichkeit der Verbeamtung geben in den sächsischen Schulen. Das würden wir nicht völlig ausschließen, weil es tatsächlich Fälle gibt. Franziska hat sie genannt, indem wir insbesondere Lehrer aus anderen Bundesländern auch gewinnen wollen. Aber das entscheidende Problem ist unsere Überzeugung nicht die Frage der Verbeamtung, sondern es ist tatsächlich die Höhe der Vergütung. Und dafür müssen wir sorgen, dass tatsächlich die Lehrkräfte in Sachsen auf einem konkurrenzfähigen Niveau entgeltet werden. Und das ist für uns eigentlich der entscheidende Punkt, den wir hier bei der Frage der fairen Bezahlung von Lehrkräften regeln wollen. Und es kann nicht sein, dass wir neue Ungerechtigkeiten schaffen, dass sozusagen beamtete Lehrkräfte jetzt schlechter gezahlt werden als diejenigen, die angestellt sind. Deswegen sind wir für einen Ausgleich der Nettolohnlüge. Aber völlig klar ist, allein am Geld kann es nicht hängen, sondern wir brauchen tatsächlich einen neuen Geist, eine neue Mentalität, auch in der Frage des Umgangs mit Lehrkräften. Deswegen haben wir eine ganze Fülle an Punkten, die ich jetzt nur anreisen kann, tatsächlich aufgeschrieben. Es geht tatsächlich darum, dass es Anreize gibt für Vollzeitbeschäftigte, trotzdem auch Familie und Beruf miteinander zu verbinden. Deswegen recht auf präsenzfreie Tage für Vollzeitbeschäftigte. Tobias? Ja? Ja, okay. Dass wir Lehrkräfte entlasten. Und es geht tatsächlich, und darauf will ich vielleicht nochmal am letzten Punkt angehen, es ist völlig absurd, dass wir hunderte Lehrkräfte an den Landesämtern für Schule und Bildung haben und gleichzeitig Lehrer einstellen für die Schulen, die keine Lehramtsqualifikationen haben. Deswegen ganz klar ein Umsteuern, die Lehrkräfte richtig verteilen, das Schulsystem insgesamt reformieren und deswegen bitte ich um die Zustimmung zu diesem Eintrag. Gut, vielen Dank. Gibt es Redebeiträge? Hier schauen wir, Tobias, ich habe noch eine technische Nachfrage. Ich habe hier zwei Fassungen, V02 und V02-001. Also es geht um die Globalalternative, das ist sozusagen die Neufassung. Die Neufassung. Und wie ziehen wir uns hier? Ich kann auch schon sagen, es gab einen Änderungsantrag, Julia Günther, den wir auch übernehmen würden. Es geht tatsächlich völlig richtig darum, dass wir nicht, wie es diskutiert wird derzeit, bei Sport, Musik und Kunst kürzen. Das sind Fächer, die ganz wichtig sind. Also insofern vielen Dank für diesen Änderungsantrag, Julia, den übernehmen wir natürlich sehr gern und wollen auf diesem Wege natürlich trotzdem auch da versuchen, dass wir auch sozusagen auch weitergehend ein Kerncurriculum entwickeln und tatsächlich mehr Flexibilität den Schulen geben. Also vielen Dank auch nochmal für den Änderungsantrag. Gut, wunderbar. Dann würde ich jetzt trotzdem Petra Zeiss, die reden möchte, um ihren Redebeitrag bitten. Es gibt bis zu drei geloste Redebeiträge, also wer noch dazu sprechen möchte, ist herzlich eingeladen. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank, lieber Tobias, für das Einbringen dieses guten Antrags der LRG Bildung. Wie ihr wisst, bin ich die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion und wir haben im Vorfeld des heutigen Landesparteitags natürlich auch miteinander kommuniziert, haben uns ausgetauscht über den jetzigen Stand. Tobias hat es angesprochen, der neue sächsische Kultusminister Piwarz hat zum Märzplenum das sogenannte Maßnahmepaket zur Lehrergewinnung für Sachsen eingebracht und es hat eine gute Debatte im Landtag dazu gegeben, auch eine sehr kritische und es ist ganz klar, wir haben dort die Position vertreten, dass es letztlich in der Verantwortung der CDU-Landesregierung liegt, die 28 Jahre hier an der Macht ist, 28 Jahre das Kultusministerium hatte und letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Bildung im Freistaat Sachsen an die Wand gefahren wurde. Das muss man ganz klar so sagen und dafür müssen Sie, und dafür müssen Sie, und das ist wichtig, auch für den Landtagswahlkampf, für den Kommunalwahlkampf in die Verantwortung genommen werden. Und ich glaube, ein bisschen geht denen auch der Arsch auf Grundeis, also das hat man in der Debatte im Landtag auch gemerkt. Man wolle nicht so weit zurückgucken, sondern mehr nach vorn, aber es ist natürlich auch wichtig, darauf zu schauen, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und das Positive ist auch an diesem Antrag, dass der Antrag genau dort ansetzt und sagt, was darf eigentlich nicht wieder passieren. Es darf nie wieder passieren in Sachsen, dass Lehre gering wertgeschätzt werden, dass sie unterschiedlich bezahlt werden, entsprechend der Art ihres Studiums. Es darf nie wieder passieren, dass wir nicht rechtzeitig für ausreichende Studienkapazitäten sorgen. Es darf nie wieder passieren, dass in die Lehramtsausbildung eben nicht die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen einfließen. Und hier rede ich über die Digitalisierung zum Beispiel. Hier rede ich über die zunehmende Heterogenität in den Schulen. Wir brauchen Lehre, die auf Inklusion eingestellt sind. Claudia als hochschulpolitische Sprecherin hat dazu ein Lehrerbildungsgesetz eingebracht, das genau auch diese neuen qualitativen Aspekte aufgreift. Und das ist wichtig, dass ihr auch für die Debatten im Land draußen das wisst. Ich möchte aber noch einen Punkt benennen, den Franziska, wo ich mich sehr freue, dass sie in den Landesparteirat gekommen ist, aus Zwickau genannt hat. Und zwar ist das das Thema Familienfreundlichkeit. Gerade die CDU, die sich das Thema Familie so ganz oben hinschreibt, hat in den letzten 25 Jahren alles dafür getan, dass es insbesondere jungen Lehrerinnen und Lehrerinnen und Lehrer, die sich zum Beispiel in der Familiengründungsphase bewegen, außerordentlich schwer gemacht wird, wirklich Familie und Beruf zu vereinen. Und das, sehr verehrte Freundinnen und Freunde, müssen wir ändern und das findet sich auch in dem Antrag. Ich bitte um eure Zustimmung. Vielen Dank, Petra. Gibt es noch weitere Redebeiträge? Das ist jetzt von hier aus nicht zu erkennen. Dann frage ich nochmal, Julian, du hattest einen Änderungsantrag, der liegt uns hier nicht vor, der wird übernommen. Möchtest du trotzdem noch was dazu sagen? Nein? Nein? Okay. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Antrags in der Fassung V02001. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. Okay, vielen Dank, die Gegenprobe. Keine Gegenstimmen, Enthaltungen? Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit und einer Gegenstimme angenommen. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zum nächsten V-Antrag, V03, gegen jeden Antisemitismus, nein zur BDS-Kampagne. Ich würde euch dazu kurz das Verfahren erläutern. Es wird den ursprünglichen Antrag geben, ich schiele mal auf Sophia, bringst du den ein oder wer macht das? Der Tizian, alles klar. Dazu liegt ein Alternativantrag von Horst Schiermeier vor. Der würde danach eingebracht werden. Dann gibt es eine Generaldebatte zu beidem. Wir schlagen da vier Redebeiträge vor und dann würden wir ein Meinungsbild einholen, um denjenigen mit den meisten Stimmen dann tatsächlich abzustimmen, weil noch Änderungsanträge vorliegen. Gibt es dazu Fragen? Dann würde ich jetzt Tizian bitten, V03 einzubringen. Tizian, du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen, Antisemitismus ist, wenn 2017 in Leipzig Nazis den Hitlerkuss zeigen, während der ehemalige Leiter der jüdischen Gemeinde ein Interview gibt. Aber leider ist es oft nicht so einfach. Antisemitismus ist weder rechts noch links. Antisemitismus ist eine weit verbreitete Ideologie in unserer Gesellschaft. Er ist real. Oft verstecken sich antisemitische Akkumentationsmuster, heute hinter vermeintlicher Israel-Kritik. So auch bei den BTS-Aktivistinnen. BTS steht für Boykott unter Westman-Sanktionen. Boykott des einzigen jüdischen Staates. Boykott von Menschen wie WissenschaftlerInnen, HändlerInnen und KünstlerInnen. Ein Aufheizen der Stimmung gegen JüdInnen hier bei uns. So bei einer Veranstaltung in Berlin. Dort wurde eine Holocaust-Überlebende von Aktivisten der BTS ausgebot. Leute, das kann doch nicht sein. Wir wollen uns klar von dieser absurden Art der Israel-Kritik distanzieren. Dasselben absurden Argumentation wie in der globalen Native von Horst. Mit Monika konnten wir uns wegen ihres Änderungsantrags einigen. Ich denke, wir haben mit ihr einen guten Kompromiss erzielt. Die Intention bleibt gleich. Der Inhalt hat sich kaum geändert. Aber der Antrag wurde sinnvoll ergänzt. Danke daher an Sophia für das Verhandeln und natürlich auch an Monika. Aber, lieber Horst, deine globale Alternative entstellt unser Ziel. Du magst in Israel den militärisch und wirtschaftlich stärksten Staat in der Region sehen. Liebe Freundinnen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass Israel in der Region isoliert, nicht nur isoliert, sondern auch durch regelmäßige Angriffe gefährdet ist. Stellt euch ein Leben mit täglicher Terrorgefahr vor. Für viele von euch hier unvorstellbar. Ich will hier aber nicht so viel über Israel sprechen. Nein, das soll kein außenpolitischer Antrag zum Nahen Osten werden. Wir wollen über die Menschen hier in Sachsen und den Rest der Bundesrepublik sprechen. Die Menschen, die von Antisemitismus betroffen und bedroht sind. Antisemitismus wie den der BDS. Dies fehlt schlicht in der globalen Native. Und ja, es mag sein, dass die BDS nicht wöchentlich eine Veranstaltung in Sachsen organisiert. Aber so weit sollten wir es gar nicht erst kommen lassen. Einen Boykott des einzigen jüdischen Staates können wir schon allein aufgrund unserer historischen Verantwortung nicht gutheißen. Daher stellen wir uns gegen die BDS und eine Zusammenarbeit. Lest euch bitte beide Anträge gut durch. Danke. Vielen Dank, Tizian. Wir möchten daran erinnern, dass sich Menschen in die Redeboxen einwerfen. Horst, du hast gleich das Wort. Ich würde noch gern die Gelegenheit nutzen, daran zu erinnern, dass nach und nach die Abstimmungsgeräte wieder am Empfang abgegeben werden müssten. Ihr wollt ja auch alle euren Pfand wiederhaben und heute nicht ohne Ausweis nach Hause fahren. Horst, auch du hast drei Minuten. Ja, als ich den Antrag gelesen habe, war ich etwas überrascht, weil ich aus der sächsischen Praxis von Aktionen der BDS-Kampagne noch nichts mitbekommen hatte. Ich habe dann irgendwo gehört oder gelesen, dass es an der Uni Leipzig mal einen Konflikt gegeben haben soll. Ja, ich sah den Antrag und dachte, zwei wichtige Themen, die eigentlich drinnen stecken. Antisemitismus, klar. Die Politik, die Situation Israel-Palästina, wie man damit umgeht, das andere wichtige Thema. Aber wie das beide verknüpft ist, hat mir große Bauchschmerzen bereitet. Ich habe mich da mal kundig gemacht, was anderswo in Deutschland so dazu beschlossen wird, habe mit dem einen oder anderen, der kundiger ist, im Thema halt diskutiert, festgestellt, das Thema ist eigentlich auf jeder zweiten oder dritten Bundesdelegiertenkonferenz wird es mitverhandelt im Rahmen von Israel-Palästina- oder Nahost-Anträgen, die dann halt, wo es immer ein großes Gefalsche gibt, ein Gefalsche, weil es die Position, wie sie hier von der Grünen Jugend vertreten wird, gibt es natürlich auch anderswo, Volker Beck zum Beispiel vertritt sie. Es gibt immer ein großes Hin und Her, um dann halt Beschlüsse durchzukriegen, die halt, meine ich, verträglich sind. Verträglich in dem Sinne, dass sie in diesem schwierigen Konflikt die Option offen halten, dass wir Grüne mit allen Seiten sprechen können, dass wir Grüne in der Lage sind, Einfluss zu nehmen, dass wir Grüne auch die Position, das, was ihr offiziell Ziel ist, eine Zwei-Staaten-Lösung in diesem Bereich weiter mit befördern können. Allerdings, was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, die vor knapp 25 Jahren in Oslo von Arafat und Rabin quasi auf den Weg gebracht wurde, mit starker Unterstützung von draußen, Rabin hat das da nicht lange überlebt. Was das betrifft, gibt es immer mehr Leute, sowohl in Israel als auch in Palästina, die das nicht mehr glauben, dass es das geben wird. A, der Zeitablauf, B, der Umstand, dass immer mehr Bereiche der Westbanks, hier eine Siedlung, da eine Siedlungserweiterung, da eine Legalisierung, da eine neue Straße, also dass eigentlich gar nichts übrig bleibt, um einen Staat Palästina noch zu gründen. Das führt dazu, zu einer Enttäuschung und einem Brust, bei den einen halt, die sagen halt, da halten wir uns nichts mehr an irgendeine Vereinbarung, da machen wir jetzt halt eine Politik massiv gegen halt den Staat Israel, versuchen den so unter Druck zu setzen, Kohle stoppen, Kohle will ich jetzt nicht stoppen, versuchen den so unter Druck zu setzen. Das führt auch zu solchen Kampagnen. Eine Kampagne, die weltweit unterstützt wird. Weltweit, weil die Assoziationen, die wir natürlich haben, bei so einer Kampagne, die es kauft nicht beim Juden. Diese Assoziationen gibt es in anderen Ländern so nicht. Da gibt es die Assoziationen, kauft keine Früchte der Apartheid und ähnliches. Ich bitte euch deshalb zum Antisemitismus, sollten wir einen extra Antrag formulieren, Antisemitismus in Sachsen, auch vielleicht Antislamismus. Ich bitte dich jetzt zum Ende zu kommen. Und wir sollten, entweder schließen wir heute gar nichts, oder wir sollten zum BDS einen Schluss fassen, der schlage ich euch meinen vor. Danke. Danke, Horst. Wir würden jetzt den ersten weiblichen Redebeitrag ziehen und danach einen männlichen und in der Zwischenzeit können sich noch jeweils ein weiblicher Redebeitrag und ein männlicher Redebeitrag beziehungsweise deren Redner hier vorne einwerfen. Es gibt vier weibliche. Oh, darf ich mal spielen. Dann darf ich die Losfee spielen. Petra Zeiss vom KV Chemnitz. Und den Männerbeitrag würden wir vielleicht auch gleich. Da gibt es zwei Eingeworfene. Und es darf sprechen Tobias Fritsch vom KV Dresden. Petra, du hast drei Minuten. Warte mal, ich muss erst mal hier noch einrichten. Wir können dir auch helfen, wenn du... Hallo? Ja, das sehe ich nicht. Hallo? Gut. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, zunächst möchte ich als Eingangsstatement mal sagen, dass ich mich total gefreut habe, als ich diesen Antrag der Grünen Jugend gelesen habe. Und ich habe die Grüne Jugend in diesem Punkt auch von Anfang an unterstützt. Wir haben heute viel über die Rolle der Grünen Jugend in unserem Landesverband gesprochen. Wir haben sie gelobt. Und an diesem Antrag wird für mich deutlich, dass die Grüne Jugend uns als Landesverband durchaus mal auch mit der Nase auf Probleme stoßen sollte und auch muss, die wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so sehr in unseren politischen Debatten sozusagen pflegen. Das Thema Antisemitismus, Ich habe immer gedacht, bei den Grünen gibt es dazu einen wirklichen Grundkonsens. Und es hat schon dann, wenn ich, als ich diese Globalalternative dann auch vom Horst gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob dieser Grundkonsens tatsächlich so stabil ist, wie wir das immer von uns behaupten. Horst hat in seinen Ausführungen, Horst hat in seinen Ausführungen unter anderem auch im Netz, was im Netz läuft, auf Facebook und so weiter gesagt, BDS sei nicht antisemitisch. In seinem Antrag, in der Begründung, zitiert er Daniel Bax, ein Autor der Taz, der ein Unterstützer ist. Was mich ein bisschen wundert ist, dass er im gleichen Atemzug nicht diejenigen nennt oder als Quelle angibt, die BDS verurteilen. Und die sagen, BDS ist klar antisemitisch. Und was, liebe Freundinnen und Freundinnen, wie soll man das denn nennen, wenn es im Kern der BDS-Kampagne tatsächlich um die Delegitimierung des Staates Israel geht, zu deren Zweck Boykott und Diffamierung als Mittel sozusagen eingesetzt werden. Das ist zutiefst antisemitisch. Und egal, ob man das bewusst oder unbewusst macht, man muss das klar so sagen. Und man muss auch sagen, es trifft alle in Israel. Es trifft eben nicht die Regierung Netanjahu. Es trifft die 20% Araber, die in Israel der einzigen Demokratie im Nahen Osten leben, genauso. Und das muss man sagen, das kann man einfach nicht hinnehmen, dass sozusagen dieses Mittel hier als ein positives Mittel der Möglichkeit der Veränderung in der Regierungspolitik benutzt wird. Das machen wir mit keinem anderen Staat auf der Welt. Und das, dieses zweierlei Maßstab sozusagen anlegen an Israel, auch das ist zutiefst antisemitisch. Und da ich bestimmt gleich die rote Karte kriege, möchte ich noch mal eins sagen. Wir Grünen sagen immer, dass wir uns auch die Perspektive der Betroffenen vor Augen führen wollen. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil mich das auch bewegt. Haben sich die Unterstützer der BDS-Kampagne einmal gefragt, wie dieser Boykott Israels auf die jetzt noch knapp 200.000 Überlebenden der Shoah, ihre Enkel und Kinder wirkt. Haben sich die Unterstützer, und auch du, Horst, einmal gefragt, was zum Beispiel das Simon-Wiesenthal, das Simon-Wiesenthal-Sender zu dieser BDS-Kampagne sagt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, das Thema Antisemitismus, auch als Thema für Sachsen, sollten wir diskutieren. Aber heute geht es darum, ob wir sozusagen BDS unterstützen oder ob wir das ablehnen. Und die grüne Jugend hat eine klare Position vorgelegt, wo ich euch bitte, das zu unterstützen. Danke. Danke, Petra. Ich möchte als allererstes hier einen Hinweis abgeben, dass ein Handy an der Rezeption abgegeben wurde, ein iPhone. Es ist nicht angeschaltet. Und ich würde den oder die Besitzerin bitten, sich hier beim Präsidium vorzumelden. Dankeschön. So, dann... Tobias, du hast das Wort. Drei Minuten, los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde, BDS, das Kürzel steht für Boykott, Divestment, Sanctions. Auf Deutsch, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Es handelt sich um drei politische Mittel, die allenfalls dort eingesetzt werden sollten, wo Menschen von ihrem Regime unterdrückt werden oder ihnen der Tod droht. Beispielsweise im Iran, wo Frauen zwei Jahre Haft erhalten, weil sie den Hijab in der Öffentlichkeit abnehmen. In Russland, wo homosexuelle und queere Menschen systematisch verfolgt werden. Oder in Libyen, wo afrikanische Flüchtende Folter, Zwangsarbeit und Vergewaltigungen ausgesetzt sind. Die Organisation BDS hat sich für ein anderes Ziel entschieden. Für Israel, den einzig demokratischen Staat im Nahen Osten. Die BDS-Kampagne möchte dabei jedoch gar nicht auf Ungerechtigkeiten in den palästinensischen Autonomiegebieten oder im Staat Israel aufmerksam machen. Sie möchte den Konflikt eskalieren lassen. Offen heißt es auf ihrer Webseite Inspiriert vom Kampf der SüdafrikanerInnen gegen die Apartheid ruft die palästinensische Zivilgesellschaft zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel auf, bis dieses internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt. Apartheid hat jedoch nichts mit der Situation der Palästinenser in und im Israel gemein. Israel ist eine Demokratie, in der 20% der Bevölkerung arabische Bürger sind, die über arabische Parteien auch in der Knesset politisch vertreten sind. Arabische Israelis genießen dieselben Rechte. Der Vergleich des BDS ist absurd. Das Zitat zeigt vielmehr, dass es dem BDS darum geht, sich mit dem palästinensischen Befreiungskampf gemein zu machen, der bekanntermaßen darauf abzielt, dem vermeintlichen Aggressor Israel den Garaus zu machen. Die Agenda des BDS setzt den multikulturellen Staat Israel mit den Jüdinnen und Juden gleich. Die Schuld an möglichen Menschenrechtsverletzungen liegt in den Augen von BDS nicht bei der Politik, sondern wird allem angeheftet, was jüdisch erscheint. Der Aufruf zum Boykott von israelischen Produkten ist der Slogan Kauft nicht bei Juden in neuem Gewand. Wichtig ist dem BDS Israel, wo es nur geht zu schaden. Der BDS zeichnet ein Bild, in dem jeder Palästinenser vom aggressiven jüdischen Staat unterdrückt wird und gegen diesen aufbegehren möchte. Dass die Fatah als auch die Hamas sich derzeit einer massiven Unzufriedenheit ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber sieht, verschweigt der BDS ganz bewusst. BDS agiert global, aggressiv und in allen Bereichen. In Politik, Kultur und Wissenschaft, im Sport und in der Kunst. Auf die Musikerinnen Lord wurde beispielsweise so viel Druck ausgeübt, dass sie ihre Konzerte in Israel absagen musste. Wie diese Aktion den Menschen in den palästinensischen Autonomiegebieten helfen soll, bleibt das Geheimnis des antisemitischen BDS. Was BDS will, ist Israel zu sagen. Tobias, deine Redezeit ist fast abgelaufen, wollten wir damit sagen. Was BDS will, ist Israel in Aktion mit solchen Organisationen zusammenzuarbeiten. Gebiet der gesündeten Menschen bestanden. Bitte euch daher zum Anfang der Jugend und eine informiert zu sprechen. Danke Tobias, an dem Mikro waren wir jetzt nicht schuld. Wir haben dir nichts abgedreht oder so. Möglicherweise ist einfach der Akku leer. Wir haben jetzt noch einen weiblichen Redebeitrag von Katharina Weyand von KV Chemnitz. Liebe Katharina, du hast drei Minuten. Horst wollte im Anschluss eine persönliche Erklärung abgeben. Ich würde dann nach Katharina dazu die Lage und unsere Geschäftsordnung den Delegierten erklären. Katharina, drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, ich rede ein, ja gut. Ja, ich habe mich sehr gefreut über diesen Antrag. Ich hatte von dieser Kampagne schon gehört, aus dem kirchlichen Umfeld und hatte noch gedacht, naja, hm, ja, wie wichtig ist das jetzt für uns hier, ja, aber dann habe ich auch in der Taz gelesen, eben dieser erwähnte Artikel, wie stark und intensiv diese Kampagne auf zum Beispiel da ging es um Künstler einwirkt und dann über die Zeit wurde es einfach deutlicher und deshalb finde ich wirklich der grünen Jugend auch sehr dankbar und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass wir uns hier in diesem Zusammenhang einmal damit beschäftigen und diesen Antrag beschließen können. Ein wichtiges Thema ist ja auch, also es ist wirklich der Antisemitismus ist ja ein großes Problem und ich bin in der Flüchtlings ja in dem Leben mit Flüchtlingen ich will nicht Hilfe sagen, sondern wir helfen uns ja letztlich gegenseitig auch sehr stark engagiert und es war uns sehr wichtig, dass wir schon vor einem Jahr mit der jüdischen Gemeinde in Chemnitz so eine Zusammenarbeit geschlossen haben und dass eben islamische oder überhaupt Menschen aus orientalischen und aus traditionell antisemitischen Ländern, die durchaus nicht nur aus dem Islam beeinflusst sind, sondern eben auch über diesen europäischen Antisemitismus Weise aus Zion, dass die sich begegnen, sich kennenlernen und wir waren auch zusammen in Buchenwald und insofern denke ich, das ist wirklich wichtig, dass wir an allen Stellen uns dagegen wenden und dazu denke ich, ist dieser Antrag eine sehr sehr gute Sache. Dankeschön Katharina, auch super in der Redezeit geblieben. Horst wollte jetzt ein persönliches Statement abgeben. Dazu sagt unsere Geschäftsordnung § 8 Absatz 7 folgendes Jede Delegierte oder jede Delegiertär hat das Recht persönliche Erklärungen abzugeben. Diese sind jedoch nur am Ende eines Tagesordnungspunktes zulässig, das heißt am Ende aller V-Anträge. Das heißt Horst, du könntest jetzt per se nicht eine oder keine persönliche Erklärung abgeben. Ich würde daher, weil wir für eine lebendige Debattenkultur hier einstehen, die Versammlung befragen, ob die Versammlung zulässt, dass du jetzt eine persönliche Erklärung abgeben darfst oder nicht. Ich möchte daher euch um das Kartenzeichen bitten, wer damit einverstanden ist, dass Horst jetzt eine persönliche Erklärung zum vorliegenden Antrag V-03 abgibt. Die Gegenstimmen bitte. Enthaltungen bei einigen Enthaltungen und wenigen Gegenstimmen war das dennoch deutlich die Mehrheit. Horst, du hast das Wort zwei Minuten, drei Minuten, Entschuldigung Horst, wir wollen ja natürlich nichts klauen. Liebe Delegierte, ich habe um ein persönliches, also darum gebeten, eine persönliche Stellungnahme abgeben zu können, weil Petras Beitrag hat mich doch ziemlich getroffen, weil halt sie gesagt hat, ich unterstütze diese Kampagne und sie hat mich in Zusammenhang gebracht, damit halt auch von ihrem Wortlaut mit Antisemitismus. Das halt möchte ich zurückweisen, den Antrag, den ich gestellt habe, ihr könnt ihn ja lesen, steht eindeutig, Boykott ist keine Lösung, nein zur BDS-Kampagne. Ich habe vorausgesetzt, dass ihr den Antrag, den ich ja noch mal extra verteilt habe, dass ihr den wahrgenommen habt, dass das klar ist, die Frage ist halt, ob man diese Kampagne, die wir nicht unterstützen und die wir kritisieren, ob man sie als antisemitisch halt ansieht, ob man das als etwas ansieht, dass Organisationen, die halt auch diese Kampagne unterstützen, dass wir mit denen nicht zusammenarbeiten können, was mit ganz vielen Organisationen weltweit und vor allen Dingen in Palästina der Fall wäre oder nicht, das ist die zentrale Frage, eigentlich der zentrale Unterschied, der hier besteht. Aber wie gesagt, die persönliche, das ist ein sachliches Argument, das persönliche Argument ist, ich spreche mich gegen diese Kampagne aus. Ja, danke. Danke, Horst. Ich würde jetzt gern das weitere Verfahren erläutern. Also, wir haben einen eingebrachten Antrag V03 von Tizian und wir haben einen Alternativantrag von Horst. Folgend gehen wir jetzt vor. Ich hole jetzt ein Meinungsbild ein über beide Anträge, weil zum Ursprungsantrag von Tizian noch ... Nein, es gab den weiblichen Redebeitrag von Katharina und es gab keine männlichen Redner mehr. Nein, es gab den weiblichen Redebeitrag und es gab keine männlichen Unruhen. Wir hatten nur drei Redebeiträge. Okay. Drei gelöste. Okay, wir kommen noch ein. Nein, 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 wir bitten kurz um Geduld, wir klären das kurz, keine Ursache für Unruhen. Drei gelöste. Es waren sozusagen zwei Männer und zwei Frauen. Ja, wir haben gesagt, es gibt vier Redebeiträge. Okay, wir haben das Missverständnis geklärt. Es liegt daran, dass ich mich versprochen habe, dass ich sage, es gäbe vier Beiträge. Es gibt insgesamt vier. Tizian hat ihn eingebracht, danach Petra, danach Tobias und dann Katharina macht in der Summe vier. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ja, entschuldige. Okay, dann alle Klarheiten beseitigt. Es geht jetzt also weiter mit dem Meinungsbild, weil zum ursprünglichen Antrag von Tizian Änderungsanträge vorliegen. Und diese können nur behandelt werden, wenn der Antrag von Tizian jetzt auch mit der Mehrheit versehen wird. Ich würde deshalb jetzt ein Meinungsbild zwischen dem Antrag von Tizian und dem Alternativantrag von Horst einholen wollen. Deswegen braucht ihr eure Karten. Wer also Tizian für den Antrag von Tizian für V03 in der Ursprungsfassung gleichwohl, dass es noch Änderungsanträge geben wird, stimmt im Meinungsbild, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Wer für den Alternativantrag von Horst stimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Das ist erheblich die Minderheit. Damit fahren wir weiter mit dem Ursprungsantrag von Tizian und dazu gibt es Änderungsanträge von Tizian eingebracht, meine ich, entschuldigt. Dem Präsidium liegt jetzt nichts vor. Wer Änderungsanträge eingebracht hat oder Sonstiges, wir würden dazu den Matthias nach vorn bitten, also den Landesgeschäftsführer, der uns bitte das weitere Verfahren erläutert. Matthias, du hast das Wort. Ja. Wir sind bei folgendem Punkt und zwar wir haben die Änderungsanträge V03 und 2019 Wenn ich habe das bitte achso. Also die ganz konkret geht es ja um die Abstimmung von dem Änderungsantrag V03 V03 001 2 Der liegt euch entweder schon jetzt schriftlich vor, ansonsten vorne als Ausdruck. Darüber soll eine Abstimmung erfolgen, die bezüglich der Änderungsanträge. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag, habe ich das richtig? Lea, gehst du bitte ans Mikro, damit wir dich alle verstehen. Ich weiß nicht, ob es einen GO-Antrag auf Beschleunigung des Verfahrens gibt, aber nach meinem Kenntnisstand sind die Anträge allesamt übernommen. Von daher könnte man den Antrag in der vorliegenden Form abstimmen. Wenn dem so ist, dann wäre uns, glaube ich, allen geholfen. Diese Information lag uns aber nicht vor. Ist dem so, Matthias. Die weiteren Anträge sind, ich überblicke es mal kurz, sind alle übernommen. Genau, dann können wir das Verfahren hier an der Stelle deutlich beschleunigen. Dann danken wir Matthias an der Stelle und würden jetzt gleich zur Abstimmung kommen. Wir stimmen jetzt also über V03 in der geänderten Form ab mit den Übernahmen und modifizierten Übernahmen. Wer dem Antrag V03 so in seiner momentanen Form zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen. Dann ist er mit großer Mehrheit angenommen. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu V04. Maßnahmen für eine erfolgreiche Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten jetzt ergreifen. Wir wissen nicht, wer ihn einbringt. Ich möchte denjenigen, Barbara Scheller bringt ihn ein. Barbara, du hast drei Minuten. Über das Thema Flüchtlinge haben wir ja schon oft gesprochen und jedes Mal, wenn es themanisiert wird, stehe ich hier vor. Es ergibt sich einfach so, weil das auch mein berufliches Umfeld ist und im Moment sind wir an dieser Stelle angelangt, wo ganz viele junge Leute zu uns gekommen sind, Schulen besucht haben, auch Deutsch gelernt haben und nun einen Start ins Berufsleben haben wollen. Und da gibt es doch gravierende Unterschiede, was da so läuft und dieser Antrag beschäftigt sich praktisch damit, wie man Abhilfe schaffen kann und was wir also praktisch unserer Landesregierung ins Stammbuch schreiben, was sich ändern muss. Ich nenne euch mal ein positives Beispiel. Avet aus Eritrea, 18 Jahre alt, macht demnächst seinen Hauptschulabschluss. Gestern hatte er ein Bewerbungsgespräch. Ich will ganz viel arbeiten, ich bin immer fleißig und pünktlich. Sein zukünftiger Chef, du wirst bei uns erstmal noch ganz viel lernen. Wir brauchen gute Fachleute, aber das schaffen wir gemeinsam. Das ist ein Glücksfall für den Jungen und auch ein Glücksfall für die Firma, die eine Fachkraft für die Zukunft gewinnen wird. Leider ist es nicht so, dass überall die Einzige besteht, dass es so laufen kann. Und unsere staatlichen Fördermaßnahmen zur Berufsfindung sind nicht die besten. Zum Beispiel die Leute, die praktisch bei der Arbeitsagentur die berufliche Qualifikation fördern sollen, sind so wenig, dass zum Beispiel ein Landkreis da zwei Koordinatoren hat. Zwei Koordinatoren für eine riesengroße Fläche, viele Firmen und viele Bewerber für einen künftigen Beruf. Ich war empört, dass also Herr Kretschmer zum Beispiel gestern wieder darüber gesprochen hat, dass es sich gut wäre, wenn also einige Städte keinen Zuzug mehr bekommen. Wir nehmen Leuten die Chance, irgendwo einen Beruf zu ergreifen, den sie gerne haben möchten, weil sie dann nämlich in den übrig gebliebenen Städten vielleicht diesen Beruf nicht ergreifen könnten. Ich habe mich diese Woche sehr gewundert, dass sich unsere Integrationsminister Frau Köpping mit 150 Experten trifft, um festzustellen, wir haben keine Daten und wir müssten erstmal ein Monitoring machen. Da frage ich mich, wie arbeitet die SPD an dieser Stelle? Infos hat sie von den Betroffenen vor Ort jede Menge bekommen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke Barbara. Wir würden ein Mitglied aus dem Präsidium vielleicht fragen, ob unser manuelles Ampelschild auch mal eine Pause bekommen könnte. Ja, sehr gut, das wollten wir damit sagen. Wunderbar für Ersatz ist gesorgt. Es gibt ein neues Ampelmännchen mit blauer Jacke. Okay, es liegen, nein, erst Redebeiträge, so rum. Es gibt einen männlichen Redebeitrag. Ich würde jetzt noch alle Frauen und Männer bitten, sich einzuwerfen, beziehungsweise deren Wortmeldungen. Und der männliche Redebeitrag kommt von Malte aus dem KV Nordsachsen. Malte, du hast das Wort für drei Minuten. Und nochmal die Erinnerung an alle Frauen und Männer, sich für einen erneuten Redebeitrag einzuwerfen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Im Moment ist es so, dass wir sehr viele Menschen ins Land gelassen haben, eingeladen haben, sind sehr viele junge Menschen gekommen, aber fast alle kennen sich in unserer Kultur, in unserer Arbeitswelt, in unserer Rechtswelt nicht aus. Die Menschen sind alleingelassen in dieser, unserer fremden Welt. Wenn sie minderjährig sind, werden sie betreut, bis zum 18. Lebensjahr, bis zum 18. Geburtstag und dann fällt der Hammer. Dann werden sie in die Arbeitswelt entlassen, müssen sich um sich selbst kümmern, sind dazu aber überhaupt nicht in der Lage, in der Regel. Und dieses Problem haben ja nicht nur die Minderjährigen, die zu uns kommen und irgendwann 18 werden, sondern auch die, die mit 25 oder mit 40 zu uns kommen. Und wir sind sehr schnell dabei zu fordern, offene Grenzen, Willkommenskultur, wir brauchen Zuwanderung, Hilfe, Not in unserer freien Gesellschaft. Ja, nur damit ist die Sache nicht vom Tisch. Dann fangen die Probleme, die Aufgaben für uns erst an. und dort müssen wir als die Verfechter für eine offene Gesellschaft uns deutlich mehr in der Pflicht sehen. Der Antrag, der jetzt zur Abstimmung steht, kommt aus den Praxiserfahrungen. Die Last liegt auf ganz wenigen Menschen. Institutionell gibt es da fast nichts. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne, dass wir, der Barbara, stellvertretend für die wenigen Menschen von uns, die diese Last jeden Tag auf sich nehmen, die in ihrem privaten Bereich, in ihrem Beruf, am Wochenende noch fährt, mit den jungen Leuten, um denen einen Job zu verschaffen, um sie zu integrieren, dass wir ihr hier stellvertretend unseren Dank aussprechen und ihr an den gebührenden Beifall geben. Sie sagt das B, was viele von uns im privaten, ganz persönlichen Verantwortungsbereich nicht tun. Danke, Barbara. Mögest du Vorbild für viele von uns sein. Malte, du bist zum Ende gekommen. Wunderbar, deine Redezeit war auch abgelaufen. Ich frage jetzt, ob weitere weibliche Redebeiträge sogar vor uns stehen. gut, dann hat Franziska jetzt das Wort. Und ein Mann darf noch sprechen und sich in den kommenden drei Minuten einwerfen. Franziska, bitte. Ja, ich würde Barbara genauso gerne meinen herzlichsten Dank aussprechen, dass sie diesen Antrag hier einbringt. Auch wenn sich die Reihen schon gelichtet haben, ist das ein ganz wichtiger Antrag, weil das ein Antrag ist und darauf hat Malte schon hingewiesen, der aus Praxiserfahrung spricht. Und wir Grüne brauchen diese Praxiserfahrung dringend, weil es nichts schlimmer gibt, über ein Thema zu reden und zwar nur theoretisch zu reden und keine Ahnung hat, wenn man keine Ahnung hat von den Niederungen und den Mühen der Praxis. Und das Thema Integration in den Arbeitsmarkt und das betrifft nicht nur die minderjährigen geflüchteten Menschen, sondern es betrifft eigentlich alle Menschen, die zu uns kommen und eben versuchen über den Weg des Asyls hier bei uns sich ein neues Leben aufzubauen. Was mich aus der eigenen praktischen Erfahrung kolossal ärgert und das will ich einfach hier gesagt haben, ist diese mangelnde, eigentlich nicht vorhandene interkulturelle Kompetenz unserer Verwaltung. Und das beginnt überall. Und diese mangelnde interkulturelle Kompetenz, diese fehlende interkulturelle Bildung in diesem Freistaat ist die größte Hürde für eine erfolgreiche Integration. Es sind eben nicht immer nur die Unternehmen, die sagen, wir wollen das nicht in der Masse, sondern es sind oftmals die Ausländerbehörden, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und andere nachgeordnete oder vorgeordnete Behörden. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, das ist ein wirkliches Problem und das müssen wir deutlich machen. Und da dürfen wir nicht müde werden, dass auch öffentlich immer wieder zu sagen und zu machen. Wir machen Integration in den Arbeitsmarkt als Laien, die meisten von uns. Und wir wissen, wie anstrengend das ist. Ich kann das sagen aus eigener Erfahrung. Aber, und das ist wirklich eine Sache, die mich ärgert, es könnte einfacher sein, der Unwille zu integrieren, ist in diesem Freistaat massiv ausgeprägt. Und das wird nicht besser. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, ist vielleicht von meiner Seite noch mal ein Appell. Ich weiß, dass es anstrengend ist, das über viele Monate in den Einzelfallbetreuung immer wieder zu machen, auch nebenbei. Aber wir dürfen nicht müde werden. Wir dürfen nicht müde werden in unseren Anstrengungen und wir dürfen nicht müde werden, immer wieder das öffentlich zu machen, wo Verwaltung hier kolossal versagt und ihren Unwillen zum Ausdruck bringt, Menschen wirklich zu integrieren. Dankeschön, Franziska. Wir würden jetzt zur letzten Rede des eines Mannes kommen und dafür hat sich Uwe eingeworfen. Uwe, du hast das Wort für drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte auch euch bitten, diesen Antrag zu unterstützen. Mir geht es ja wie Barbara. Ich bin selber beruflich tätig in der Bekleidung von minderjährigen jugendlichen Asylbewerbern, die zu uns gekommen sind mit 15, 16 Jahren. Ich habe eine ganze Reihe Leute, eigentlich fast alle, die ich bekleide, die dieses Jahr 18 Jahre alt wären. Und sobald die 18 sind, fallen sie aus unserem Schulsystem heraus. Es endet nicht nur die Schulpflicht, sondern es endet auch das Recht auf Schule. Und die stehen nach einem, zwei Jahren hier mit einer Perspektivlosigkeit, die sind von diesem System, was nicht für sie geschaffen wurde und von dem sie jetzt ausgeschlossen werden in ihrer persönlichen und beruflichen Perspektive, dann so demotiviert, dass es äußerst schwierig ist, die mental aufzufangen und ihnen eine Perspektive zu eröffnen über den langen Weg der Erwachsenenbildung. Das kann nicht so bleiben. Das kann nicht so bleiben. Dieses idiotische System, anders kann man es nicht sagen, dass wir Leuten ein Jahr lang Deutsch beibringen, dann sind sie 18 und einen Tag später oder einen Tag, bevor sie 18 werden, hat das Berufsschuljahr begonnen und sie dürfen daran nicht teilnehmen, weil sie 18 sind. Da muss es Änderungen geben, um die Integration, von der hier gesprochen wird, tatsächlich gelingen zu lassen. Und es tut mir leid, das jetzt noch einmal sagen zu müssen, es gibt ganz schlimme, schlechte Beispiele. Mein eigener Landkreis reitet da wieder froh an. Wir haben ein Integrationskonzept, was seiner eigenen Bezeichnung wirklich spottet. Wir haben ein Integrationskonzept, was alle ausdrücklich und explizit von Integration, und da gehört die Arbeit und die Bildung dazu, ausschließt, wenn sie denn keinen gesicherten Flüchtlings- oder subsidiären Schutzstatus haben. Und das werden ja immer weniger, die diesen sicheren Status bekommen. Und alle anderen, für die gibt es nichts, außer Hartz IV. Und das ist ein Zustand, den können wir als Partei nicht hinnehmen. Und da kann ich mich meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Das müssen wir ändern, das müssen wir einfordern. Ich weiß, von was ich rede und ich weiß auch, von welchen persönlichen Schicksalen, die damit verbunden sind, ich spreche. Deswegen, bitte stimmt dem Antrag alle zu. Danke, Uwe. Es lagen zumindest heute Morgen eine Reihe von Änderungsanträgen vor. Wir würden daher Matthias nach oben bitten, um das weitere Verfahren zu erläutern. Mach's gleich von hier. Die Änderungsanträge sind alle übernommen, beziehungsweise einer ist modifiziert übernommen mit einer quasi redaktionellen Änderung. Okay, das macht es uns erheblich einfacher. Danke, Matthias. Wir würden daher jetzt zur Abstimmung über V04, Maßnahmen für eine erfolgreiche Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, jetzt ergreifen. Wir würden über diesen Antrag jetzt abstimmen. Wer V04 zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen, die Gegenprobe, Enthaltungen, dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zu V05, Biosphärenreservat, Flusslandschaft Elbe, auch in Sachsen einrichten und den bringt Wolfram ein. Wolfram, du hast drei Minuten. Drei Minuten. Ja, wir sind nicht knausrig. Elbe Biosphärenreservat, erweitern nach Sachsen, der Hintergrund ist der, in den 90er Jahren, wurde entlang der Elbe ein Biosphärenreservat geschaffen, in Gesamtdeutschland, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, überall, wo die Elbe langfließt und dieses Reservat endet aber genau an der Landesgrenze nach Sachsen. Einfach, weil man sich damals gedacht hat, ach, Naturschutz und das klingt irgendwie so, das behindert doch in unserer Entwicklung. Natürlich ist genau das Gegenteil passiert, also entlang der Elbe, wo es das Reservat gibt, insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo die Verwaltung sitzt, hat man gemerkt, dass man in so einer Region was daraus machen kann. Man kann Tourismus ankurbeln, man kann Zielkonflikte zwischen Landnutzern, nämlich Landwirten und Naturschutz, moderieren in so einer Organisation, weil man Leute dafür hat. Man hat dort Regionalmarken installiert, dass also regionale Produkte erzeugt werden und genau dort verkauft werden an die Leute, die dort wohnen und natürlich auch an die Besucher, die dort hinkommen. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Nur in Sachsen will man das nicht, weil man eben Naturschutz auch um Gottes Willen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir eben aus Nordsachsen, aber auch aus Meißen sagen, wir müssen jetzt auch mal für die Region, alle reden immer davon, Entwicklung, ländlicher Raum, was soll denn da passieren und das ist strukturschwach und abgehängt. Und da gibt es dann eben so ein paar Antworten seit Jahr und Tag, die eben unsere Landesregierung, die CDU hat. Natürlich, da fehlt noch der Straßenausbau, deswegen geht es dort nicht voran. Und verschiedene andere Punkte, der Elbeausbau, der nie kommen wird, weil es gar kein Wasser in der Elbe gibt für solche Sachen, da war so ein Blödsinn. Und das ist der Punkt, wo jetzt so ein Antrag kommt, wir sagen, nee, wenn es um Entwicklung des ländlichen Raum geht, so wirklich Strukturentwicklung, da kann man was Konkretes machen. Und da muss man gar nicht das Rad komplett neu erfinden, sondern es gibt im Prinzip schon wie so Module, die man übertragen kann, auch auf uns und es lohnt sich dafür wirklich zu kämpfen und dort was zu machen, weil diese Regionen es nicht leicht haben, aber das kann einen ganz immensen Impuls setzen und vor allen Dingen genau im grünen Sinne nachhaltig sein. Es verknüpft nämlich all das, wofür wir stehen. Wir würden dort richtig was für Naturschutz tun, wir würden was für die Elbe tun, die eine einzigartige Landschaft ist, ist auch in den ganzen Kilometern in Deutschland der einzige große Fluss, der unverbaut ist, noch ohne irgendein Staubauwerk, das ist eine Besonderheit. Wir haben dort Auenlandschaften, die es schwer haben, aber wo man ganz viel wieder draus machen kann, wo man auch eine europaweite Verantwortung hat und kombinieren das mit regionaler Wirtschaftsförderung, Tourismus, eine Zukunftsvision für die Leute dort vor Ort und dafür steht dieser Antrag, dafür wollen wir Grüne einstehen und deswegen bitte ich euch um eure Zustimmung. Dankeschön Wolfram. Es hat sich bisher niemand für die Aussprache eingeworfen, aber es dürfen gern noch zuerst Frauen. Ich sehe eine Meldung, gibt es weitere, sonst müssten wir losen? Nein, dann Katja, du hast gleich das Wort, ich würde jetzt noch ein Mann und eine Frau oder jedenfalls hat noch ein Mann und eine Frau das Wort dann und ich würde daher Frauen und Männer dazu ermutigen, sich einzuwerfen, während Katja redet. Katja, du hast drei Minuten. Vielen Dank. Ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschieden, mich hier zu melden, weil nämlich Wolfram und ich genau am Montag dazu eine Veranstaltung in Riesa machen werden, genau zu diesem Thema Biosphärenreservat. Wir haben heute schon von Thoralf gehört, dass wir in Riesa ein Riesenthema haben mit dem Hafenausbau und wir versuchen, dass wir dieses Thema Hafen positiv labeln, nämlich dem, was Positives entgegenzusetzen, nämlich mit unserer Veranstaltung, wo es darum geht, eben im Biosphärenreservat hier auch in Sachsen zu haben und dass wir ein positives Angebot hier an die Leute machen. Und ich wollte mich an der Stelle auch noch mal bei Wolfram ganz herzlich bedanken, weil wir nicht nur die Veranstaltung in Riesa machen, sondern Wolfram die Veranstaltung auch schon in Thurgau gemacht hat mit großem Erfolg und hier wirklich eine Initiative auch vor Ort entstanden ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir das sozusagen bis zum Endlauf der Elbe sozusagen fortführen. Und wie gesagt, vielen Dank, Wolfram, für dein Engagement an der Stelle und in der Hoffnung, dass wir da auch ein bisschen Zivilgesellschaft organisiert kriegen und dass wir vielleicht demnächst oder in der nächsten Legislaturperiode hier auch was umsetzen können und dann auch hier in Sachsen dieses Biosphärenreservat haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Ich frage jetzt, ob sich Männer bzw. Redemeldungen von Männern eingeworfen haben. Haben sich Redemeldungen von Männern? Es gibt keine Redemeldungen von Männern. Es gibt eine Frau. Regt sich dagegen Widerspruch, dass eine Frau jetzt spricht? Natürlich nicht. Dann bitte ich Ulrike. Das ist noch Ulrike hier unten. Ulrike, du hast das Wort für drei Minuten. Sollte es unter euch Leute geben, die sich über das Biosphärenreservat und wirtschaftliche, also Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt Gedanken machen, möchte ich euch sagen, ich arbeite in Görlitz für Siemens und bin dort auch mit Schwerlasttransporten von Siemens über die Elbe beschäftigt. Wolfram hat es schon angesprochen, die Elbe hat zu wenig Wasser. Das Niedrigwasser ist so ein großes Problem, dass die wenigen Firmen, die die Elbe noch als Schwerlastmöglichkeit verwenden, wie Siemens in Görlitz, dass wir die Elbe nicht mehr nutzen können, weil es für die Projektplanung viel zu, also es ist nicht vorhersehbar, wann man fahren kann im Sommer und wann nicht. Das heißt, die Binnenschifffahrt geht auf den Lkw-Verkehr, da haben wir Grüne ein anderes Problem damit natürlich, aber das bedeutet, dass alle wirtschaftlichen Erwägungen, die ins Feld gezogen werden, gegen so ein Biosphärenreservat, dass das einfach nicht stimmt. Die Binnenhäfen sind nicht ausgelastet, da kann man ja mal die Zahlen abfragen bei der SBO in Dresden, wir sind nämlich der Hauptkunde von denen und wir fahren kaum noch. Die Binnenhäfen an der anderen, also weil dann Elbe abwärts sind auch nicht ausgelastet und man kann einfach nicht mehr fahren. Kein Wirtschaftsunternehmen nutzt die Elbe als Binnenschifffahrt, es wird immer von der Landesregierung so hingestellt, aber das stimmt nicht. Deshalb unterstützt diesen Antrag, meiner Ansicht nach sind alle Erwägungen, die dagegen gesandt werden, sind einfach Humbug. Dankeschön, Ulrike aus dem KV Mittelsachsen. Unsere Meinung liegen jetzt hier keine Änderungsanträge vor. Ist dem so? Es liegt einer vor. Der wurde übernommen, okay. Dann würde ich über das Verfahren, was Matthias gerade erläutert hat, ob sich, ob, regt sich gegen das Verfahren, was Matthias gerade erläutert hat, dass es einen Änderungsantrag gibt, Widerspruch, das kann ich nicht erkennen. Nun können wir über den Antrag abstimmen. Es geht um V05, das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe auch in Sachsen einrichten. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen, die Gegenprobe und die Enthaltungen. Dann ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir fahren fort mit V06, bezahlbares Wohnen auch in Sachsen sichern. Auch wieder Wolfram. Nach der Einbringung von Wolfram, für die du drei Minuten hast, sind drei weitere Redebeiträge vorgesehen. Zwei weiblich, ein männlich. Ich bitte die jeweiligen Redner, sich jetzt schon in die jeweiligen Boxen einzuwerfen. Und Wolfram, du hast das Wort. Die Zeiten in Sachsen, wo wir von Schrumpfungen überall sprechen, wo unsere Bevölkerung zurückgeht, wo wir vor allen Dingen in den Städten Leerstandsprobleme haben, die sind seit einiger Zeit vorbei. Und vor allen Dingen in den beiden großen Städten Dresden und Leipzig gibt es ein immer, immer stärker werdendes Problem, Wohnraum zu finden. Grundsätzlich in allen Preislagen. Aber Marktwirtschaft ist einfach so gestrickt. Wenn der Markt eng wird, dann wird es vor allen Dingen besonders schwierig für all die, die nicht genügend Geld zur Verfügung haben. Und auch wenn wir das große Problem haben fehlenden Wohnraums, haben wir besonders eins für Sozialwohnraum. Und unser Antrag geht in diese Richtung, hier was zu machen. Also wir haben ein paar sehr eigenartige Entwicklungen in Sachsen. Also bis 2001 gab es auch noch sozialen Wohnungsbau in Sachsen. Lange Jahre nicht. Und jetzt gibt es wieder einen. Wir Grünen haben seit einigen Jahren da einigen Druck gemacht. Und es gibt also jetzt eine Förderrichtlinie. Allerdings gibt es da ein paar kleine, also größere Hänger dran. Der Bund gibt nämlich dem Freistaat etwa jährlich über 140 Millionen zur Verfügung stellt für sozialen Wohnungsbau. Mit der Erwartung, dass die Länder nicht nur Sachsen bekommen, das wird bundesweit verteilt, so einen Betrag verdoppeln, damit das eine Hebelwirkung auf den Markt hat. In Sachsen werden gerade mal ca. 40 Millionen für sozialen Wohnungsbau ausgereicht. Kann sich jeder denken, was das für einen Hebel haben soll. Wenn man mal guckt, was große Immobilien in den großen Städten kosten. Das ist also praktisch nichts. Und deswegen verlangen wir auch mit unserem Antrag, dass dieses Geld vom Bund endlich vollständig eingesetzt wird. Und dass der Freistaat noch ordentlich was drauflegt. Also mindestens 200 Millionen, dass man wenigstens ca. 5000 Wohnungen im Jahr bauen könnte, um da eine kleine Entlastung zu bringen. Aber das ist nur dieses Programm erstmal sozialer Wohnungsbau. Dort gibt es noch eine zweite, wirklich völlig befremdliche Skurrilität drin und zwar eine Mietpreisbremse. Von der reden wir auch, die fordern wir. Aber eben eine nach unten. Ich will es jetzt gar nicht genauer erklären. Auf jeden Fall ist die Richtlinie so gestrickt, dass wenn man sozialen Wohnungsbau errichtet, man Mieten verlangen muss, die über der Durchschnittsmiete, der Bestandsmiete im Moment noch sind in Dresden und Leipzig. Sonst werden einem nämlich Fördermittel gestrichen. Und das ist einfach absurd. Und auch das muss sich ändern. Also es gibt gar keinen vernünftigen Anreiz, dass dort hinterher wirklich preiswerte Wohnungen entstehen. Und vor allen Dingen geht es uns aber auch darum, und da sind wir wieder Marktwirtschaft, ich hatte es schon angesprochen, Wohnraum und Vermieten ist einfach für viele ein ganz normales Anlageobjekt, Kapitalanlage. Und das heißt, man versucht dort auch möglichst viel Geld rauszuholen aus so einem Objekt. Und wir wollen, dass einfach wesentlich mehr Wohnraum entsteht, der nicht solchen ganz normalen Renditeinteressen unterworfen wird, sondern das heißt, mehr öffentliche Wohnungen, mehr Wohnungen im Eigentum von Genossenschaften, aber auch von alternativen Wohnprojekten, Selbstausbauprojekten. Und da muss ganz gezielt Förderung reinkommen. Und es gibt noch weitere Aspekte, wie Mietermitbestimmung, die wir drin haben. All diesem Antrag, wo wir sagen, wir brauchen in Sachsen endlich wieder sozialen Wohnungsbau, soziales Wohnen. Und da gibt es mehrere Baustellen und die arbeiten wir in diesem Antrag ab. Ich bitte euch herzlich um Zustimmung. Dankeschön, Wolfram. Ich frage, ob es eine weibliche Anzeige für Reden gibt. Es gibt keine Frau, die reden möchte. Gibt es in diesem Saal jetzt eine Frau, die dazu reden möchte, spontan? Das kann ich nicht erkennen. Es liegt offenbar aber eine, es liegen viele männliche Redebeiträge vor. Regt sich in der Versammlung Widerspruch dagegen, dass jetzt erneut ein Mann spricht. Dann lasse ich darüber vor mal abstimmen. Wer ist dafür, dass jetzt erneut ein Mann sprechen darf? Die Gegenprobe. Enthaltungen. Dann dürfen wir jetzt, darf jetzt zunächst erstmal ein Mann sprechen und zwar Michael Schmelig vom KV Dresden. Lieber Michael, du hast drei Minuten. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass nach und nach auch die Abstimmungsgeräte wieder abgegeben werden müssten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, als Stadtrat in Dresden bin ich für diesen Bereich mit zuständig und in einer Stadt, die sich 2006 komplett, komplett von kommunalem Wohnungseigentum durch Verkauf getrennt hat, sozusagen ist die Wiederaufnahme sozialen Wohnungsbaus ein zentrales Thema der Daseinsvorsorge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Grüne intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und auch unsere Finger in die Wunden legen, die hier gegenwärtig durch die Landesrichtlinie aufgemacht wird. Dieses Förderprogramm ist nicht nur, wie es Wolfram sagte, höchst unterfinanziert und in einigen Punkten widersprüchlich. Es ist primär ein Investoren-Subventionsprogramm, denn ein Programm zur Förderung sozialen Wohnraums. Ich mache das an zwei Punkten nur fest und die sind auch in diesem Papier festgehalten worden. Liebe Freundinnen und Freunde, bei uns ist das Problem, dass fast alle Belegungsbindungen im Jahre 2035 auslaufen, endgültig auslaufen. Wir müssten sie also neu erwerben. Wir haben also, als diese Landesrichtlinie beschlossen wurde, durch die Staatsregierung, SPD und CDU, da frage ich mich eigentlich auch, was in die SPD gefahren ist, haben wir uns hingestellt und gesagt, dann müssen wir unsere lokalen Richtlinien so gestalten, dass zum Beispiel eine Formulierung, wie sie in der Landesrichtlinie drinsteht, nämlich, dass die Bindungsfrist mindestens 15 Jahre gilt, auf 25 Jahre verlängern. Wir haben also versucht, dieses Programm anzupassen an die lokalen Bedürfnisse. Das Ergebnis war, das Innenministerium hat uns das verboten, haben explizit gesagt, wir dürfen gar nicht lokal gestalten. Und daran sieht man, dass es hier tatsächlich in diesem Programm gegenwärtig nicht um die nachhaltige Förderung sozialen Wohnungsbaus geht. Und deshalb bin ich der Landtagsfraktion, extrem dankbar, dass sie sich dieses Themas angenommen hat. Ich sage hier auch mal das Zitat des neuen Geschäftsführers der Wohnungsbaugesellschaft in Dresden, die wir gerade neu gegründet haben. Die Grünen, so hat er in einer Veranstaltung der Landtagsfraktion gesagt, sind die einzigen, die das Problem erkannt haben und auf einem guten Weg sind, hier kritisch mit diesem Programm umzugehen. Und deshalb ist es gut, dass wir auch heute hier auf dieser LDK einen Antrag haben, der sich mit dem Thema beschäftigt. Wir müssen aber dranbleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Dankeschön. Dankeschön, Michael. Liegen weibliche, immer noch männliche Redebeiträge? Ich würde die Versammlung deswegen erneut befragen, ob es in Ordnung ist, wenn erneut ein Mann spricht. Wer ist dafür, dass erneut ein Mann jetzt sprechen darf? Den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Deutlich bitte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Das ist die Minderheit. Dann würden wir jetzt den letzten Redebeitrag ziehen. Kizian, bitte. Tobias Peter aus dem KV Leipzig. Tobias, auch du hast drei Minuten. Ja, liebe Freunde und Freunde, tut mir auch sehr leid, dass wir, wir hoffen, dass wir uns für das Thema tatsächlich auch nicht nur Männer interessieren, sondern tatsächlich zukünftig auch Frauen, denn es ist ein Thema, das spätestens im nächsten Jahr tatsächlich eine ganz zentrale Rolle spielen wird und tatsächlich eine Rolle spielen wird, die immer mehr Menschen, insbesondere in den Großstädten, angehen wird. Gibt es noch eine Nachfrage? Okay. Genau. Und zwar, der Punkt ist, und darauf will ich vielleicht nochmal besonders hinweisen, Wohnungspolitik ist auch und gerade eine ganz zentrale soziale Frage. Das merken wir insbesondere auch in Leipzig zunehmend. Wir haben die Diskussion mit der Erhöhung der KDU-Sätze, die viel zu gering ausfällt. Wir haben derzeit die Situation, dass immer mehr Leute noch viel stärker rausgedrängt werden aus Stadtteilen, als sie es ohnehin schon werden, weil wir eben nicht sozialen Wohnungsbau in dem Maß haben, wie wir es bräuchten. Und man sieht das zum Beispiel ganz stark bei dem Thema, bei dem ich ja auch sehr engagiert bin, Bildungspolitik. Wir haben zum Beispiel in Leipzig Breizung beim Zugang zur Gymnasialkurte von 5% bis zu 80%. Das zeigt eigentlich an, wie stark die sogenannte soziale Segregation in den Stadtteilen ist und es hat ganz stark was mit Wohnungspolitik zu tun und damit, wo Leute sich überhaupt ansiedeln können. Und deswegen, grüne Wohnungspolitik ist auch ganz stark ein Thema von sozialer Politik in den Großstädten und deswegen ein ganz wichtiges Thema, das ich auch gern im nächsten Jahr spielen würde. Und ein zweiter Punkt, das geht sozusagen auch nochmal auf die Frage eines konkreten Punktes, nämlich die Frage, die Gemeinnützigkeit in diesem Thema zu stärken. Michael hat es gerade genannt, Dresden hatte damals eben seine Wohnungsbestände verkauft. In Leipzig haben wir immerhin noch 11%, noch ein paar Genossenschaften, aber das ist insgesamt, um Marktmacht zu erreichen, auch viel zu wenig. Das heißt, wir müssen eigentlich auf Bereiche kommen, dass wir tatsächlich den sozialen Wohnungsbau, den wir haben, tatsächlich vor allem und eigentlich fast ausschließlich in den gemeinnützigen Wohnungsbau ziehen und wir müssen eigentlich auch zum Beispiel auch um sowas wie Milieuschutz, also tatsächlich ein Vorkaufsrecht realisieren zu können durch die Kommunen. Brauchen wir auch Mittel zum Beispiel vom Freistaat? Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir es vielleicht auch zusammen mit der Landtagsfraktion hinkriegen würden, Instrumente zu entwickeln, wie wir ja das viele Geld, was der Freistaat, der zum Beispiel in den Generationenfonds und vielen anderen Fonds hat, einsetzen könnten, zum Beispiel für Fonds, in denen wir genau gezielt die kommunalen Wohnungsbauträger nutzen und stärken könnten, um hier Eigentum zu schaffen, das dann ja tatsächlich auch über Mieten wieder zurückfließen könnte. Also ich denke, wir müssen eigentlich noch mal uns viel breiter auch aufstellen. Der Antrag hat viele Facetten auch schon genannt, um tatsächlich dieses Thema in Vordergrund zu spielen, denn ich denke, es ist ein Thema, mit dem wir nächstes Jahr tatsächlich sehr stark gerade in den Großstädten gewinnen können und deswegen bitte ich euch um die Zustimmung zu diesem Antrag. Danke Tobias. Es liegen eine Reihe von Änderungsanträgen vor. Wir würden deswegen Matthias bitten, uns das weitere Verfahren zu erläutern. Ja, das ist etwas umfangreicher, deshalb komme ich jetzt nochmal hoch. Und zwar, es gibt zwei modifizierte Übernahmen, deren Textänderungen ihr bitte den entsprechenden Ausdrucken vorne entnehmt. Und ich denke, es ist jetzt zu unverständlich, wenn ich das rezitiere. Dann gibt es, es sind drei modifizierte Übernahmen. Dann der Antrag V06123 soll zur Abstimmung gestellt werden. Und zwar handelt es sich da um eine Einfügung in Zeile 123 mit dem Wortlaut, den würde ich jetzt mal zitieren, dabei soll nicht alles, was technisch möglich ist, umgesetzt werden, sondern Maßstab ist die Bezahlbarkeit für die Mieterinnen. Einsparungen bei den Nebenkosten sollen die Modernisierungsumlage auffangen. Dieser Antrag soll abgestimmt werden und im Weiteren haben wir zwei Übernahmen. Das ist der Verfahrensvorschlag der Antragskommission. Okay, das gestaltet sich übersichtlich, regt sich gegen diesen Verfahrensvorschlag Widerspruch, kann ich nicht erkennen. Dann gibt es einen Änderungsantrag, der von Katharina eingebracht wird. Katharina Kreft aus dem KV Leipzig. Wer die Gegenrede hält, den bitte ich, sich schon mal bereit zu halten oder das irgendwie anzuzeigen. Und Katharina, dann hast du jetzt zwei Minuten. Vielen Dank. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vielen Dank für die Initiative Wolfram und mehrere Antragstellerinnen für diesen Antrag, der sich für bezahlbares Wohnen ausspricht. Als LAG Soziales ist uns wichtig, die Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Wir wollen dieses abstrakte Thema bildlich machen. Und gerade Familien mit vielen Kindern und Alleinerziehenden haben es in den großen Städten schwer auf dem Wohnungsmarkt. Das ist die Lebenswelt, die wir kennen und für die wir Politik machen. Danke für die modifizierten Übernahmen, diese Anträge betreffend. Der strittige Punkt, liebe Freunde, liebe Freundinnen, ist nun zuletzt die Frage der energetischen Sanierung. Gerade wir Grünen stehen für die drei E. Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare. Als LAG Soziales legen wir Wert darauf, auf die Perspektive. Und zwar die Perspektive von Einkommensschwachen. Einkommensschwache blicken aus anderer Perspektive auf energetische Sanierung als Ökologen und Technikverliebte. Einkommensschwache oder Menschen mit Einkommensarmut müssen wirtschaften. Und die Welt ist, liebe Freundinnen und Freunde, keine Grüne. Tatsächlich führt die Energiepolitik unserer politischen Gegner zur Verteuerung von Energie. Darum muss die Perspektive der Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen eingebracht werden, weil gerade sie es sind, die den geringeren CO2-Fußabdruck haben. Und sie brauchen Sicherheit, dass der Wohnraum verfügbar ist und mit einer Sanierung nicht zu teuer wird. Die energetische Sanierung soll darum die Modernisierungsumlage nicht überschreiten. Das technisch Mögliche darf nicht der Maßstab sein. Die Abschreibung muss, das haben wir nicht extra reingeschrieben, aber das wäre zum Beispiel auch nochmal was für eine Initiative. Die Abschreibung muss von 11 auf 20 Jahre verlängert werden. Dann tritt hier auch Entspannung ein. Wir haben mehr davon, wenn wir in der Breite energetische Sanierung bekommen, als einzelne Objekte. Und wir treten, das will ich abschließend sagen, wir als Bündnis 90 Grüne in Sachsen treten für eine sozial-ökologische Erneuerung an. Dann muss Ökologie machbar sein, auch für kleine Geldbeutel. Dankeschön. Ich sehe hier vorn, rege Beteiligung. Sollten wir etwas wissen? Dann würde ich vorschlagen, dass der Antragsteller und die Änderungsantragstellerin kurz miteinander mit dem Geschäftsführer besprechen. Wir bitten um einige Momente der Geduld. Es wäre jetzt Zeit für Witze, Fußballergebnisse oder sonstiges. Entschuldige, Sascha. Wir würden dann die Zeit nutzen für eine andere Ansage. Nach Top 12, also nach allen Änderungsanträgen, hat Alexander Breitenbach aus dem KV Mittelsachsen um die Gelegenheit einer persönlichen Erklärung gebeten. Dem würden wir auch entsprechen nach allen V-Anträgen. Und als nächstes, wenn wir mit dem Wohnen fertig wären, käme dann V07, die Unterstützung der Initiative Gemeinsam Länger Lernen. Wer den einbringt, könnte sich dann langsam auch bereithalten. Und dann können wir mit dem Wohnen die Gelegenheit einer persönlichen Erklärung gebeten. Da sind wir ganz kompromisslos. Tobias, bitte. Ja, genau. Ja, also sorry für die offensichtliche Abstimmungsschwierigkeit. Wir würden jetzt aus pragmatischen Gründen, weil sozusagen so gravierend war unsere modifizierende Übernahme jetzt auch nicht anders, es einfach jetzt in dem Wortlaut so übernehmen, davon geht jetzt die Welt nicht unter. Und ja, also vielen Dank für den, ich bin schon wieder irgendwie ganz unkorrekt. Also insofern, ja, vielen Dank für den Antrag, greift ein wichtiges Anliegen auf, wir würden es so übernehmen. Ja. Okay, danke Tobias. Dann müssten wir über den Antrag V06, Bezahlbares Wohnen in Sachsen sichern, jetzt abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Gegenstimmen. Enthaltungen. Dann ist auch dieser V-Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen nun zu V07, Unterstützung der Initiative Gemeinsam Länger Lernen in Sachsen zur Einbringung eines Volksantrags und Volksbegehrens. Den bringt offenbar Christine ein. Dann, Christine, hast du drei Minuten. Wir würden bitten, jetzt männliche und weibliche Redner sich in die Boxen jeweils einzuwerfen. Ja, herzlichen Dank. Zunächst letzter V-Antrag gilt der Dank euch Delegierten, die hier fleißig mitgewählt, diskutiert und so lange aufmerksam gewesen seid. Herzlichen Dank an euch. Ich mache es ganz kurz. Wir möchten gerne eine Volksinitiative unterstützen, eine Initiative, die ein Volksbegehren durchführen möchte, zum längeren gemeinsamen Lernen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Die Umfragen, also 70 Prozent, 75 Prozent der Menschen in Sachsen begrüßen tatsächlich das längere gemeinsame Lernen. Wir denken, dass wir in dem Moment, wo wir die Initiative auch stark unterstützen, dort auch nochmal einen bildungspolitischen Punkt im Rahmen oder vor der Landtagswahl setzen können. Es ist schon längst unsere Programmatik. Wir haben bereits 2012 einen großen LDK-Antrag dazu beschlossen. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Antrag unterstützt. Wir sind da auch selber sehr aktiv in der Initiative, vor allem Petra gilt auch da der Dank. Und ich hoffe jetzt auf eure Zustimmung. Dankeschön, Christine. Offenbar hat sich bisher, wir schauen mal nach, aber ich habe nichts mitbekommen, dass sich jemand einwarf. Nicht gibt es Menschen, die dazu reden möchten. Das kann ich nicht erkennen. Uns liegen keine Änderungsanträge vor. Dann würden wir über V07 jetzt als letztes abstimmen. Wer diesen Antrag, Unterstützung der Initiative Gemeinsam Länger Lernen in Sachsen zur Einbringung eines Volksantrags und Volksbegehrens zustimmt, den bitten wir jetzt um das Kartenzeichen, die Gegenprobe. Und die Enthaltungen, dann ist dieser mit ganz wenigen Enthaltungen mehrheitlich, mit großer Mehrheit angenommen. Wir würden jetzt Alexander Breitenbach die Gelegenheit geben zu einer persönlichen Erklärung. Alexander, du hast drei Minuten. Vielen Dank. Ich mache es auch kurz. Es geht mir darum, zu sensibilisieren aus gegebenen Anlass. Ihr habt alle gehört, Facebook, Cambridge Analytics. Darum geht es. Massendatenerfassung stehen immer mehr bevor. Wir haben schon gehört, in der Agrarindustrie werden in der konventionellen Landwirtschaft Daten erfasst, um dem Bauer zu helfen, seine Felder besser zu bestellen. In Wahrheit ist es, dass diese Daten von den Industrien gesammelt werden und ausgenutzt werden. Und wir kennen nicht diese Algorithmen. Wir wissen nicht, wir haben keine Informationen darüber, was mit diesen Daten, mit diesen Analysen gemacht wird. In der Digitalisierung, in Zukunft der Digitalisierung der Schulen, der Behörden ist es ähnlich. Krankenhäuser, Ärzte wollen auf Daten zugreifen, um uns Patienten besser versorgen zu können. Das ist alles wahr. Aber was passiert mit diesen Daten? Der Datenschutz, der jetzt wieder einen großen Schritt nach vorne getan hat oder genommen hat, der muss noch weiter ausgeweitet werden auf die Verwendung der Daten, der einer Datenanalysen. Und wer hier weiß, was passieren kann, 1984 ist zwar überschritten, aber es steht im Raum. Wir müssen hier Offenheit schaffen und die Algorithmen, die eingesetzt werden, sind Programme und die müssen offen sein. Deswegen plädiere ich hierfür, dass in den Programmen, die in der Verwaltung eingesetzt werden und die hier in Europa eingesetzt werden, dass hier Durchsichtigkeit ist, transparent. Wir müssen Vertrauen schaffen, haben wir gesagt und das geht nur, indem wir Open Source, die sogenannte Open Source einsetzen, sodass wir oder Kontrollbehörden in der Lage sind, zu sehen, wie diese Algorithmen Daten verwenden und eventuell manipulieren. Es kann nicht sein, dass wie bei Cambridge Analytics von 50 Millionen Facebook Benutzern Daten verwendet werden, analysiert wurden und dann für undemokratische Zwecke verwendet wurden. Im gezielten Fall soll der Wahlkampf in den USA mit manipuliert werden. Danke. Dankeschön, Alexander. Wir sind damit am Ende unserer offiziellen Tagesordnung. Jetzt hat noch Sascha ein paar letzte warme Worte, bevor es wieder in die Kälte geht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir zwei sind dafür bekannt im Landesvorstand, dass wir so ein bisschen die lila Laune Bärinnen und Bären sind und deswegen dürfen wir uns heute ganz herzlich vor allem bei euch bedanken. Genau. Wir dürfen uns bei euch bedanken, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr mitdiskutiert habt, mitentschieden habt, aber wir wollen uns auch ganz, ganz herzlich bei denen bedanken, die überhaupt dazu beigetragen haben, dass das hier stattfinden konnte. Das sind ein paar Leute, die habt ihr immer gesehen, aber ich glaube, die haben noch einen fetten, fetten Applaus verdient. Das sind insbesondere die Menschen, die im Präsidium saßen und Valentin, der diese ganze Geschichte intensiv und wunderbar vorbereitet hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist natürlich unsere fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle, allen voran natürlich Matthias als sozusagen the head of. Kommt alle mal nach vorne. Das sind Magdalena und Clemens. Das sind Anna und Julian, die uns als Praktikantinnen und Praktikanten geholfen haben. Das sind Henning, der für wunderschöne Fotos gesorgt hat. Ganz, ganz lieben Dank. Kommt alle nach vorne. Das sind Jens und Martin, die dafür gesorgt haben, dass nicht nur ihr im Saal, sondern auch die Leute da draußen mitgekriegt haben, dass wir hier eine super LDK haben. Kommt mal nach vorne. Vielen lieben Dank euch. Und das ist nicht zuletzt die Kinderbetreuung, die dafür gesorgt hat, dass wir hier in Ruhe tagen können. Wir finden es unglaublich toll. Ihr seid die Menschen, die das hier im Hintergrund am Laufen halten. Das sind die, die man nie sieht und ohne dies aber nicht geht. Und insbesondere die meisten von denen, die ihr jetzt hier seht, für die hört die Arbeit nicht auf, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, sondern die müssen hier zusammenpacken. Die fahren dann nach Dresden, packen alles wieder aus und dann trinken die Bier. Und in diesem Sinne sagen wir Prost. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das wichtigste Beschlussgremium zwischen den LDK haben heute gewählt, den Landesparteirat, der ja jetzt auch neu aufgestellt ist und jetzt hier mit Power auch in die Landtagswahl gehen kann. Vielen Dank nochmal an euch und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Und dann nicht zuletzt läuft natürlich alles über Inhalte. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele tolle Inhalte hier beschlossen. Angefangen vom Landwirtschaftsantrag gestern mit der Rede von Robert Habeck, der uns hier nochmal klar gemacht hat, dass wir auch Salami kaufen sollten, wenn dann Pfefferkorn fehlt. Ich muss das nicht weiter ausführen. Wir haben heute den Riesenantrag zur politischen Kultur mit der Rede von Britta Hasselmann gemacht. Und wir haben jetzt am Schluss nochmal ganz, ganz viele V-Anträge. Und da gilt natürlich vor allem der Dank an euch, an euch Mitglieder, an euch in den LAG, die ihr hier sozusagen für Inhalte gesorgt habt. Und Sascha, noch zwei Worte dazu? Ja, genau. Und jetzt ist es Zeit für uns alle gemeinsam aufzubrechen. Nämlich nicht nur nach Hause zu gehen, das haben wir uns alle verdient, aber tatsächlich das, was wir hier getan haben, nicht aus dem Kopf zu verlieren. Dass wir hier unser Personal aufgestellt haben, um aufzubrechen für die Landtagswahl, für die Europawahl und die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Dass wir hier die ersten inhaltlichen Pflöcke eingeschlagen haben, um genau diesen Aufbruch auch inhaltlich zu untermauern. Und jetzt geht es los. Jetzt fangen wir an. Jetzt kämpfen wir für 2019. Wir bitten euch, tragt das in eure Kreisverbände hinein. Fangt an, thematisch zu arbeiten. Fangt an, Kandidatinnen zu finden. Und wenn ihr euch trefft, und wenn ihr zusammensetzt, und wenn ihr redet über die Themen, wenn ihr Personal sucht, was auch immer ihr tut, und ihr berichtet darüber in den sozialen Medien und in den althergebrachten Medien, wo auch immer, dann macht bitte bekannt, dass Grün aufbricht. Nutzt diesen Hashtag, setzt den überall an, dass der im Land rumgeht, dass wir aufbrechen, um ein neues und um ein besseres Kapitel in Sachsen aufzuschlagen. Tut es bitte. Wir laden euch jetzt schon ein, uns wiederzusehen und aufzubrechen nach Chemnitz am 1. Mai diesen Jahres. Dort wird eine lustige Vereinigung, die sich der dritte Weg nennt, irgendwie wollen die da rumlaufen. Und ich denke, wir können dort Gesicht zeigen, gemeinsam aufbrechen und denen den Weg versperren. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warte mal, warte mal. Nee, ist schon gut. Nein, ist alles gut. Alles gut. Nein, jetzt kommst du. Gut jetzt. Gut. Der Stunde vorher fertig. Der Stunde vorher fertig. Der Stunde vorher fertig. Der Stunde vorher fertig. Vielen Dank.